Gogo. Ja, Gogo. Gogo. Nein, Gogo. Gogo. Hallo. Hallo, ist da jemand? Hallo. Nein, keine Musik heute. Wir sind traurig. Hallo. Ich habe Kopfschmerzen. Kein Intro heute. Wir machen kein Intro. Unser Spiel ist kaputt. Wir können unsere Welt nicht mehr laden. Thema hat kaputt gemacht. Ja. Ich habe nichts. Doch, unser Spiel ist kaputt. Es geht nicht mehr. Aber jetzt können wir die aufgehauen, meine Lady. Doch wohl. Hallo. Ich sehe dich nicht mehr. Ist da ein Boden drin, ne? Wollt ihr Hacks? Wie Hacks? Man darf nicht hacken auf Twitch. Dafür kriegt man ein Band. Have a build it for now. Deswegen brauchen wir keinen Hacks. Wir sind auch so voll stark. Unser Spiel ist einfach kaputt gegangen. Und ich habe aber eher beeistet. Machst du das. Ach so, wir müssen noch runter, ne? Ja. Ach komm, ihr wollt doch nur zu Loco in der Burg eingeladen werden. Nee. Wir sind ja schon wieder alleine. Something is afoot, hat der gesagt. Ich habe noch kein Ding. Ich habe irgendetwas gefunden. Okolo baut sich halb Gondor. Ja. Hallo Harry Boy und Dankeschön für den Wies am 45. Monat mit Kekoschuk. Ich habe Erdbeer. Und geht ab Balkan. Ich habe voll Kopfschmerzen heute. Aber ich darf mir machen natürlich. Übrigens kein Politik-Talk hier, ne? Ah, was war das denn? Ih. Ih. Ich habe Eis gegessen, habe gesabbert einfach. Mein Gott. Habt mal eben. Ja. Hallo. Hallo. Ich weiß nicht, ob ihr Hallo sagt, aber Hallo. Hi. Ich bin auch hier. Hallo. Ich glaube, Mila liest den Shit nicht. Nee. Oder? Ja. Ich habe eine gute Besserung. Neues Haus bauen können. Wenn so viel Progress hat, haben wir eh nicht. Oder hast du keine Lust? Doch. Ja. Ja, oder? Ja. Faser-Verband soll ich herstellen. Okay. Vorhin hatten wir unsere Map noch und Tim hat auch mitgespielt und Mila hat schon ein neues Haus gebaut. Bye. Have a beautiful time. Zerge. Zerge. Danke schön für die Wee-Sub im 12. Monat. Wird so stark. Ein Jahr. Ist sicher, dass das Spiel mit dir besser Haie machen. Ich? Ja, du. Oh, du bist müde. Du bist müde. Ich habe noch nicht wirklich viel gegessen heute. Nee, ich möchte nichts mehr. Ja, ich esse doch nicht so viel Eis. Nee. Du Kühlschrank. Ich esse wohl viel Eis. Wie kann das passieren? Vielleicht hat der Timmer gehackt. Ich glaube auch. Timmer gönnt. Was ist denn? Ist es? Mich regt das auf, dass ich unter Tab. Ich will dieses Dings. Ah, unter I. Okay. I für Inventar. Großbrit. Nee, das kann ich nur nicht essen. Das essen. Okay. Ich finde Wasser, stelle ein Kieselachstherr, untersuche die Ex-Zuson-Archiff. Ich finde Wasser. Wasser ist im Baum drin. Wasser. Wasser. Und man darf hier nicht rennen im Spiel, glaube ich. Weil sonst hat man immer Hunger und Durst. Ich brauche Wasser und Kieselsteine aufnehmen. Ich habe doch Wasser gefunden. Doch. Kieselachs. Kiesel und grobes Seil. Okay. Und, äh, Jungi, Baui, danke schön für die Prise. Im elf, ne? Ein Monat noch, Bruder. Bis zum Jahr. Kuss, kuss. Hä, warum sind die denn braun? Die habe ich noch nie gesehen im Spiel. Mila, was machst du? Ich gehe die Explosion an der Eiche angucken. Okay, ich komme dann auch da, in die Richtung. Bleib stehen. Ich? Nee. Ich gehe aus. Habe ich das Spiel eigentlich noch auf Dings? Auf Grounded? Hallo. Heute kein Intro. Heute machen wir Chitty Millie Sam Sonntagstream. Wo geht ihr? Und, ähm, Dienstag kommt New World und morgen kann man runterladen. Ich muss mir das noch kaufen. Sprüssli. Nein. Dann kann ich mir auch direkt den Hammer herstellen. Dafür brauche ich nämlich Sprüsslinge Nord 2. Was, New World kann man morgen schon laden? Ja. Also, das hat Jagme gesagt. Am Server hat sich immer noch nichts geändert. Dafür hat mich jetzt keiner fragt. Wo es hingeht. Aber ja. Äh, das, äh. Das ist okay. Die habe ich jetzt, wo ich nur den Dings schnell. Eine Schaufel hatte ich auch noch nie, ne? Warum hatte ich keine Schaufel, Milo? Ähm, weiß ich nicht. Das ist der Gökken, der hier. Ja. 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 Ich war schon fast wieder auf den Gläschstabier gestern. Musste Milo auch kaufen? Was denn? New World? Ich weiß nicht, ob Milo überhaupt zocken will. Die hat Angst, dass das nur so ein kleiner Hype ist. Boogier. Boogier. Äh, Eis, dankeschön für den Prime-Star beim 21. What's up? Und Wanya, dankeschön für den Prime-13. Komm zu dir, Milo. Ja. Du musst mir aber nur eine Schaufel bauen. Die hatte ich noch gar nicht. Bye. Have a beautiful time. Dafür brauche ich Eicheschein, dafür muss ich nicht zu dir. Und Lurich, dankeschön für den We-Star am 18. Danke. Danke. Du wusstest schon immer, dass Köln ist ein kleiner blonder Hosenscheißer ist? Bin ich blond. Ich habe straßengüterblonde Haare. Das ist aber nicht so blond wie der Charakter. So ärgere. Diesel. Hey, du hast nur die Nussschalen mitgenommen, ne? Ja. Brauchen wir die Eichenkappen? Hier, 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 hier. Weiß ich nicht. Für irgendwas bestimmt. Hast du mir am wenigsten eine übrig gelassen hier? Ja, da sind noch ganz viele. Das eine liegen lassen, da hinten. Mittlerweile bin ich Prof im Spiel, oder? Ja. Aha, oder? Ja. Bye. Have a beautiful time. Buch, bin nach HD. Dankeschön für den Zap und herzlich willkommen. Ich habe halt nur, ich habe halt echt die ganze Zeit keine Schaufel gehabt gestern. Bist du schon da? Ja. Hier ist der kleine Roboter, stimmt. Ja, ich kann dich. Was hältst du denn von der Idee, wenn wir hier so in der Nähe von der Eiche bauen? So, dass wir direkt bei den Kleeblättern sind, den Nussschalen und direkt bei den Grashalben und alles? Ja, da haben wir ja, wir haben ja in der Nähe von... Wir haben am Teich gebaut. Wir mussten immer wieder hier hinlaufen, um zu farmen. Hier sind wir halt mittendrin, ne? Am besten, you know what I mean? Ja. Nein. Guck mal, hier ist, hier ist irgendetwas im... Oh! Da kommt ja eine Larve raus. Warum auch immer die das jetzt um 8 Uhr morgens releasen? Ja, das Ding ist halt, das haben wir am Dienstag, ne? Und am Dienstag habe ich ja nicht frei, aber ich werde halt trotzdem kommen. Bye! Scheiß drauf, Digga, ja! Raymond, danke schön für Luisa am 17. Und Talo, grüßt euch! Was wollt ich, ich wollt irgendwas machen. Boah, ich hasse das, ich will das sortiert haben. Das, das kommt nicht hier hin, das kommt hier hin. Du weißt, wo das war, Mila, ne? Was? Ich denke, wir sind zwischen 6 und 7 Uhr nachkommen, aber nicht morgen, übermorgen. Um einfach vielleicht einen Anschub zu handeln, das kann wahrscheinlich sein. Du weißt doch, wo wir für die Aufgabe hin müssen, oder? Ähm, äh... In diesen Ameisen-Dings da hier vorne. Ja. Im Westen müssen wir auf mich fallen. Mhm. Das können wir direkt machen, dann. Guck mal, was ist, wenn wir hier... Ich glaube, der Loco hat da oben auch gebaut, Mila. Fährst du mir zu? Ja. Boah, du wirkst so ganz abwesend. Nein. An diesem... Ich weiß nicht, was das ist, äh... diesem Licht. ...diesem Licht. Da, wo die Explosion ist. Mhm. Oder du meinst... Auf der anderen Seite. So, hier, das können wir ja bauen. Nee, jetzt müssen wir... Jetzt haben wir aber... ...den Dschungeltempel. Als Aufgabe. Du musst den jetzt, äh, ansprechen nochmal. Genau. Wir würden den Dschungel... Was ist denn? Dschungeltempel. Weiß ich nicht. Was steht da? Aufgaben. Dein Preis erwartet dich tief unter dem Blätterdach des Dschungels. In einem überwucherten Tempel nur erreichbar bei zwei Gullianen. Er ruht neben dem Metallarm des eins schlagenden Tempelherzen. Was? Was? Warte, war das das, was wir gestern aus Versehen gemacht haben? Metallarm. Warum ist das so verschwommen da hinten? Metallarm. Hast du Saft bei? Ich hab Saft dabei, aber ich hab schon alles gescannen. Wir müssen Haie machen, dann können wir wieder scannen. Welcher Metallarm? Metallarm. Ich weiß nicht, welcher Metallarm. Haben wir nicht gestern Dschungel gemacht? Ist das nicht da an dem Gebüsch? Welcher Metallarm? Ich weiß nicht mehr. Weiß auch nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, ehrlich nicht. Ich weiß auch nicht mehr. Dann lass uns in Google gucken. Da. Ja. Was suchst du dann? Oder? Also meinst du Google, ne? Ja. Dschungel-Tempel. Hallo, Wookie. Dschungel ist der im Baum beim Vogelding. Vogel? Die Leute reden. Das ist noch ein größeres Rätsel, Lioi, was du mir jetzt gesagt hast, als im Spiel schon erst. Was ist denn im Vogelding? Ja, doch. Das ist das, wo wir gestern waren. Okay. Ja, okay. Warte, ich komm. Ich muss auch ein paar Sachen analysieren. Ah, ne. Können wir nicht, ne? Oder? Kann ich? Können wir noch nicht. Wir müssen erst Haie machen. Dann lass uns aber schon mal kurz eben so die Grundbasis von einem Dings bauen, okay? Ja. Ein Scheierbett und so. Ach, die Vogeltrinke da hinten. Ja, genau. Da gibt's auch dann Federn, ne? Guck mal, hier ist ganz viel in der Nähe, ne? Wir haben hier, ähm, die Nussschalen. Hier sind ganz viele... Also hier sind ganz viele Sachen in der Nähe. Ja. Hier gibt's auch Essen. Hier gibt's Spinnen. Was ist mit dem Dings da oben? Guck mal. Da oben rechts. So ein bisschen. Ja, okay. Oder hier auf so einem Baum. Kann man den da drauf bauen? Wir springen da hin einfach. Wir machen. Ein Dings. Können wir das denn schon? Ein Treppel oder so bauen? Aber da ist ein Stock. Der geht da hin. Was siehst du? Weil hier ist echt alles in der Nähe. Hier liegt doch immer viel Essen rum. Und hier kann man Sachen graben. Und vor allem ist hier Dings immer. Okay. Ah, hier der Stock. Ich bin hier oben. Ja, kannst du schon mal seinen Boden hintun? Wir brauchen Truhe. Wir bauen hier oben. Wie der Loco, glaub ich, oder? Wie der Loco, glaub ich. Ich hab da voll den Überblick. Kannst du so einen Boden bauen? Nee, ich kann nur Graswand und Grastür. Boden müssen wir lernen vom Bögel. Von Bögel? Ja, vom Bögel. Guck mal, dann bauen wir da unten am Dings. Ja, dann bauen wir erstmal da unten so Haierbecken. Hier so, hier so, hier so oben, hier so. Ja. Und dann machen wir das später, wenn wir gelernt haben. Hier kommt auch keine Ameise, oder? Nee, auch kein Spinner. Hier mache ich hier. Wir brauchen eine Truhe, ist ganz wichtig. Ja. Ich hab's da frei. Äh, vorwärts, vorwärts, kiste. Brauchen wir, kannst du schon mal Kleeblätter holen? Das andere habe ich alles. Machst du eine Kiste? Nee, ich mache eine Kiste. Du machst eine Kiste. Zwei Kleeblätter brauchen wir noch. Wir sind jetzt Profis, Andi. Profis? Ich kann Nussscherle so machen. Das machen wir top. Kann das sein, Andi, ne? Als kleinen Tipp, dass man nicht rennen soll die ganze Zeit. Weil ich finde das echt extrem hart. Warte, das ist hart, aber. Also, vom Game Design her, richtig dumm. Dass man die ganze Zeit Hunger und Durst hat. Wahrscheinlich liegt das echt daran, dass wir... Fick dich, Spinner. Fick dich, Spinner. Die kommen halt nicht hoch, weil die doof sind. Die kommen wieder hoch. Ja, das haben wir heute Mittag auch mal kurz gesehen. Man kann Mutationen freischalten. Das hatten wir gar nicht aktiviert, Alter. Hallo, Teddy. Hallo, Kampfhund. Hallo, Justin. Schwester Kurshan. Alle hallo. Wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Wir können den alten Spielstand nicht mehr richtig laden. Da kommen Fehler. Ich kann da nicht joinen und so. Oh, wir haben hier sogar Licht. Wir müssen hier nicht mal... Oh. Deshalb hat Loco hier gebaut. Ja, weil der blind ist immer. Bye. Have a beautiful time. Komm nicht hoch. Herr, dir danke für den WeSum 25. Ich wollte einfach mal Danke sagen für die tolle Unterhaltung. Dankeschön für den Support. Und jetzt können wir direkt anfangen, richtig zu ordnen, okay? Ich baue noch ein Kist. Hast du mehrere Kleeblätter dabei? Ja. Dann machen wir hier erstmal... Guck mal, dann machen wir hier beim Zelt die Sachen für die Tiere. Also, die wir von den Tieren haben, okay? Ja. Wir brauchen zwei Kleeblätter nochmal hier. Ja. Hallo, da, Flair. Kann ich... Doch. Da. Und hier kommt das Zeug von den Tieren rein. Äh, das hier zum Beispiel. Nee, warte mal. Wie war die... Wie war die Taste? Ich könnte... Ach, mit R, glaube ich. Genau, R war das. Mit R kannst du ganze Stacks reinmachen. Schleim, Pilz, Stangen, die brauchen wir für Dings, ne? Für Fackeln. Das lasse ich... Aber die halten nicht lange. Dann schmeißen wir die weg, dann nehmen wir die nicht mit. Lieber so eine normale... Da das Essen, da das Essen, da das Essen. Da das Essen. Röstling können wir reintun, die schmeißen wir weg. So, eine Graspucken, die behalten wir. Saft auch. Diese Steine auch rein. Das auch essen. Säuredrüse. Guck mal, können wir direkt Dings kochen? Auch immer alles verkochen, ne? Heute ist so alles entspannt. Ja, heute muss das sein. Hast du schon mal Liberty City gesehen? Ach, das sind... Also ohne das Böse zu meinen, aber Liberty City Mod, die Mod an sich, das ist schon alte Kamelle. Die gibt's schon sehr, sehr, sehr lange. Und es gibt auch den einen oder anderen 5M-Server, der die schon bespielt hat. Leider hat die Map wahnsinnig viele Probleme mit LODs und so. Ähm, aber selbst drauf gespielt habe ich noch nicht. Nein, ich habe Snow zugeguckt. Darf? Ja, Moment, ich nehme erst kurz. Ich habe Snow zuge... Also Breeden zugeguckt. Und mir ist sofort was aufgefallen. Ich glaube, ich kann nie wieder ohne NPC spielen, ne? Ehrlich. Als ich dem zugeguckt habe, das hat mich nervös gemacht. Dass da nix auf der Straße rumgefahren ist und so. Ähm. Ich habe... Warte. Die nehme ich mit. Okay, das... Warum verschiebt sich da denn immer alles, Mann? Essen. Saft. Röse, wo nicht taus. Das ist halt auch Essen. Das nehmen wir mit. Das kann man direkt machen. Hast du dein Fallschirm mit? Nee, ich habe noch keinen. Ich brauche da. Ich habe einen reingelegt eigentlich irgendwo. Aber wofür brauchen wir den? Nee. Hier. Ich lege rein. Nee, das ist meiner, oder? Ich brauche keinen Fallschirm. Dann, wenn du fällst, dann... Ähm, weil... Du bist gestern ein paar Mal gefallen, weißt du? Du bist auch... Damit kannst du dich retten. Achso, wo ist der? Hast du noch einen? Ja, komm. Hier eine Kiste. Du bist aber da dran, ja, gerade. Wie oft kann man den benutzen? Komm mal. Ja, warte, ich muss mal gucken, wie mein Kepern funktioniert. Aua, wie benutzt man den denn? Ähm, mit Shift. Geht unten rechts. Du musst den erst mal ausrüsten, ne? Wie so, achso, den muss man aus... Ah. Mit Shift? Ja. Ah, okay. Das ist ja cool. Den braucht man nicht in der Leiste, okay. Ich dachte, den muss man dann so auswählen. Ähm. Aber... Ich habe mir Keyweins gemacht und essen. So, trinken. Ich auch. Welche Richtung müssen wir denn? Weißt du das schon? Aua, ja. Da lang, glaube ich. Warte, ne. Ja, hier lang müssen. Glauben wir zu trinken. Hier lang? Glauben wir zu lang gehst. Ja. Willst du einen Tipp für gutes Essen trinken? Ähm... Ja, wahrscheinlich diese Viecher, die man... Ist das auf links spinne? Die Milben brauchen wir auch, ne? Warum ist denn die nichts zu ziehen? Ist hier oben nicht so ein Dings, Milo? Ich glaube, da oben sind da nicht diese Fallschirme? Ja. Und wie kann man die ernten? Wenn man die Blume kaputt hackt. Okay. Da hinten ist Wasser, brauchst du? Ja. Kaukörbenfleisch, aber ich hab auch richtig Durst. Wie viel hast du denn noch? Ich hab ein bisschen noch. Ich hab auch nur ein bisschen. Aber da vorne ist noch mehr Wasser. Nimm du den vom Boden. Ist auch noch ein Wasser. Oh. Kaukörbenfleisch. Weil macht Essen und Trinken. Da müssen wir aber unter Wasser gehen, ne? Der Z hatten wir ja auch noch gar nicht gebaut, man. Ich hab zum ersten Mal gerade eine Schaufel gebaut, so. Wir haben ja wirklich die letzten zwei Tage nur rumgegimmt. Aber jetzt haben wir halt vor. Jetzt mach die Milve noch kaputt, aber die brauchen wir auch immer. Ich weiß gerade noch nicht verwertet. Hier ist Ton. Ich hab Ton gefunden. Rechts von uns ist so eine Entdeckungsstation. Da müssen wir in den Decken gehen, ne? Aber das war so ein Schlinkekäfer. Oh, oh. Was ist das denn? Die E3C Wanda Feed Station. Was ist das? Willow? Was ist das? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Bei mir wurden so komische Sachen angezeigt. So, Objekt, Objektnamen. Nein, nein, nein. Die machen nicht Eier. Oh. Oh. Oh mein Gott. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Hast du versucht, sie zu kämpfen? Nein. Ich wollte hier mich verstecken. Ich bin tot. Ja, die miefen halt rum. Und warum hab ich jetzt noch meinen Stock? Verliebt man nicht alles gemacht? Nee, nicht das, was du noch als letztes in der Hand hattest. Nein, ich wollte nicht rushen. Ich wollte... Ich dachte, ich kann mich da verstecken. Ich bin halt wieder der Erste, der stirbt. Die machen halt so... Stinkelgaswolken. Die tut weh. Angst, Potter. Angst, Potter. Wenn du bei mir bist hier, gibst du neues Trinken. Und ich hab auch Essen, glaub ich, für dich. Ja. Achso, ich muss die Sachen... Nee, muss ich nicht. Ich muss die Sachen... Nee, muss ich nicht. Okay, ich komm. Äh, Eggel, dankeschön für den Resub im 13. Monat. Und 13 Monate in Folge. Und Stufe 2 sogar. Keiko Schlau, vielen Dank. Keiko Schlau, vielen Dank. Rickliff, dankeschön für den Resub im 30. Tschüss dich zurück. Und Wessi, dankeschön für den Prime 6-Fanzen. Dankeschön. Hallo, D-Fix. Wie geht's euch heute? Zu diesem wunderbaren Sonntag? Oh, mein Gott. Den hab ich gar nicht gesehen. Den hab ich gar nicht gesehen. Den geht's gut heute. Den geht's gut, ich nicht. Ich bin genervt, hab Kopfschmerz, Leute. Ich wollte schon kurz davor wieder ins Bett gehen. Aber ich dachte mir, warum nicht chilligen Sonntag machen? Waren doch alle fein wählen? Ja, mit Sicherheit. Hoffentlich. Sind die Stinkelkäfer nur da oder schlafen die? Die sind noch da. Ich weiß nicht, ob die schlafen oder bewegen sich gerade nicht. Die machen Haier. Nein, die macht keinen Haier. Oh, da war noch einer. Den hab ich nicht gesehen. Ich renn weg. Ja. Oh, oh. Da kommt der Nächste. Oh, der ist schnell, ne? Hinter... Der verfolgt dich noch. Ach, der ist weg. Hab ich nicht mehr gehört. Und ich hör Westen. Hallo. Warum kommst du denn hier hin mit denen? Ach, es ist noch ein Stinkelkäfer. Der dreht um. Da oben hier ist ein Tropfen. Okay, haben wir noch alles. Da oben hier ist ein Tropfen. Brauchst du Wasser? Nee, aber du, oder? Wo ist denn der? Der war gerade noch hier. Wo? Wo? Tor ab. Oh, oh. Der hat mich gesehen. Der Käfer. Der Stinkelkäfer. Der Wasserflottschen ist kaputt gegangen. Du hast ihn zerstört. Entschuldigung. Oh nein, Mücken. Und ich laufe durch die Scheiße durch. Wie ein Mist. Ich hasse mein Leben, Alter. Und Mücke. Oh mein Gott. Mücke will mich nicht. Ich bin hier bei der Sternmauer. Ja. Muss man wieder mein Dings ordnen. Warum auch immer das nicht automatisch ins Dings gezogen wird, wie ich das vorher hatte. Das ist aber nicht dein Char. Wie cool. Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Timmas Abendbrot machen. Der kommt wahrscheinlich später nochmal. Ja. Wir können den alten Dings abwärts. Achso. Wir können auch ein Haus aus Ton bauen, ne? Hab ich im YouTube-Video gesehen. Das müssen wir auch erst lernen, ne? Wie ist es auch tun? Ich kann nicht so viel laufen. Have a beautiful time. Jetzt haben wir nämlich kein Trinkpäckchen für unterwegs mehr. Nimm den ganzen Ton mit, ne? Ja. Oh, oh. Da ist ein Made. Und Precia ist Dankeschön für die Wii-Sub. Im siebten soll es subteilen. Twitch nervt. Ja, wir bauen diesmal vernünftig. Und auch an einer coolen Stelle. Aua. Hilfe. Ich komm. Lass. Ich muss blocken. Aua. Ich glaube, ich schaffe ihn. Warte. Willow, Willow! Dankeschön. Sie muss neu starten. Ja, genau. Wir müssen in einem Game-Neustart einen neuen Spielstand machen. Schattenbund auf Nifty zumindest beendet. Ich warte auf GTA Live und so. Oder vielleicht ergibt sich auch was in Zukunft. Was anderes. Der P ist nicht beendet, aber wieder eine Kurzpause. Aber das war hier mit den Passworten. Aber hier müssen wir noch nicht hin, oder? Ich meine, das ist also... Nee, nee, nee. Das war hier noch nicht. Goggle sagt, das ist hier. Ja, aber das ist doch hier der Dings, oder? Das. Das Ton. Das war doch was ganz anderes, oder? Also da hinten in dem Dings wieder drin. Wo wir gestern mit Timmer waren, wo wir die ganze Zeit runtergefahren sind. Der Sackgoggle mir, das ist das. Das ist der Dschungel. Das ist der Dschungel-Tempel. Mhm. Das ist der Dschungel-Tempel. Sackgoggle. Warte mal, hier vorne gab es ein bisschen Saft, glaube ich. Oder nicht. Oh mein Gott. Habe ich mich erschrocken, diese Missgeburt, Alter. Eieiei. Alter. Ja, die greift mich auch an. Also die versucht es. Hier ist eine Feder. Alter, habe ich mich erschrocken. Wo ist die Scheiße? Die klebt hier am Baum. Was soll ich machen? Die wird mich töten. Klebt hier am Baum. Oh nein, jetzt wird die mich töten. Ins Wasser. Vielleicht können wir die sogar verhauen. Oh, das hat weh getan. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, wie wir entkommen können. Wir werden nicht verhauen, oder? Ähm, wenn wir erstmal hier unten durchtauchen, dann verliert die uns. Ich mache jetzt schon wieder meine ganzen Verbände weg wegen der Mistvieh, Alter. Okay, wir tauchen durch. Wir tauchen durch und dann warten wir hier, bis die uns verloren hat. Jetzt ist die blöde Scheißdrecksmücke. Hier ist eine Feder. Ja, die ist fech. Aber wir haben noch keine Doppelachse. Oh, oh, die kommt wieder hoch, okay. Nee. Hier links ist nur der Eingang. Ja, aber der ist noch versperrt. Der war doch am Anfang versperrt und dann nicht. Ich weiß aber nicht mehr, was wir gemacht haben. Ja, die Tür ist hoch. Ich weiß auch nicht. Ich weiß, dass über die Klammer, dass wir da hochkommen, auch noch. Ich bin hier oben, ne? Guck mal. Ja, aber auf dem Baum, meine ich. Und wir über die Klammer. Hier waren so viele Spinnen, ey. Mhm. Und ich glaube, wir können, dürfen nur gar nicht hier sein. Was brauchen wir denn nochmal für diese Kack-Dings? Ah, das hätten wir eigentlich schon bauen können, ne? Wir sind so doof. Ja, wollen wir jetzt einfach? Hier, dann machen wir hier. Bauen wir uns hier kurz was auf. Egal, wir schaffen das. Ich weiß halt nicht, ob wir die Spinnen schaffen. Weil die Rüstung gibt halt extrem viel Leben. Wir müssen uns sowieso hier eben einen Schlafplatz machen, damit wir hier spawnen können. So, hier ist ein Schlaf. Ja, das sollten wir sowieso immer machen. Also, wenn wir irgendwo hingehen. Ich hab die Eichelschalen nicht mitgenommen. Ich bin einfach so dumm, ne? Ich hab zweimal hintereinander Verband benutzt. Weil ich falsch den Keyboard gedrückt hab. Ja, wir haben nur angefangen. Mila, wo willst du jetzt hin? Über die Klammer da hoch. Hast du Weasband-Punkt gesetzt? Ja. Komm. Hier wolltest du hoch. Hier ist irgendwo diese Klammer, die auf den Ast geht. Ich glaub, weiter hinten. Bye. Have a beautiful time. Prime, danke schön für die Weasband 9. Was geht, was geht, nix, oder? Oh, Spinne. Der Master. Wir müssen neu anfangen, der Spielstand geht nicht mehr. Ich hab's in mein Leben heute wieder. Ich hab gesagt, Obacht, Spinne. Nee, ich hab im Chat geguckt und bin in die Wunder gefallen. Da oben seh ich schon die Station. Ja, da ist die Klammer. Hier müssen wir hin. Trinkst du das Trinken kurz? Rechts liegt direkt eine Bäre, aber können wir die schon abfarben? Äh, Vorsicht, hier sind Krabbelfiecher, die mich getötet haben. Schnell hier hochkommen. Ich hab mich erschrocken, Alter. Hier sind liegen Müsli-Riegel. Meine. Nö, Tim, man kann's joinen, gerne. Ich auch, oder? Du auch? Ich auch. Ich hab drei Müsli-Riegel. Was soll ich denn hier lernen? Ist egal, was, ne? Ich hab eh nicht viel Ding. Wir müssen eh alles nochmal nehmen. Science! Lustig zwar, was ist das denn? Ähm, müssen wir den Weg jetzt hier lang? Da links ist Wissen. Oh ja, holst du schnell. Wow. Beobacht. Oh. 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 Trinken brauchst du? Ich hab den voll. Ja. Hier rüber? Müssen wir hier rüber? ja irgendwie erinnert mich die stimmen voller diese ganzen schönen bären ich habe doch gerade irgendwo wissen gesehen da unten ja runter da ist auch noch eine raum die haben wir noch gar nicht gehabt hier ist noch ein schirmchen was glaubst du denn sie und wissenschaft ist der sonne hier ist wasser müßlich ich bin voll hier liegt aber nur ein papier aber ich trinke trotzdem ich auch ich habe was gefunden irgendwie so ein Skype B oder so ach das guck mal das ist hier für die Dings für das US oder ja man warte ich muss eben kurz Teams wie gucken ich hoffe dein Mikrofon ist eingestellt ja ja hi Mila muss dir das Passwort sagen schicken ist dasselbe wie vorhin ok wir haben aber neu angefangen ne mhm jetzt hier rüber Mila genau hier einfach ist das für mein Charakter echt laut hä kannst du den nicht auch nehmen ne ich weiß echt nicht egal ich mach ich mach Hups Hups iiih ist ein Frisbee ja nein 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 bleib hier bleib hier Arschloch nein ne ne Base oder sowas wir haben direkt am Anfang quasi hier liegt was rum Mila ja B da hinten 700 Meter zeigt er uns dort an achso bau ne Werkbank anlöse gals okay ja weißt du wo man die Dings ähm wo man die äh Nussschalen farmt mhm da ist ne riesengroßen Lampe so ne Datenlampe dahinter haben wir gebaut ah ok Bananas denn sie dann geschüpfel den Weesup im Elf denn oh das sind Spinnen the love mein bester küsste dich oh pass auf da sind soll ich mal ein paar Nussschalen farm mal raus zu blonkeln hier liegen Verbände ähm im Prinzip könntest du alles wir machen grad ne Aufgabe da hinten ist das Suchquatte ok anderen hier ist noch ein Schirmchen kannst du dir mitnehmen ok Hallo Toxic Hallo Toxic wette diesmal fahren wir nicht runter und sterben weil wir haben Schirmchen äh diesmal können wir runter fallen nicht hier wohin äh diesmal können wir runter fallen weil hier ist jetzt diese Erhöhung da oben da oben Mila da oben kann man gleiten da oben ist so ein Gleiter der nach links rüber geht so ein Schwingescheiß so ein Schwingescheiß guck ah hier sind wir jetzt da oben ist Science oh fuck ja da kommen wir hier rüber nein scheiße wo bin ich hin hier ist auch Science hier ist auch Science ich hol sieht aus wie ein großer Brocken 500 und hier ist der Computer jetzt jetzt müssen wir die Passwort Dinger finden richtig genau das ist nur versperrt ok wer hat hier eigentlich schon über eine Million Pfannflaschen gibt es da ein wie viele Pfannflaschen habt ihr Chat und da da ist eine dicke Spinner die müsste verhauen warum warum ist Mila eigentlich keine Option bei der Abstimmung pass auf die Große weil ich weine deine Schumme tu ich weine mehr nur leise zum glück ist die bisschen buggy ah ich hab den geblockt scheißtex spinnen ähm was ist das denn hier eine Werkbank ne ja ich kann hier rüber und da unten ist nochmal wissen Mila soll ich hier runter gehen? ähm ja knapp 200k 90 300 300 800 dominico du hast 800.000 Pfannflaschen ähm komm ich denn da wieder hoch? ähm oh nein oh mein Gott oh Gott ähm ähm warte mal äh ich glaube ich weiß wo du hier muss es irgendwo das heißt ich weiß nicht wo lang du kannst doch hier ja wahrscheinlich muss ich scheiß vorher alles ab abwerfen ich hab mir New World heute angesehen, also mehr als sonst war das eigentlich mit dir Timma? Spielst du das? äh ich weiß nicht ich hab grad so ne kleine GW2 Krise vielleicht ja vielleicht nein ich weiß ja nicht Roboter? was kann ich denn alles werfen? Kann ich das hier werfen? glaub ich guck's mir aber nochmal ein bisschen genauer an und dann entscheide ich mir nicht was gar nicht Dienstag oder? warte Mila ich komm kannst du mal da rüber kannst du irgendwas da rüber werfen Mila? ja ich krieg den Ziegel ständig ich kann gar nix da drüber ich kann gar nix da drüber ich könnte halt den Speer werfen aber was machst du denn? mit r Mila r hier ist auch ein Stück Passwort sehr gut und ne Spinne oh ne große auch schnell weg ok ich bin tot ja ich bin tot oh nein versuch dich zu retten versuch dich zu kriegen hier ist halt ne große Spinne ne die wirst du nicht schaffen oh oh ne ich bin low vom Leben her ich spiel's beim wir hätten der Zelt woanders hin tun sollen ich könnte vielleicht hier oben nochmal eins bauen das Zelt steht an einem richtig dummen dummen ja wir kamen halt leider noch nicht hoch und wenn du Kleeblatt eins noch mitnehmen könntest dann können wir hier oben vielleicht eins bauen wenn du wiederverwertest kriegst du glaube ich ein Kleeblatt ich nehm das einfach mit und verschieb das bei der Lampe seid ihr? oder welche Lampe seid ihr? ja direkt an dem ganz großen Baum ne Lampe wirst du über das ein Amazon Game ja ja aber das sieht verdammt fresh aus alter ist halt MMO und der lässt dich hasse ich hasse mein Leben ich hasse mein Leben alter warum? weil der schon wieder das Zelt fallen gelassen hat und jetzt brauche ich wieder 50.000 Jahre bis ich da bin ich hasse es einfach nur das Game tiltet mich des Todes ne Ich kann mich nicht schraub mal hin ich bin spielen da ich brauche nicht Traum Hier komm ich gar nicht hoch, Mann. Ja, okay. Kommst du darauf, Da Vinci? Also, legit, ich weiß nicht, wie ich gerade da hochkomme, Mila. Warum? Das regt mich schon wieder auf. Ich weiß nicht, warum, aber es regt mich auf. Warum stell mir denn das Zelt da hin? Warum da? Warum? Ja, weil wir es vorher noch nicht näher hätten machen können. Doch, hätten wir wohl. Du kannst jetzt diesen kleinen Durchgang nehmen, glaube ich, meine ich. Nee, da laufe ich jetzt nicht hin, weil das geht nicht und dann bin ich fulltelt. Sonst musst du den Baumweg halt wieder... Ja, aber den finde ich nicht mal. Und es wird schon wieder dunkel. Soll ich sonst versuchen, zu dir zu kommen? Ja, und was soll er einen Sinn ergeben? Dann können wir zusammen gehen. Ja, der gibt doch gar keinen Sinn. Ja, aber ich weiß ja nicht, wie soll ich dir sonst helfen, den Weg zu verliegen? Gar nicht helfen. Aber ich glaube, die Tür ist auf und er leuchtet grün. Brauchst du mir nicht helfen? Mach weiter mit dem Passwort-Ding. Es ist halt schon legit dumm gewesen, ab wir überhaupt hingegangen sind, ohne uns voll diese Max-Helf-Rüstung zu bauen. Dafür brauchst du ja nur Nusschein. Oh, das kann ich dir gar nicht sagen, Da Vinci. Aber ich denke mal, jetzt, da WoW ja am Sterben ist wegen den ganzen Skandalen und so, werden die schon ein bisschen reinkloppen, um der Top-MMO zu werden. Da hast du schon richtig, was er sagt. Also meistens, die meisten Amazon-Games bisher waren ein absoluter Reinfall. Aber ich hoffe immer, dass sie daraus lernen. Ach, nö. Nimm es doch! Mein WoW-Abo ist nachher es wie Tor gewandert. Ja, ist auch ein cooles Spiel. Und existiert schon sehr lange. Habe ich auch noch nie irgendwas Negatives mitbekommen gehört oder so. Ach, jetzt pennt die Dreckspinne, ne? Diese Miske. Aber WoW hat sich halt komplett selbst in der Ausgeschossen, also ehrlich jetzt. Ich glaube, die meisten Influencer, die das auch überhaupt noch zocken, machen das auch nur, weil die irgendwie auf irgendeine Art und Weise mit ihnen verpartnert sind. Und ihr Cash halt nicht verlieren wollen. Vielleicht war sie davon Leben oder so. Also wer das dann noch unterstützt. Okay, das Ding ist jetzt direkt, äh, direkt am Baum unten wieder. Ich glaube, wir werden auch nachher jetzt ausstehen. Das stirbt schon seit ein paar Monaten. Beziehungsweise seit ein, zwei Jahren schon. Die verkacken aber heute immer wieder. Woher? Äh, Wipe, danke schön für den Primes ab im 37. Monat. Wir haben BDO, sucht man für BDO-Nummer? Äh, Black Desert Online. Ach ja. Ja, und dann gibt's ja nur dieses Final Fantasy-Klicks, ne? Mh, ja. Es gibt noch mehr, aber die meisten davon sind halt eher so... Guild Wars! Guild Wars ist halt echt sexy gewesen, Alter. Das ist kein Scheiß, Mann. Das ist kein Scheiß. Ja, jetzt mit DirectX 11 auch mehr FPS, tatsächlich. Ja, du hattest ja vorher schon die Mod mit DirectX 12, ne? Also, ich hatte die, ich hatte ja, ich hatte gute F-Bester. Ich hab unten die Tür aufgemacht, Mila. Und ich hab meine Klamotten wieder. Bist du überhaupt nur da? Ja. Mila? Ja? Ich hab' die Gung, hab' vergessen. Ähm. Guild Wars, der Hammer zog in das seit neun Jahren. Ja, ich konnte... Ich hab halt das große Glück gehabt, dass ich direkt zwei Leute kennengelernt hab, wie Schattenboden und Timmer, als ich da, dass Mila und ich das gezockt haben, die uns das direkt fresh erklären konnten, ne? Ja, kann man so sehen und so sehen, ne? Ich bin immer ja auch immer kein Fan davon, so Leuten zu erklären, wie sie das Spiel zu spielen haben oder sowas. Die meisten Erfahrungen müssen die Leute süß machen, ne? Ich hab' zwei Schnipsel jetzt, und du, Mila? Ich hab' auch schon einen gefunden, das heißt, wir brauchen nur noch einen. Ja, ich hab' sogar drei. Du hast drei Schnipsel? Ja. Dann sollten wir eigentlich alles haben. Guild Wars war geil. Ich bin noch ein bisschen ausgerastet mit dem Ingame-Shop, Alter. Aber wohl so viel Geld hab' ich gar nicht ausgegeben, also, das war noch sehr human. Aber es ist schon... Das ist halt das Ding bei Guild Wars gewesen, so, es ist sehr verlockend, sich, äh, kosmetische Items zu kaufen. Einfach, weil das extrem gut aussieht. Nee, uns fehlt noch eins. Vielleicht muss ich da sein, dafür? Hast du die Dings schon als erwarten, kann man schon... ...stimm, Natia? Ja, hab's. Nicht alles mitgenommen, ne? Ich hab ein... ... einiges mitgenommen. Aber mein Inventor ist voll. Es fehlt noch eins. Ja. Also, eigentlich, wenn du sagst, du hast drei und ich hab eins gefunden, dann sollten wir eigentlich alles haben. Ich hab drei Stück. Ich hab einmal Passwortschnipsel UR... Achso, du guckst... Achso, da guckst du. Ja, dann... ... dann haben wir beide... ... wir haben insgesamt drei. Eins brauchen wir noch. Achso. Jetzt zählt das immer... Das zählt auch für dich, okay. Ja, genau. Dann new world das nicht aus, weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Haben die einen In-Game-Shop? Äh, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ja, haben sie, soweit ich weiß. Aber auch wahrscheinlich nur mit Cosmetics, ne? Hast du das von oben? Okay, ich hab... Ich seh... Ich seh hier das letzte Schnipselstück. Wo denn? Ähm... Du musst halt oben drauf auf diesen... ... Ding, wo wir sind. Nur von oben kommst du da rein. Hier ist so ne Luke. Haps. Das ist so ne? Das ist so ne. Ich habe es geschafft. Der Spacer hat seine Magie gemacht. Ich habe ich erfolgreich aus dem Plastik-Polohedronen Dice von der Größe von Standard Dice Aber wir können das dann noch immer drücken. Da fängt ein Smoothie-Küche an, aber wir können das jetzt kommen wir hier. Ich glaube die Gasmaske, ne? Eckenlabor. Ja. Das wartet schon, jetzt passiert hier gar nichts mehr, ne? Ja, genau, hier. Liefere den Chip bei Burgl ab. Okay, analysiere, Grasplatte, ja blablabla, Bergbank. Kommen wir jetzt ab nach Hause wieder. Soll ich schon mal eine Bergbank bauen? Ja, wenn du kannst. Oh mein Gott. Ja, kriege ich hin. Was? Ich bin bei den Schwingen gelandet, hier hinten, komm, warum noch? Gut. Das Problem ist ein bisschen, auf der Plattform, wo ihr hier gebaut habt, da kann man echt wenig platzieren. Ne, das ist nur so ein Zwischenlager, wir werden da eine Dings bauen. Genau. Wir müssen gleich erstmal bei Burgl lernen, wie man eine Base baut. Wir könnten Lehmplatten bauen, ich weiß nicht, ob die gut sind. Ja, das musst du erstmal lernen. Ja, die können wir schon. Warum müssen wir bloß Lehm für Farben, aber dafür brauchen wir Schaufeln und so ein Schild wahrscheinlich, ne? Haben wir. Wir sind fast jetzt schon so weit wie gestern. Außer vom Bestand, den wir in Inventar hatten. Ja, die war von unserer, ne? Aber von der Story her, genauso wie gestern. Ähm. Aber wir sind besser durchgekommen. Ja, das war jetzt kein Krampf. Newark. Ach so, ein Verband hält dich komplett hoch. Ja, das dauert nur kurz. Der ist halt ein Hot. Aber an der Stelle, wo wir sind, ist richtig viel Saft immer. Und auch diese Dings und so, das ist richtig gut, weil wir brauchen den Heelscheiß. Genau wie die Dinger hier. Ja, da sind immer diese Saftbrocken, ne? Die kann man abbauen auch. Ja. Ich hab sogar gesehen bei YouTube, manche bauen sich so Farmen, wie man diese kleinen Käfer und so alles, äh. Also wir haben auf jeden Fall genug Essen oben. Ja. Ja, aber dann kommen die davon automatisch rein und so. Die Lampe da oben ist crazy. Gummibären. Überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Da sind die Gummibären. Also, was ist jetzt Timmerstag, seit jetzt auch oder nicht? Was, New World? Ja. Ähm, ja, ich guck mir das nochmal an. Ich weiß gar nicht, wann fängt das an? Dienstag. Um 8 Uhr. Na ja. 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 Muss halt arbeiten gehen. Keine Ahnung, vielleicht, ja. Ich will immer mal gucken, wie es aussieht, wenn ich es mir leisten kann. Eigentlich war das mit dem RP, also wenn man das mal so betrachtet, ich bin mir ziemlich sicher, dass das passiert wäre. Eigentlich wäre das mit dem RP sowieso alles zusammengebrochen, weil das komplette PD, zumindest die Leute von uns, hätten zu dem Zeitpunkt jetzt zu New World Release eh nicht mehr gezockt und ohne PD wäre auch unser RP kaputt gegangen. Weil wir haben mit gar keinem anderen irgendwie was zu tun an dem RP, außer unseren Storys und dann die Cops. Hallo Unicorn, hier ist eine Schaufel. Bringt mal ganz viel Faser mit, wenn ihr welche habt. Äh, immer wieder, wenn ich das sehe, lass trinken wieder. Oh ja. Brauchen wir nämlich wirklich viel. Nein. Er ist kaputt. Er geht kaputt. Ich brauche kein Trinken, machst du? Ja, ich brauche. Ja, ich brauche. Echt? Ja, schnell. Da. Und esst mal nichts, ich habe hier Essen gemacht. Jetzt ziehen wir das mal hier professionell auf. Bei Groove 3.0 auf GTA Live. Also wenn ich wieder zocken würde, dann auf jeden Fall den Groove Character. Ja. Ob so wirklich, äh, so wirklich gang-gang-mäßig wieder weiß ich nicht. Aber man kann ja so einen kleinen, kleinen Genove-Gauner irgendwas Gangster spinnen. Oh, da ist eine dicke böse Spinne. Oh. Guck mal, so wissen wir immer, wie wir nach Hause kommen, weil da haben wir nicht. Man kann sich auf so Wegpunkte setzen, irgendwie. Oh, ich weiß nicht. CopRP, Alter. Du hast halt auf jedem deutschen Server immer das gleiche CopRP, ne? Akten schreiben, Akten schreiben, Akten schreiben. Außer du sitzt im Team, bist in der Projektleitung, da musst du keine Akten schreiben. Also wir könnten, glaube ich, schon das erste Rüstungs-Set bauen. Also nicht für alle bis jetzt, weil wir brauchen noch Eichen-Shit, aber ansonsten haben wir alles. Oh, Spinne. Wollen die Ameisen denn von mir? Gucken wir dich an. Eine Grasplatte im Ressourcenanalyse. Hat jemand eine Grasplatte? Ja, nicht hier. Nee, so ein Teil. Aber ich geh mal hin. Ich würde erstmal schlafen, oder? Damit die dicken Spinnen schlafen gehen. Und Dings verändern, den Respawn hier hin. Erstmal pennen. Kussi wollen die, die kriegen auch kein Kussi. Was ist morgen? Morgen ist Montag, Bruder. Ja, was meinst du jetzt? Gibt es wohl kein GTA-RP aktuell mehr? Habe ich was verpasst? Nee, momentan nicht. Ich kann mir ja GTA nicht aus dem Arm schneiden. Nifty. GTA Live wird aber jetzt bald released. Okay, da ist Essen. Ich pack mal Essen da rein. Und Essen. Und hier ist unsere Krabbelkiste, ja. Und den Saft auch. Ja, ich habe ein bisschen Essen gebraten. Ich habe mal ein paar Fliegen geflachtet. Das war schon fleißig, ne? Ja. Ja. Ich habe, äh... Ja, ich habe irgendwie ganz, ganz viele Fliegen in der Lampe getötet. Ich glaube, das ist auch deshalb ist er doch gut. Hier. Essen. Ja, die Lampe ist top. Nachts kannst du da essen fahren. Doch deshalb hat der Loco da gebaut, weil der da Fliegen gibt. Weil der so dolle stinkt. Ein Stück einer Rüstung. Äh, wir haben jetzt noch zwei... Ich kann noch zweimal analysieren. Soll ich Milben? Ja, warte, warte, warte. Lass mich eben was analysieren. Ja, ich habe Milben und Fliegenpelz dabei und... Säuredrüse. Ich weiß nicht. Warte, 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 warte. Was ist das geworden? Was hast du denn dabei, was du analysieren willst? Äh, diese Spinnenfäden, die fertigen... ...Saitenseit. Hm, save fur. Dann müssen wir gleich noch ein paar Eicheln kloppen gehen. Und ich habe noch hier für Curtis Rüstung. Ich weiß nicht, wie müssen wir dafür... Warte, ich habe Rüstung schon hergestellt. Diese Bärenbrocken habe ich noch. Wir müssen zu Börgel, ne? Seid ihr da schon? Börgel, ja. Wir sind bei Börgel. Dann haben wir keinen mehr, ne? Letzte Nacht arbeiten, an dem wir meine Motivation gesehen... Hahahaha. Wo ist mein Schwester? Fristusbrett. Oh Gott. Warte, hier ist doch auch noch Schein. Wurde der Server eingestammt, beziehungsweise aufgegeben... Im Prinzip aufgegeben von meiner Seite aus, ja. Weil der Server mich mehr aufregt, als er sollte. I have Durst. Klingeling. Meine Schwester rastet richtig aus mit ihrem Thermomix, Alter. Die ist heute extra nach Düsseldorf zu einem Rewe gefahren am Flughafen, Alter, um einkaufen zu gehen. Weil heute Sonntag ist und nichts aufhatte, weil die unbedingt irgendwie von Naheneis und so machen wollte. Musst du jetzt her zur Burgi, oder sollen wir machen? Ihr könnt ruhig machen. Was machen wir noch? Den Chip abgeben. Mila, mach du mal, ich mach. Ich lauf weg. Weil ich am Ende... Warte mal, wenn ich researche, kann ich auch was für uns alle freischalten? Warte, ich komm. Oder? Wir haben keinen Researchplatz mehr frei. Wir haben jetzt alle drei aufgebraucht, gerade. Okay. Ich kann jetzt mehr geschossige Basen lernen für uns. Also gar keinen Bock mehr auf GTA aktuell. Doch, doch. Aber wo soll ich spielen, Bruder? Oh, was haben wir denn jetzt alles gelernt? Ich warte halt auf GTA Live. Da ist halt Back to the Roots. Den Server möchte ich mir gerne mal angucken. Weißt du, wer den macht? Ja, das sind quasi die von ganz, ganz früher. Also eine Projektleitung weiter als Anashi damals. Das macht der Dennis und, äh... Ismail, glaub ich, hieß der und so. Wir sind ja auch schon extrem lange dran. Also locker schon zwei Jahre oder so. Bester Kusch, ich mag Zitrone jetzt bitte. Jetzt können wir Grastreppe uns bauen. Hier, fangen könntest. Merkst du selber, ne? Übrigens wollen die Ameisen hier hoch unser Zeug klauen. Deshalb sind die da unten. Nee, dürfen die nicht. Soll ich die töten? Timmer ist ein Mädchen, Timmer ist ein Mädchen. Guck mal, meine Haare wackeln. Guck mal, meine Haare wackeln, sagt der. Hä? Camomix sucht Berater schon bestellt, Hörnchen. Dankeschön. Haben dann auch alle ihre schönen Karo Schuhe? Das war ja damals so, ne? Mila, du baust? Ja, ich baue. Oder zeig mir, dann kann ich, äh, richtig Dings, äh... Ja, lass Mila bauen und wir gehen Eicheln fahren. Grasplatten, okay, warte, dann muss ich aber erst... An den Grasplatten ist ja nur so. Kannst du ja mit der Hand nur nehmen. Ja, ich gehe Eicheln fahren. Ja, wir brauchen Grasplatten gleich, ne? Wir brauchen Eicheln. Ja, geh du Eicheln machen, ich gehe Grasplatten. Wollen wir mal was trinken? Oh, du hast einen Tropfen. Das Ding will mich verarschen, Alter. Das Kleeblatt. Koppeln? Ich habe noch nie in mein Leben Mangoeis gegessen. Wat? Was soll ich machen? Oder ich komme aus dem Ghetto, ich gehe McDonalds, weißt du was? Was ist dein Lieblings-Eis? Weiß ich nicht. Ich war immer so ein Zitronen-Fan, aber danach war irgendwie mein Mund so komisch. Mein Mund ist immer schon komisch. Ich mag Erdbeereis mit frischen Erdbeeren und ich mag auch Stratzatella-Eis mit frischen Stratzatella. Und ich mag Cookie-Eis mit frischen Cookies. Wat wollen die von mir? Ich bin frische Stratzatella. Ich bin das. Wat wollen die Arme von mir? Die laufen die ganze Zeit nach. Und die sind jetzt böse auf mich. Warum? Weiß ich nicht. Da sind die böse auf uns alle. Ich hätte rote Augen. Nee, man kann hier nicht dran bauen. Kann man nicht? Nicht unterstützt. Nee. Ja, dann bau hier oben bei dem Holz. Versuch hier so ein Ding zu bauen, Müller. So ein Baumhaus, genau. Nee, warte, 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 stopp. Hier irgendwo darf ich bauen. Ja, genau. Ich brauche halt einen Anfang. Das sind keine Eicheln. Oder soll ich mal gucken? Ja, dann guck du halt. Wie geht das denn? Wie kann ich so eine Bodenplatte bauen? Du gehst auf Tab, auf Herstellen. Und dann siehst du dieses Baugerüst. Da gehst du drauf und da drückst du Gasboden. Nicht unterstehen. Okay. Oh mein Gott, ich sehe das jetzt schon wieder. Komm, ich sitze hier bis 4 Uhr nachts. Okay, vielleicht können wir auch hier bauen. Hier ist sogar vielleicht cooler. Hier könnte ich bauen. Hier dran. Hier quasi so einen Anfang finden, eine Brücke rüber bauen, sodass das, weißt du, irgendwie so ist. Dann können wir auch hier so bauen, guck mal. Dann können wir auch das hier quasi so zubauen. Verstehst du? Ja. Mina, du irritierst mich mit deiner Platte. Bitte. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Wo geht's? Kann man da jetzt schon rüberlaufen? Nein, ne? Nee. Oh, wir haben hier noch eine Forschungsstation neben uns. Was braucht man denn dafür? Guck mal, Mina. Hier so, weißt du? Wie ein Baumhaus sollte ich gehen, neues Ding so. Ja. Oder komm mit, wir brauchen beide. Eigentlich müssen wir zu dritt. Kurz, äh, gehen. Wohin? Grashalme. Oh, 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 oh. Da unten. Nee, doch nicht. Alles gut. Huh. Okay, ich bin doch tot. Lass mich raus. Lass mich raus. Ah, so ein Kackenhof. Was denn? Ich stehe in der Vorstation und die stünde Spinne steht genau im Eingang. Aber ich kann sie töten. Bist du tot oder bist du nicht tot? Nee, ich hab mich gesaved. Ich pack mich einfach in die Ecke rein und sie trifft mich nicht mehr. Rothaarig, wie immer. Sehr gut. Hallo, Dieter. Und schönen Sonntag ebenfalls. Und Pande, Pande, Pande Cruz. Pande Mi Cruz. Pande Mi Cruz. Dankeschön für den Freundschaft und herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. In der Milan Nation. In der Milan Nation. The Curtis Nation. Oh. Warum sind die so viele Spinnen? Bauen. 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 Wer auch gern Rüstekäfer. Warum? Weil die so süß saß. Wir könnten jetzt noch einen breiter bauen. Oder einen hier so hoch. Also hier. Dann könnte man hier so eine Treppe machen. Hm. Haben wir schon eine Treppe? Nein, ein Dach haben wir. Die Dach, Dach, Dach. Eine Exwand. Bin ich schon wieder blind? Leben, Rampe. Können wir machen. Wir haben sogar Leben. Wir haben Treppen, wenn du ganz, ganz runter bist. Ach, der Gras, Treppe. Da brauchen wir aber Unkrautschdinge. Wo kriegen wir den denn her? Löwenzahn. Genau, Löwenzahn oder von diesen Unkrautdingern. Warte, ich kann mal gucken, ob ich Löwenzahn finde. Ich brauche sowieso nur einen Fallschirm. Löwenzahn ist am... Da ist Löwenzahn. Ich habe Löwenzahn gefunden. Kannst du mir einen Fallschirm mitbringen? Ja. Ich habe sowieso noch einen Fallschirm. Hat er mir geantwortet mit Wandantworten? Einfach, ihr seid blind, nicht ich. Ausrufezeichen Döner. Boah, ich hätte jetzt Bock auf Döner. Ich habe heute Fischstäbchen gegessen und Spinat und Salz. Ganz viel Salz. Der Kartoffelpüree. Der bestand aus Salz. War so ein Haufen Salz, ja? Ja, einfach Salz. Auf den Löffel. Guck mal, was ich habe. Die bespielen halt auch. Hier ist eine Biene, Sunse. Ja, aber wir sind noch nicht stark genug dafür. Ich habe schon Rüstung an. Nicht ab. Wo ist denn die her, die Dinger? Von einer Pustkunde. Der beste Kusch hat sich heute gefragt. Was denn? Die Ton. Äh, okay. Hatte ich nicht. Egal. Was denn? Schon gut. Schon gut. Sollen wir noch eins in die Länge gehen, oder nicht? Noch breiter auch noch. So, noch ein bisschen länger und ein bisschen breiter, aber auch. Ich hatte, glaube ich, vier lang, drei breit. Wie kann ich was löschen? Äh, X. X. Nee, wir gehen so und dann gehen wir in eine Höhe einfach. Okay? Ja, okay. Aber, nee. Nee. Geh weg da unten. Geh weg. Wenn wir Pfeilbogen haben, dann können wir die von hier oben vernichten. Genau. Nee, dat nervt mich, ja. Dat Blatt nervt mich. Dat hat mich genervt. Oh, mein Gott. Ich hab's runtergeschmissen auszusehen. Ob du Bananen schickst? Ja. Scheiße, das ist nicht. Äh, Mila? Ja? Lass mal kurz hier stehen. Komm mal hierher, zu der Truhe. Oh, mein Gott. Ich dachte, das wäre schon Boden. Ja. Legt ihr kurz was rein. Ja. Ich hab's dir kurz was rein. Achso, danke. Guck mal, machen wir das auch. Dann sieht das nicht so schäbig aus. Hm? Kann man das wegmachen? Dankeschön. Wie kann ich denn... Achso, wiederverwerten. Ja. Ich brauch... Oh, oh. Wir haben so eine große Spinne geweckt. Ich brauch mehr Gras. Platten oder... Platten. Platten. Ja. Pass auf, da war eine Spinne unter dir. Ich hab eine Spinnenphobie. Ach, keine Angst. Spinnen sind harmlos. Ich war heute duschen und da war eine Spinne in der Dusche. Die hab ich auf den Finger genommen. Und dann hab ich die am Fenster hingetan. Sonst wär die ertrunken. Außerdem war die eh schon geschädigt fürs Leben, weil die hat mich nackt gesehen. Dann brauch man die nicht auch noch irgendwie verletzen. Guck mal, der Beatty spielt auch. Der fragt nicht, ob der mit uns mitspielen will, ne? Darf? Ja. Dann wären wir zu viert. Also Beatty, wenn du das hörst, komm gerne her. Die hat mich nicht gebissen. Das ist eine Lüge, Oma. Lügen, Oma. Ach, jetzt ist Kurt Spiderman. Ja. Wir brauchen immer nur Grasplatten. Mila Morgen. Bei der Kurtis. Mila Morgen. Ja, ich hab erstmal mein Inventar leer gemacht. Weil das war nicht leer. Heißt, ne, die Arme. Wenigstens mussten die sich nicht deine Modelfotos auf Instagram angucken, da Vinci. Ja, du mal ganz kurz. Klappe. Oh mein Gott. Du Influencer mit 20 Follower. Oh, das tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Aua, ich bin tot. Ich bin verdurrt. Ich hab's nicht gesehen. Ist das dieses Instant-Kammer von dem angerichtet? Ja, das war's. Ich hab mal vorher gesagt, da tut mir leid, bevor ich geschnitten habe. Ich wollte nicht so sein. Danke, Shad. Danke für kein BSG. Super. Ich hab' den Carlos gemacht. Mila steht da einfach rum und drückt nur Links-Klick. Wo? We need Grasplatten. Ja, ich mach doch gerade. Warte mal. Hallo, Beatty. Hallo. Möchtest du mit uns spielen? In unserer Crew? Grounded. Grounded? Ja, wir haben gerade ein neues Spiel angefangen quasi. Ja, kann ich machen. Dann sind wir zu viert, dann ist Gruppe voll. Ich lösche jetzt YouTube-Channel, hat keinen Sinn mehr. Aua. Du musst nicht mitspielen, wenn du nicht willst, ne? Doch, doch, doch. Warum trägt man diese Platten eigentlich immer wie so ein Tablett, Alter? Mach lieber die Kreisrundetreppe, oder? Achso, dafür noch. Kreisrundetreppe? Die Eichel? Ja, für nach oben bauen diese Rundetreppe. Dann machen wir hier eine Platten. Oh, dankeschön. Warte. Hast du da mit dem Thermomix drin, was? Voll geil. War dick für sie, ne? Oder der Ström ist verstopft. Da ist eine Fliege drin. Dankeschön. Ja. Wie komme ich da rein? Ich muss dich einladen. Nein! Einladen. Tati, schreib den Code hier rein in Teamspeak. Ach, Unkrautschding. Mit Fenster, okay? Bleib den. Passwort ist nicht korrekt. Ist ja wohl korrekt. Ist ja wohl korrekt. Du gib nochmal einen. Ich hab's auch so gehabt. Boah, wir haben krasse Aussicht. Ich hab ein Problem beim Betritt des Spiels. Überprüfe, ob das Spielpasswort korrekt ist. Das ist korrekt. Würde ich das vielleicht auch schreiben? Was ist das? Ach, der Mann, die Klappe, dann ist nix für dich. Geh weg. Mama Mia, here I go in. Komm, Kicker. Okay, ich hab eine Sache nicht, ähm... Ich bin vergiftet. ...gedacht. Sehr wahrscheinlich. Was passiert? Die böse Spinne hat mich gebissen. Ich weiß nicht, dass die wach ist. Scheiße, ich hab eine Sache. Na doch, wir können einfach... Wo ist sie? Ja, die war... Die ist da weggelaufen. Nee, mir geht wieder gut. Ich kann da nicht rein. Für diesen Beat hier. Aber das ist das richtige Passwort. Gib ein. Prüf auf das Spielpasswort. Keine Kicker. Keine Kicker. Bei Freunden so. Hm, Houston, we have a problem here. Lass mal dämmen, Ruhe. Ruhe. Gar nix dämmer. Das ist ein Survival-Spiel, wo man ein kleines dämmerkosch. Leider kann man den Shake nicht mit Sträum trinken, wegen den Schokodingern. Hallo, Safi. Das Ziel ist das Spiel zu überleben und die Story spielen. Warte noch nicht, Mila. Oh nee, du hast ja voll schief gebaut. Ich hab in den Berg reingebaut, weil ich bin in den Boden. So, die Wand geht noch, aber da müssen wir gucken, wo wir den Dings machen. Aber eigentlich dürfte die gar nicht höher sein. Warum ist die hier höher als die hier? Ich glaub, die Fenster sind generell, glaub ich, immer tief. Genau wie Türen. Okay, wenn du das sagst. Ja, ich sag das. Einfach mal so. Okay, wenn du das sagst. Ja, ich wollte irgendwas. Hey, die Arme sind, glaub ich, mit Stuff. Die Fixer. Los, du, schnell, lieber. Nimm mal das Bild. Was ist hier los? Das machen die immer. Die klauen immer, auch aus unserem Turm. Die dürfen aber nicht aus unserem Turm klauen. Machen die aber einfach. Können wir die einfach ausrotten? Wenn du Gips hast oder eine Lupe. Eine Lupe. Ja, aber lass das lieber Off-Stream machen. Was? Uns ärgern alle wieder. Warte. Genauso wie mit Fanti. Ich hab gar nichts gemacht. Kannst du mich nochmal einladen? Vielleicht geht's dann. Wer hat denn die ganzen Dings geklaut? Wie war es? Joby einladen. Wir brauchen für... Achso, ihr habt das schon fertig gebaut. Okay. Das Spielpasswort ist nicht korrekt. Doch, das ist korrekt. Ja, sonst machen wir auch... Aber dann geht das ganze Gras weg, was Tim, glaube ich, besät hat, oder? Ja, deshalb machen wir das ja auch noch gar nicht. Wir lassen uns aber schnell das ganze Gras da aufsammeln und verbauen und dann machen wir kurz... Lobby restart, oder was? Ja. Kurz Lobby restart. So, hier, krass. Kein neues Gras mehr holen. Kein neues Gras noch. Aber da liegt doch noch was. Äh. Ja. Fünf gehen da noch, oder nicht? Ja, warte mal kurz. Da liegen nochmal fünf. Da ist nicht klug, eine Tür hinzumachen. Ja. Können... Können... Warten... Nein! Doch. Was? Wir könnten... Ich habe eine Idee, okay? Okay? Nein. Brauchen wir noch mehr Gras? Ich warte. Einmal bitte... Ich muss mich konzentrieren, bitte. Geh mal bitte... Geh mal bitte... Geh mal bitte weg. Geh mal bitte weg. Geh mal bitte weg. Warum... Nein! Warum will der... Will der nicht machen? Doch, will der. Der will, wie ich das will. Ich habe das Spiel gekauft. Habe ich nicht. Ich will nicht. Warum will der die Treppe da nicht hinmachen? Warum will der die nur da hinmachen? Machen wir hier oben die Tür. Ich bin schlau! Will der bebauen, oder was? Ja, kann's doch. Ich bin super... Super fancy und super schlau. Wir brauchen noch mehr Gras. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Gras. Jetzt haben wir sogar... Aber hier ist doch oberes... Oberes Stockwerk schon, oder? Ähm... Äh... Aua. Der Dattenheißen. Ich meine, ich verteu dir natürlich. Ich hatte's doch gerade... Wir brauchen mehr Kiffgras. Muss los. Keiko Schmunk. Äh... Ich habe ganz viel... Gras. Oh mein Gott, da kommt die Spinne. Mach die hier. Bitte. Und die Wand noch. Aber die habe ich nicht. Ja, die habe ich nicht. Dann musst du nur mal Kiffgras holen. Wie baut man denn hier die Decke auch mit Gras holen, Mila? Ähm... Ja. Aber warum ist da Tür? Warum ist... Ähm... Achso, okay. Ja, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Okay. Dann müssen wir hier so... Guck mal. Dann machen wir so. Ne? Hier können wir dann links hoch. Und hier ist Keller. Do you understand? Ja. Und dann machen wir hier nur einen. Dann haben wir hier Keller. Und auf den können wir dann wieder aufbauen mit neuen Wänden. Und dann müsste... Da müsste sogar fast alles gerade sein. Ja. Also falsch. Restart jetzt? Aber warte, warte, warte. Oder er wollte ja erst noch fertig. Müsste erst noch was? Müsste erst noch was? Dann muss eine Tür noch dahin. Ja, das sowieso. Bleibt nicht, ne, wenn wir restarten, oder? Wie kommst du dazu? Ich glaub das doch. Ich glaub nur so... Okay, lass uns restarten. Okay. Du restarten. Ich speichere erst mal. Wo ist denn der Da Vinci YouTube-Channel hin? Ach, der Da Vinci trollt schon. Speichern. Lassen. Dress it in blood eggs. Dankeschön für den Prime Sub im zweiten. Und Kian, dankeschön für den Re-Sub im zweiten. 2552. Und QB, dankeschön für den Prime Sub im zwanzigsten. Hast du das gerade laut gesagt? Ja, habe ich, aber ist doch ganz klar. Sonst kann doch eh keiner joinen. Kommt doch! Kommt doch! Kannst du mich einladen? Ja. Ich auch. Lobby einladen. Lobby einladen. Ist der Beatty überhaupt da? Lobby einladen. Ich habe jeden jetzt eingeladen. I'm da, ja. Das Spiel sieht echt lustig aus. Himmars da. Wart mal, wenn die ganzen Insekten da sind. Ach, jetzt kann man seinen Skin wieder... Ne, kann man nicht. Mila hat einfach gestartet. Ich habe einfach gestartet. Man muss trotzdem aussuchen. Was macht denn der Patrick da oben im Teamspeak-Channel? Den habe ich ja noch nie gesehen. Okay. Jetzt habe ich eine Frage an das Spiel. Und zwar... Ja. Das sollte passen, oder? Ja. Weil das ist hier so hoch wie ein Fenster. Also ist das korrekt, so wie es ist. Ja, wir brauchen Kiffgras. Mila, wenn du willst, kannst du schon... Warum auch immer ich schon... Dings in der Hand habe. Wenn du möchtest, kannst du schon... Ja, lass mal schlafen. Können wir das schon? Weißt du? Seid ihr schon drinnen? Ja. Bei mir steht Warte rum, dass der Haus die Situation erstellt. Vielleicht ist der... Sag mal, Beatty, was hast du eigentlich für Probleme? Wieso bin ich jetzt in der Lobby? Du hast einfach zu früh gestartet, weil du kickst. Nee, du kickst. Gar nicht wahr. Du kickst. Nee, ihr kickt. Nee. Versuch du einfach nachzujoinen bei mir. Den mache ich doch gerade. Mit dem Passwort. Mila, du kannst ja... Das Begeben, das klappt außer bei dir nicht, Beatty. Mila, kannst du mir zuhören? Ja. Kannst du schon mal in die Kisten unten reintun, in den Keller? Wir gehen Kiffgras nochmal holen. Da ist ein Marine-Lülle-Käfer. Hier ist nochmal... Falls ihr nochmal Hunger habt, schnappt euch jetzt schnell noch Fleisch, weil es noch nicht abgelaufen ist, aber gleich. Ja, ich habe Hunger. Warte, wo ist denn das? Hier in der Letro vor mir links. Welches davon? Ja, alle, die noch nicht spoiled sind. Kannst du nehmen. Oh, das trifft Gras. Vielleicht ist Beatty auch gebannt, ne? Ja, das kann gut sein. Vielleicht hat der auf oberen Ecke geflickt. Ich habe Spinboard angestellt beim Spiel. Oh, die Grasplatten liegen sogar noch hier. Da kann man, gibt es bestimmt Aimbots für das Spiel, ja? Dieselstein. Bist du jetzt drin, Beatty? Mhm. Echt jetzt? Ja, Blackbeard. Ja, Blackbeard, da. Okay. Du kannst helfen, Komm, Beatty. Wir bauen schon eine Base. Und dann ziehen wir gleich los. Ich bin kein Werkzeug. Hast du kein? Geh nix. Ich muss dir da oben was bauen können, sonst. Kannst du Platten mitnehmen? Ja, dann nimm wenigstens Platten mit, genau. Irgendwie mögen die Ameisen mich, die wollen mich immer fucken. Mhm. Hier unten ist auch so ein Ameisentunnel. Hier können wir so eine Ameisenfarbe machen, ne? Mit so einem Köder später. Und dann locken wir die in eine Falle. Und dann schlachten wir die ab. Hat er einmal Feuer gemacht, oder warum leuchtet was da hinten so groß? Nee, das ist dieser Baum, der hat hinten... Hast du die Story schon gespielt? Nee. Nee, der hat auch noch nicht, ne? Also, am Anfang aktivierst du so eine Maschine, und die hat so eine Leitung zum Baum, und da fängt der Baum an zu brennen da hinten. Könntest du bald neue Endqueen? True. Wieder wer stirbt? Ich stirb wieder. We need more Kiffgras. Soll ich einfach bauen hier, was zu bauen ist? Wie meinst du das? Einfach E drücken. Ja, ja. Sieht schon aus wie ein muckeliges Zuhause. Da Vinci ist kein Freund mehr. Der ist böse. Da Vinci hat seinen YouTube-Kanal gelöscht. Das war es jetzt mit Champagner im Pool. Insta läuft halt. Nur weil ihr den Da Vinci geärgert habt, Chad. Deshalb hat er das gemacht. Hat er... Es ist grounded auf Steam, ja. Ihr habt gar nichts zu haben, der wohl. Ich hab keine Ahnung, wie heute das Game ist. 30. Ich hab mir den 30 Euro. Leimpilz-Stängel. Wir brauchen mehr Kiffgras. Wir müssen Leute runterkommen und die aufheben. Bei mir ist ganz viel. Ach so. So, warte. Was ist denn mit Fenster? Machen wir hier ein Fenster. An der Seite haben wir schon drei. Machen wir da auch nur ein? Uuuuuhuund... Uuuuund... Warte mal, ich muss darauf achten, dass der Pfeil nach außen ist. Oder ist das egal? Ich hab mir letztens auch gefragt. Keine Ahnung. Ich glaub, der Pfeil muss nach... Warte mal. Also hier liegen ganz viele Platten, falls irgendwer laufen will. Mit mir. Ich hab überhaupt gar nicht geärgert. Wolingenplatten? Unten Richtung Wald. Der Haufen, den sieht man eigentlich ziemlich gut. Wo? In die Richtung. Da ist so ein Riesenhaufen. Juri ist leider belegt, aber du bist Partner, an der du hast Anrecht auf... Wenn Juri belegt ist als nicht Partner, kriegst du als Partner, kannst du den Namen beantragen, ne? Und du kriegst den auch. Shorty hat den Namen Shorty beantragt. Word of Advice, Peter. Next time... Solange Juri nicht verpartnert ist, hast du ein Anrecht da drauf. Ja, oh. Shorty hat den Namen Shorty bekommen, Alter. Den haben sie sogar schon Geld dafür geboten, für seinen Twitch-Name. No joke. Ich will mich gern umbinden, denn Timmer Fernseher, aber das geht nicht. Timmer Fernseher, ne? Wo bist du auch so ein Fernseher? Ja, was denn? Das ist ein guter Name. Wiegt der noch mehr? Jetzt hab ich nicht... Ja, Unmengen. 28 Follower? Ja, du kriegst du 100%ig, Juri. Musst du beantragen. Dann machst du, glaub ich, in deinem Dashboard Name wechseln oder so. Jo, lass mich in Ruhe. Ich will auch mal überlegen, ob ich mich Curtis nennen soll, anstatt Curtis Cush. Ja, das ist ja eigentlich der Name von dem Character. Okay. Chan ist darauf aufgebaut, ja. Aber keiner nennt mich Curtis Cush, sondern nur Curtis. Ich wollte dann nenne ich dich Curtis Cush. Ich hätte noch nie einer Curtis Cush genannt. Sieht doch cleaner aus. Was geht ab, Bullets? Brauchen wir noch mehr Platten? Ja, wir brauchen noch ein paar. Wir machen noch ein Dach und dann sind wir, glaub ich, fertig. Wir machen nur hier so eine... Treppe wollte die Mila noch haben. Das ist natürlich jetzt... Machen wir die mitten im Raum. Dann können wir wenigstens hier so hinten hingehen. Okay, das ist natürlich recht blöd. Ja. Machen wir das weg. Nein. Scheiße. Oh nein, mein Fliegenbraten ist vergammelt. Boah, wie hast du die alle so geworfen? Mit R. Probier doch, ob man die von unten hochwerfen kann. Nee, das ist trotzdem bescheuert. Ui. Uiuiui. Dann lieber hier. Ja. Nee. Das funktioniert auch nicht. Scheiße. Houston, we have a problem hier, Alter. Hm. Hier müsste das funktionieren, ja. Das sollte funktionieren. Genau. Hallo? Nö, kein Trip aus, Alter. Ist vor allem so. Weil man kann hier jetzt... Immer nur nicht lang. Okay, scheiß auf. Dann machen wir da irgendwas hin. Wir machen auch ein Dach, Milo, okay? Ja. Dach hochwerfen. Geht das? Okay. Ja gut, das hat nicht funktioniert. Ich glaube, das geht nicht. Da stößen wir uns, glaube ich, die Köpfe dann. Wo? Wenn du hier das dahin machst. Ich meine nicht, warum? Wo meinst du mit Köpfe stoßen? Na, wenn du die Treppe hochgehst, dann stoßt du dir hier ran, den Kopf. Meinst du? Ja. Hä? Was denn? Rausgeflogen. Du hast mir die Platten rausgeworfen. Ja, da ist ja oben eh nur so ein Dach. Ne? Da ist da eh nur so ein Dach. Wie ist die Thron denn? Ey, da bin ich ja voll die gute Idee. Ich gehe mehr so stängend bis... Oh, oh, ich habe hier Durst. Da hat doch von Monti irgendwelche Clips hoch. Und von Trimix und so. Ich habe gehört und gelesen, hatte da richtig mitbrühen wir es. Und dann fängst du an, dein eigenes Gesicht zu zeigen und auf den Content anderer deine Sachen aufzubauen. Und dann kassierst du Hate dafür. Bye, have a beautiful time. Why not, Alter? Aber Hate ist halt auch Werbung. Warum bauen wir überhaupt eine Treppe? Weil wir wollen ein Dach haben, damit wir später mit... Du kannst einfach hier hochspringen. Wo kannst du hochspringen? Ja, trotzdem sieht eine Treppe cooler aus. Haben wir ein Lagerfeuer hier zum Braten? Ja. Sinne ist das. Wir brauchen mehr Kiffgras noch. Ein bisschen, dann sind wir fertig. Och Mann. Die Mila muss nochmal so Stangen holen. Ich hole schon Kiffgras. Ja, ich bin schon dabei. Ja, wir gucken gleich nochmal wegen der Treppe. Dass wir gehört, dass gegen Beatty kämpfen und wetten drauf? Nein. Die halbe Wiese hier schon. Any water. Halbe Wiese hier weg schon. Ich gehe nochmal Kiffgras holen. Oh, die sind ja überall hingefogen. Blumen ist einfach explodiert. Oh, es gibt so Kiefer, die explodieren, ne? Wenn man die tot macht. Welche? Ich weiß nicht, wie die heißen. Das sind die Danjou-Käfer, die machen. Hm, mach nicht. Hm, hm. Ich weiß nicht, dass. Da oben ist eine Hummel. Ich habe Stöckchen mitgebracht. Hm. Ein Stöckchen, Blubberbernd. Nö, wir lassen das so. Scheiß drauf, Digga. Hey, mal holst du noch Kiffgras? Ja. Okay. Ich habe Fliegenpelz. Wichtig. Irgendwer hat richtig hart Durst. Äh, that's me. You're looking for. Wo ist das hin? Hm. Will ich jetzt wieder einen Durst sterben, oder? Bek da. Hey. Kann man essen, irgendwo essen? Papa, Papa? Äh, nö. Der ist alle laus gegrillt. Hier, hier haben wir. Ich habe eine laus gegrillt. Da war alles spoilt. Ja, aber nicht, aber nicht die Müsli-Riegel. Nicht spoilt. Kannst du einfach die Müsli-Riegel snacken? Ja, kann ich doch, wenn du mich da hingebracht hast. Aber die waren doch für eine gute Zeit. Ach, gute Zeit. Wir brauchen acht Eichel-Schalen und ein grobes Seil, sechsmal. Ich besorge den jetzt der Kiffgras. Was soll die Scheiße? Nee, kein Kiffgras mehr. Ich besorge jetzt Eiche. Ich brauche noch zweimal Seil, sechsmal Seil, achtmal Seil. Warte mal, hast du schon einen Hammer, Beatty? Nee, mal habe ich mir das gemacht. Ich brauche Eichel-Schale und sechsmal Seil. Das ist spannend. Ich besuche Eiche. Warte mal, das ist doch... Wir haben doch Eichel-Schalen, oder nicht? Was brauchst du, sechsmal was? Nee, nee, warte. Wir brauchen zweimal Dings. Also mein ganzes Inventar ist voller Pflanzenfasern. Wo kann ich die reinpacken? Ich packe die aber hier rein. Ja, mein Herr? Solltest du jetzt Seil herstellen können. Ja, machen wir das so. Hast du schon Seil hergestellt? Müssen wir so machen. So haben wir mehr Platz. Nein, Seil habe ich noch nicht hergestellt. Ja, dann mache ich das jetzt. Ich bin gestorben, weil ich schon wieder verdurstet bin. Alter. Aber das ist nicht schlimm, weil ich spawned richtig. Echt, wie gesagt. So, Seil habe ich gemacht. Kannst du die Tür reinkloppen. Jetzt wird die Tür gebaut. Zack. At least it's clean. At least it's clean. It's clean. Weiß nicht, wo ich diese Pflanzenfasern reinmachen soll. Ich habe das jetzt einfach in die Futtertruhe gemacht. Wir brauchen kein Kiffgras mehr. Was? Brauchen wir nicht mehr. Ich habe eine Eiche kaputt gemacht. Stimmt heute keine Wette. Why? Drei-Ecks-Wand, Klee-Dach. In der Dach. Das ist ein Drei. Ach, das geht aus. So dicker. Unsere Truhen sind schon wieder absolutes Chaos. Wir lassen das erstmal so standardmäßig. Davon brauchen wir richtig viele, Milane. Absolutes Chaos. Können wir einfach ganz viele Truhen bauen? Ja. Und die sortieren, weil es ist schon wieder absolutes Chaos. Ja, müsste man sogar. Okay, ich bau Drohnen. Wo geht das? Ach, da. Oh, es gibt sogar ein Plattenlager. Da können wir Grasplatten draufsteigen. Können wir mal gucken, dass ihr so eine Seidenmaschine macht, womit wir aus Spinnenfäden wieder diese... Oh Gott, da brauchen wir Ton. Ton haben wir in der Kiste. Müssten wir eigentlich... Ton, Amazenbrocken... Eigentlich müssten wir alles haben dafür. Warte mal. Okay, ich brauche nur einmal Kiffgras. Hä? Einmal Kiffgras noch. Wir haben keinen Ton? Wir müssten Ton haben. Cordial, ich habe keinen Ton verbraucht. Doch, haben wir doch. Hä? Ist die Truhe nicht mehr in Range? Die ist nicht in Range. Wahrscheinlich nicht. Wir müssen hier unten diese Welt verbrauchen. Wir haben halt nur kein Dach jetzt. Kein vernünftiges. Unsere Bude sieht aus wie Minecraft von Philipp, sechs Jahre alt, Klasse 4B. Aber ist nicht schlimm. Oder? Ist nicht schlimm. Nee. Wir haben auch keine Ameisen. Sieht doch nicht so schlimm aus. Sieht gut aus? Meine Crackhütte? Für nur noch das Labor. Wir brauchen Ameisenbrocken. Ja, wir haben hier dringend eine Ameisenhüge vor der Tür. Wir können nachher auch mal so eine Farm bauen, sobald wir diese komischen Locklinge haben und so. Da steht aber nicht analysiert bei mir. Wir müssen die Weltbank umbauen. Warum? Die ist nicht in Range von den Truhen. Du bist nicht in Range. Und noch so ein Analysierding hier irgendwo? Die Bergbank oben. Ganz, ganz oben. Wir können die auch hier hinter den Dings machen, ne? Na, die hier. Die erreicht unten die Truhe in der Mitte nicht. Okay. Also die erreicht, glaube ich, gar keine Truhe. Vielleicht muss die auf der gleichen Ebene sein? Nee, nee, die muss nicht auf der gleichen sein. Oder? Äh, nee. Kann ich mir schon vorstellen. Vielleicht doch. Dann machen wir im Keller... Ja, im Keller haben wir nicht so viel Platz für die Truhen. Ja, dann lass uns doch... Ja, dann bringen die Dinger doch nach oben. Ja, dann... Ja, okay. Also die Truhen. Ich wollte keine Einzelentscheidung treffen. Ich wollte eine gemeinschaftliche Entscheidung treffen. Ich kriege das schon wieder nicht... Muss gerade sein. So. Ja. Hier sieht gut aus. Dann haben wir hier ganz viel Platz für Truhen. Grüße, Amalini. War das nicht einfach, die Treppe an, das zu uns zu machen? Äh. Nein! Guck mal, und hier können wir so... Oh, Architekt, Junge. Halbe Jury Customs hier. Kiffgras dran. Kiffgras... Ja, Mann. Hoh, 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 Hoh. Also können wir hier sogar auch nur eine machen. Weil... Ding ist... Esmetics. Dann können wir da so Wanddeko intun. Warte, man geht hier jetzt oben durchs Dach. Scheiße. Nö, ist okay. Sieht gut aus. Ist nicht hübsch, sieht gut aus. Können wir hier auch mal eine machen. So. Wenn ich da... Hä? Äh... Die Werkbank will uns flachsen. Warum? Wenn ich aufs Spinnenrad gehe, ne? Ja. Sagt er mir da, ich hab keinen Ton. Ja. Aber in der Truhe, hier genau rechts daneben, ist Ton. Und was willst du bauen? Das Spinnenrad. Wo ist denn das? Äh... Spinnenrad, hier. Dann holst du doch einfach raus. Doch, bei mir zeigt der 21 mal Ton. Aber kann nur sein, dass ich was bei hab. Was? Kann ich eine halbhohe Wand bauen? Ja, aber wir wollen ja, dass die Werkbank auf die Truhen zugreift. Warte mal, ich kann nur eine halbhohe Wand bauen. Und wie denn? Das ist doch kacke. Wo sehe ich jetzt, ob das eine halbhohe ist? Wenn die halbhohe ist, ne? Dann geh mir aus dem Weg. Puh. Ja, die war halbhoch. Aber ich find das hier schön, die Dinger hier. Dann kann man nur mal Schutz suchen. Halbhohe. Ach da, die. Nö, ich find das gut so. Das hat was. Das gefällt mir. Dann kann man sogar hier nur eine Truhe hinmachen. Ja. Ja. Das gefällt mir. Ist ein bisschen eng hier. Ist wie Rust. Und oben können wir... Grab Base. Ja, das ist halt wirklich übergesehen aus wie bei Rusty. Okay, kann man doch nichts hinstellen? Ich kreis da aus. Und oben machen wir unser Einschlafsack hin. Für alle. Achso. Ach ja, ich bin dumm. Oh, wir haben hier unten noch Kiffgras. Oben, mein ich. Brauchen wir noch irgendwo? Nö. Geh aus dem Weg. Wir brauchen kein Kiffgras mehr. Sollen wir hier irgendwo so ein Kiffgraslager aufbauen? Ich glaube, wir brauchen ja gar kein Kind mehr. Irgendwann brauchen wir wieder welches Ding. Wie sieht denn die Heilbauer rund aus? Soll ich das Spinnrad irgendwie hier oben hinbauen oder unten in den Keller? Ich baue das hier oben in die Ecke. Und damit können wir das sogar abschließen. Das ist gut. Sack. Am Sack von Nudo. Es gibt jetzt nur eine Sache, die kacke aussieht. Und das ist, weil das Ding in der Luft hängt. Und das bedeutet... Da haben wir noch was anderes. Ab Dienstag New World Channel hat Sink ein Schiff verlassen. Ja, ja, ja. Mein Schwestern weint gleich wegen dir, da wünsche ich. Mein Gott. Oh. Warum geht das nicht hier? Ja. Ach, hier gibt's doch Säulen, Alter. Ich muss... Lassen wir ein Leben. Nehmen, Leute. Ich hab mal eine Tour gemacht für... Ähm... Verbände basteln. Also, da kommen nur Fasern und Saft rein. Ja, Micky, das ist ein neues GTA. Also, wir haben halt echt mit dem Ding hier reingeschissen, Alter. Das hier... Womit haben wir jetzt wieder reingeschissen? Ne, ich hab reingeschissen. Das wär so cool, wenn das gehen würde, aber... Ja, warum geht das denn da unten? Ich darf die unterste Kante nicht da reinballern, aber eins unten, Donau oder was? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Okay, die hast du schon eine Waffe, ne? Oh, geht das denn runter? Fass du dieses Spiel, ne? Scheiß drauf, Digga. Burger! Was war das denn für ein Zuckung, Alter? Warum mach ich das überhaupt? Haben wir noch Unkrautstängel irgendwo? Haben wir noch Kiffgras? Ne, glaub nicht. Mila ist schon wieder 24 Stunden gemutet. Was denn? Ja, und Mecken schreibt mich wieder an, aus unersichtlichen Gründen, Alter. Hab ich dir irgendwas getan oder so? Bist du doof? Ja, bin ich. Nee. Wo ist denn der Grill? Der Grill ist unten im Keller. Mila, kannst du mal solche Stöcker besorgen? Was besorgen? Diese Stöcker? Ja, aber da müssen wir, glaube ich, bald auch so eine Axt mal bauen, weil... Ja? Heil? Keine Ahnung mehr, woher? Warum meckerst du denn direkt, Mann? Ich hab nur lauter geredet, damit du hörst. Ja, dann mach doch einfach deine Empfindlichkeit runter. Nee. Hat der mal Hunger? Mir egal, ich kann nicht sterben, man kann nicht respawnen. Dann lass ich halt den Braten allein. Okay. Rat ist fertig. Blausmörder. Hast du schon was reingepackt? Ja, okay. Blausmörder, ja, ja. Warum, ich hört die ganze Zeit irgendwelche Voicecracks? Das ist echt schlimm. Halber Jojo. Juffi? Hallo, Nick, Nick. Hallo, Nick. Hallo, Nick, Nick. Soll ich mal noch eine Kiste nehmen und das Spinnenrad bauen? Ja, ist egal. Mach einfach so viele Kisten wie möglich, so wir sortieren und immer. Hier, guck, Gras über Boden. Oh. Keller. Oh. Echt jetzt? Ja, Keller ist nicht so schlimm. Da kannst du auch mal reinlaufen. Aber ich hab gar keine Länge. Ganz ein bisschen nur. Kann irgendwer eicheln? Dachten gehen. Unser Licht geht an. Ja, wir können Essen fahren jetzt. Achso, du hast aber nur ein bisschen, ein bisschen. Ich will die Drohung doch nur gerade haben. Oh, hast du schon unten dran gemacht. Ist nicht perfekt, aber ist okay. Vielleicht sollten wir das Camp für die Nacht machen? Oben ist das Bett, ne? Mhm. Ich rass hier aus. Jemand fehlt noch. Ja, ich. Ich will die Droh bauen. Trigger, 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 Moist in der Kühe, das heißt. Was ist mit dir, Alter? Beste Kusch. Oder was meinst du? Ich don't understand. Ist in Ordnung. Sieht aus wie Block. Blockhaus. Jela, bist du schlecht drauf heute? Und warum bist du die ganze Zeit gemutet und so? Ich sag auch gar nichts. Wer sagt nix? Sagt nix. Wer sagt nix? Ich sag nix. Ja, aber warum? Hast keine Lust zu stehen? Äh, was? Nee, doch, ich mach nur die ganze Zeit. Puste Blumenschirm. Ja, damit kannst du, wenn du runterfällst, drückst du Shift. Dann musst du anlegen. Also, du hast so einen Leiter-Slot. Elementar. Also, wenn du irgendwo runterfällst, dann kannst du das drücken. Und dann fällst du nicht mehr. Wicke, wicke. Okay, wir brauchen äh, richtig viel Eichelschale. Und Kleeblätter. Ich such. Ich such Eichel. Und Saft. Eichelsaft? Ja. Wie finden's unser Bruchbode? Rila. Gut? Ja? Ja. Okay, was haben wir denn hier drin? Hier ist Dings. Hier ist Essen. Ja. Glaube ich nicht. Ja. Und... Analysier was. Wo ist Trinken? Da. Das Wasser hier sieht so lecker aus. Das kann ich wegschmeißen. Kühl! Ah, jetzt hab ich das weggebucht. Darfst noch mehr trinken. Nein, komm zurück. Ich hab Milben gefunden. Das ist aber Essen. Diese Eiche brauchen da das Essen, ne, übrigens. Echt jetzt? Ja. Aha. Und das ist sogar ziemlich gut von Anfang. Haben wir schon ne Ausrüstungsruhe? Have a beautiful time. Ja, die ganz hinten in der Ecke. Also ganz, ganz rechts. Da hab ich so einen, so einen Schirm reingepackt. Der Rest der Truhen. Keine Ahnung, müssen wir gucken, wie wir das aufteilen. Ja, ja, ja. Davidon, dankeschön für den Zap und herzlich verkommen vor 20 Minuten. Und Hamadini, dankeschön für den Prime 7-10. Hättest du dir mal so viel Mühe damals bei Tomb Raider gegeben. Ich küsse dein Öhrlöppchen. Halt die Klappe. Und Dr. Green Thumb, dankeschön für den Wee 7-10. Was geht, was geht, Alter. Was geht. Nix, Bruder. Schön. Ich denke, 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 es ist gut, oder? Oh mein Gott, Spinnen. Das, das, das. Ich denke, ich war schon, oder? Das geht wieder kaputt aus. Keine Eichel mehr. Hallo, Jack. Ich suche. Ja, aber eigentlich müssen wir um, 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 um. Okay, ich kann nicht mehr reden. Perfekt. Kann ich mich anstrengen? das ist gleich tot was ist das denn beleuchtet was in der luft was ist los mit der Ameise was willst du warum verschiebt sich das das für krass die leine teile kostet ein confit gar nicht was denn die blumen hier was brauchen wir der Beatty braucht eine Rüstung wir brauchen Schalen wir brauchen Schalen für die Kisten und Saft und wir brauchen Schalen und alles mögliche für Beatty's Rüstung hier ist ein Schneckenhaus wo gehst du hin? hallo oh oh hallo was machst du Wassertropfer? mhm warum machst du die nicht hier oben so hin? wo oben hin? hier auf dem Stamm nee war das Beste zu erreichen wir können uns da eine Flagge hinbauen dann haben wir einen Marker wo unser Haus ist oh da hinten ist der Rabe wieder nicht weinen und Kujumi Dankeschön für den Prime und Ritten spinne wir sind ziemlich gut aufgestellt hier finde ich oder Mila mit dem neue Haus mhm so was brauchen wir Eicheln das wäre cool wenn jetzt so ein Riesenhund kommen würde der uns so schnüffeln würde oder so Eicheln wir sind doch hier überall ja ich finde keine mehr ich würde das wir alle weggemacht haben wir haben ja auch keine Zeit ok ich gehe auch mal ein paar Sachen fahren ah ich habe welche ok Verbände sind halt super wichtig wir haben wir haben eine Truhe da sind keine Ahnung 100 Fasern und übelst viel Saft drin da muss ich nur wenn du eine Spinne und schläft in der Höhle yes darf ich nicht reingehen das sind Wolfsspinnen ja aber du kannst crouchen dann hört ihr dich nicht brauchen wir noch Kleeblätter ich glaube ein paar ja für Engel haben wir Kleeblätter gebraucht ja auch für die Drohnen brauchen wir auch welche Science ganz viel Saft gefunden Saft ist eigentlich so das wichtigste hab Grundstück gekauft letzten Monat bei demnächst ein Haus bauen hast du Bock mehr das zu entwerfen klar wie soll das Problem Alter hier schlägt einfach eine Spinne draußen Alter nicht nur im Ärgern hier und Mila ganz Tag sauer lass trinken das heißt es gibt bei Morning Streams das ist das ist das ist das ist das ist Mila ja was passiert denn ne 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 Kannst du hierher kommen? Ich mach grad Blütenblätter, hol dich gerade. Kann irgendwer hierher kommen? Warum ist das jetzt? Ich hab hier diese Stängel und ich will die nicht, ich will den Ort nicht vergessen, wo ich das hab. Ich komme. Auf Karte, auf Karte. Das kann ich nicht mehr. Wenn ich das finde, dann bleib ich stehen. Ja, oder mit dem Trinken nervt doch übel, Alter. Ich weiß auch nicht, warum. Ich denke mal, später haben wir so anderes Essen, wo der Kaukrab, aber was Juri gesagt hat, wovon dann immer nur so eins nehmen muss. Ich hab ne Larve gekillt. Jiii. Wir brauchen noch Nussschalen, ne, für die Rüsten, für Beatty. Ja, und für die Drohnen. Und wir müssen Dings machen. Ähm, die Werkzeuge, auf jeden Fall. Wie weit bist du denn weg, Mila? Ja, ich hab Pusteblumen geholt. Aber hier liegen doch so ne Teile. Ja, ich hab zwei Pusteblumen geholt. Ist da noch irgendwo einer? Nee. Ich glaub, das war's. Du hast Wasser. Du hast Saft, Getränk. Topfen, auch. Wasser. Und keine Nuss. Der ist so unnötig, ne. Übrigens, vor unserer Hütte alleine sind drei Eichen. Ja, die sind respawned. Geil. Oho. Die muss ich kurz abbauen. Komm zurück. Warum kann ich den jetzt nicht abbauen? Versteh den. Wo ist da die Hitbox von dem Ding, Alter? Nee. 30 Euro bei Zoe. Da die Ex ist, oder? Ja. Wo ist die dritte Eiche? Äh, vor dem, genau. Oh, da ist noch einer. Nämlich irgendwie wie dieses Tier da von Ice Age. Treppe Motsma ist richtig und wichtig. Ja. Ich hab das Gefühl, ich renne nur im Kreis. Ich hab schon mal Pfeile besorgt. Das geht ab, Cass. Was ist eigentlich mit Da Vinci los? Das hat er extra gemacht, Heiner. Ich hab den YouTube-Kanal deaktiviert, weil der Chat böse zu dem ist. Angeblich bin ich ja böse zu dem, aber das stimmt nicht. Ich bin immer lieb. Hat er den jetzt echt deaktiviert? Ja, ja. Hallo, Oges. Ja, keine Views mehr, ne? Wow. Was sagt der da zu dir, Da Vinci? Was? Du bist der Chat immer lieb. Ich bin immer lieb, Mann. Ich hab dich eingeladen. Team Streak. Ich wollte dir 10 Euro leihen für Kippen-Selarium. Alles, ey. Wer hat abends mit dir telefoniert, als seine Freundin Schluss gemacht hat? Mila. Mila hat dich im Arm genommen. Und so dankst du uns das jetzt. Die Eichelbrocken sind echt gutes Food. Ja. Krass. Wir haben davon so viele. Ja, gut. Warum? So, ich baue jetzt mal hier, Biti, eine Rüstung. Gesundheit. Gesundheit, Anime-Girl. Die Klappe. Why are you so feindlich zu mir? Don't say this to me. I don't have nothing gemacht to you. Diese Läuse-Honig taust du übrigens auch essen. Ich hab'n Hotdog gefunden. Schieben die nur eine Fratze. Was? Ich hab'n Fratze gesagt. Keine Sorge. Der Kicksandwich gefunden. Und Millig, glaube ich. Wo ist unser Zuhause? Wo sind denn die ganzen Nussschalen-Dinger hier? Da brauchen wir... Mach Platz! Okay, ich... Ich geh doch durch. Okay, ich reiß das hier ab. Okay, das ist nicht. Wir haben keine Nussschalen. Wie, du hast grad gesagt, wir haben voll viele. Nein, wir brauchen voll viele. Jetzt haben wir 14 Stück hier drin. Hier sind die nur eine 50 Stück. Ja, ich hab' die jetzt grad... Ich sag' nichts mehr. So, Biti, ich hab' dir jetzt eine Rüstung gebaut. Boah, danke, Alter. Ich legte dir mal hier rein, ja? Ja, sicher. Boah. Okay, das... Darfst du's nach Hause? Soll ich die abholen? Ich werd's finden. Kannst auch M drücken. Danke für den Tipp. Nämmer doch. Stimmt nicht. Da Vinci hatte Date in Hamburg. Stimmt, ne? Und Da Vinci, wie war der Typ so? Ich ärgere dich doch gar nicht, Alter. Come on, Bro. Weiß genau HDGDL, Alter. Geh mal Sachen researchen. Wie viele Leuten hab' ich schon geschrieben? Nein, ihr dürft keine RP-Clips von mir verwenden. Die Rechte hat da Vinci. Sogar vor kurzem noch auf Nüftig. Mhm. Was geht denn jetzt ab? Er hat den Frosch gefunden. Achso. Was ging ab? Hä? Irgendwas ist passiert. Echne Mocke auf einmal. Aber was Da Vinci schreibt, stimmt, ne? Eine sehr lange, treue Seele. Ohne den wär ich nicht auf YouTube vertreten. Dankeschön dafür, Bruder. Äh, Moment. Hast du nicht gesagt, dass andere Leute auch Sachen von... Ach, weißt du was? Egal. Wollten die ja, hab ich aber gesagt. Nein. Da Vinci hat sogar mal einen gesagt, wenn er nicht Videos löscht, dann hol ich meinen Anwalt. Mhm. Der macht nämlich einen auf Bedroher-Pommes. Ich hab den Arme halt da geklaut. Abo da Vinci. Abo da Vinci, okay. Oh, oh. Also wir brauchen... Da hinten ist nur eine, ist gut. Weißt du ja, wenn ich sammle meinen alten Badge wieder? Oh, das kann ich dir gar nicht sagen, Shadow. Weiß ich nicht. Bekommst du ein altes Badge wieder? Ja. Also du hast... Gibt ein Badge für Anzahl insgesamt, die du jemals gehst. Und dann gibt's noch eine Anzeige, wie viel du... Da war sogar damals der Typ, der dann geschrieben hat zum Vinci, ja, wenn ich keine Clips von Kärle benutzen darf, dann zapp ich auch nicht mehr. Erstmal den Streamer pressen. Erstmal den Streamer pressen. Können wir uns eine Lockfalle bauen. Und dann gegen die Postabügel. Okay, ich glaube, wenn Beatty gleich Rüstung hat, können wir uns auf... Wir haben gar keine Aufgaben, ne? Warum? Aber wir müssen die erst wieder annehmen, ne? Ja. Gnat. Tomat-Knobel. Tomat-Knobel. Das ist Legende. Tomat-Knobel. Legende. Ja. Kann ich die restlichen Eichelschein nehmen, um die Ton zu bauen? Ihr wollt gar nicht wissen, was der Vinci gemacht hat, um wie ihr Pizza bekommen. Ich kann euch sagen, das hat was mit einem Messer zu tun und einer Kehle. Und 50 Gramm Vaseline. Aber ich möchte nicht näher darauf reingehen. Die Klicker. 50 Gramm oder Kilogramm? Oder alles für den Fame, Alter. Kommt drauf an, wie lange das Ganze ging. Es ist stimmt. Wir müssen... Also ich hab Rüstung, aber ich hab nur einen Speer. Ja, hab ich auch nur. Ich brauch aber auch einen Fackel. Ich geh mal eben die neuen Aufgaben holen, schon mal. Ich hab keinen Fackel. Da fackel ich jetzt nicht lange rum. Fackel bauen. Könnt ihr auch eine bauen? Fackeln brauchst du gar nicht. Stell einfach Gamma auf 150. Aber in der Höhle sieht das trotzdem kackig aus. Boah, ein grobes Zeil. Was passiert hier? Keur, das hat mit dem Roboter geredet. Na, ich hab so ein Ding aufgehoben. Was ist hier los? Hört ihr das auch? Ja. Was ist das hier für ein Auto-Tune, Alter? Was war das? Ich hab neue Aufgaben geholt. Herstellen, Klee-Poncho. Ameisen-Mann-Beatling. Hat jemand noch Saft? Das stimmt mir die ganze Zeit. Ich hab da... Und das war kein Mischpo da Vinci, das war ein Audio-Interface und das hab ich gerade immer noch dran. Das hat damals noch nicht richtig funktioniert. I don't know why. Und das wieder eine Eiche. Vielleicht ist das am schönsten so beim Schlagen. Boah. Boah. Ich muss dir erst sagen, wo du müsstest dich töten. Okay. Spielst du eigentlich auch Neu-Walt-Tiki? Ja. Heute bestellt. Ich hoffe so sehr, dass man da griefen kann, ne? Du kannst kein MMO streamen, wenn du nicht griefen kannst. Es ist einfach so langweilig, Alter. Das ist nicht mal chillig, wie das Spiel jetzt. Das ist einfach... Eigentlich müsste ich noch Lo-Fi im Hintergrund abspielen, so. Ja, du kannst halt Leute griefen, glaube ich, soweit ich weiß, indem du einfach an Leute von einer anderen Fraktion... Ja, der Jamar hat gemeint, weil Jamar ist ja griefing-König, der meinte so von wegen, es gibt da Questen, die forsten dich, PvP anzuhaben und dann kannst du die Leute halt richtig abfacken. Ja. Und das werde ich halt tun. Oder die forsten nicht. Also, das wäre jetzt auch das, was ich in dem Spiel wahrscheinlich anstreben würde. Also, Leute sagen halt... Ja, wo hast du die Haut gefunden? Ähm, habe ich ausgegraben. Ach so. Ich würde sagen, es soll ein gutes PvP-Content-Game sein, deswegen gehe ich davon aus. Ich werde Temps sein. Wenn du im New World Megateuer nicht... Nö. Du zahlst einmalig 30 Euro dafür und vielleicht für irgendwann mal später irgendwelche DLCs. Wenn du überlegst, bei WoW musst du jeden Monat 13 Euro zahlen. Ne? Und der Jack hat gesagt, das hat sich schon allein in der Beta schon ausgelohnt. Ja, aber was der Jack sagt, das... Ja, was der Jack sagt, ich kann nicht... Ach, stimmt, was der Jack sagt. Wird halt nicht auf jemanden vertrauen, der so... Man weiß nie, wer von beiden spricht. Eben. Ach so. Er ist vor der Paselmund, Junge. So eine Stimme, die dich verleitet, dich selbst umzubringen oder so. Wow. Bro. Im Spiel, Junge. Bro. Bro. Ich will ein Bro. Bro. Hallo, Bumperli. Morgen kriege ich Twitter-Hate up, Alter. Ich sage ja so dumme Sachen wie dich. Es ist noch nicht vorbei, aber ich glaube, du bist noch safe. Morgen wird Video gepostet. Oh, ich bin... Ui. Das ist halt auch immer so eine Sache, ne? Du sagst was im Stream und das, ich sag mal so, das, was gesagt wurde, ist schon... Alter, das sagst du nicht einfach so. Das sagt man nicht. Naja, das mit denen sich darüber lustig machen, dass Leute auf einem Weihnachtsmarkt überfahren wurden mit LKW und so. die Geschichte. Da muss ich ja nicht näher drauf eingehen. Aber sowas wurde halt auf Twitter von jemandem, äh, ne, im Stream auf jeden Fall gesagt und irgendwann mit einem V8-Auto und blablabla. Und ich finde, wenn du im stärksten Redefluss bist, wenn du solche Sachen sagst, gehören solche Sachen auch irgendwie in deinem Mindset so. Und deshalb sagst du sowas auch, weil du nämlich irgendwann mal dran gedacht hast, dass du dann den Moment dran denkst. Und dann haten die Leute dich natürlich. Du recht. Und dann kommt man mit einer kurzen Entschuldigung um die Ecke und alles ist wieder tuti-vuti. Man muss da schon sehr aufpassen. Das ist im Kopf drin, das kommt nicht einfach so. Er ist doch auch so. Beauty. Das ist doch auch. Entweder hast du diese Selbstbeherrschung, dass du weißt, dass wenn du streamst, weil du ja ein Role-Model bist, so einen schwarzen Humor nicht an den Tag zu legen. Oder du hältst einfach deine scheiß Fresse. Weil du bist dann, du brauchst anscheinend dann einen Internetführerschein. Oder einen Influencerführerschein, weil dann kannst du nicht. Niemand hat Hunger. Ich nicht. Geh weg. Also ich benutze jetzt diese letzten, ach nee, warte, wir haben keinen Saft mehr. Ich hab übrigens ein paar Verbände gebastelt hier, die könnt ihr euch rausnehmen. Ja, aber nicht so viele immer mitnehmen, ne? Ja, ich hab jetzt sieben Stück. Ja, ich hab sieben schon vorher gehabt. Ja, ich glaub, jeder sollte jetzt sieben mitnehmen können, ungefähr. Internet halt, ja. Ich mein, ich sag off-stream auch Sachen, so, weil ich privat dann bin. Okay, sowas würde ich jetzt, glaub ich, nicht sagen. Aber ich hab mit Sicherheit auch schon mal heftige Sachen gesagt. Ich find da das aber irgendwie nicht zu entschuldigen. Also ich würd's cool, wenn wir jetzt so irgendwie losgehen könnten und was machen könnten, weil ich um halb elf ungefähr weg muss. Warum hast du Raid in WoW? Nee, ich hab Arbeit, Arbeit morgen. Wie geht's richtig dreckig? Ich lieg seit Tagen flach im Bett und selbst wie sie? Ah, Bimper, die gute Besserung. Der Shorty hat übrigens auch. Der Shorty hat übrigens auch Corona. Der ist zwei Wochen jetzt zu Hause. Nein, du doch nicht. Hallo, Dominik. Ich war auch eineinhalb Tage in Quarantäne wegen Verdacht. Hab ich gelesen. Bimper, Nick. Was hast du denn, Bimper? Ja, wo soll man mal hingehen? Was können wir machen? Lass uns nochmal eine halbe Stunde warten. Also hier eine halbe Stunde in Gamezeit. Dann können wir pennen. Dann essen, trinken und let's go. Aber Mila ist zu weit weg. Ich weiß noch nicht, was mit Mila wieder heute los ist. Bin fast da. Mila, aber ich verschiebe deine Wasserdinger hier nochmal, ne? Weil? I tell you why. Ich stehe hier komisch und das triggert mich. Ähm, ich weiß, wo wir hin könnten. Ich hab diese Höhle wieder gefunden, in der wir vorhin waren. Kann man nicht hier hinstellen? Welche Höhle? Ähm. Naja, diese Höhle, in der wir vorhin waren. Wo du deinen Rage-Kritten hattest. Ach, die? Aber wir haben jetzt gar kein Ziel, ne? Aber, aber, aber da sind so viele Viecher drin. Wir haben gar kein Ziel. Wir müssen mal ne Mission annehmen, wo wir irgendwas holen müssen. Weil bis jetzt müssen wir nur analysieren. Ich hab gerade neue Missionen angenommen. Wir müssen nur Leute und Sachen analysieren. Dann machen wir das doch eben kurz. Und dann gehen wir neue holen. Ja, dann baue ich mal kurz ein Klee-Poncho. Man schleim, Ameisen, Mandibeln. Was ist das denn? Dankeschön, Bumper, für den Prime 35. Okay, Klee-Poncho. Hab ich schon. Ich weiß nicht, was das für andere Sachen sind. Außerdem kommen die Fliegen nur jetzt wieder, ne? Nein! Klee-Poncho kommt denn da in die Rüstungstrue? Irgendjemand hat Hunger oder er muss ganz dringend auf Klo? Oh, ist der Zell. Mein Auge tut weh. Wo sind die Fliegen? Welche Fliegen? Bei der Lampe kommen wir fliegen. Da brauchen wir noch Ameisen... ... ... ... Madenschleim. Hat der mal ne Schaufel? Ich hab ne Schaufel, ja. Dann lass uns doch mal ne Made ausgraben. Ich muss deine suchen, komm mal mit. Da kommen immer so hässliche Käfer raus. Hier ist so eine. Hier. Neck mir die hier. Okay, wir haben Madenschleim. Das ist mir so ne Ameisen. Ameisen, Mandibeln oder was auch immer das ist. Mit so ne Madenphobie, Alter. Lass uns doch mal ne Ameise suchen. Okay, wegmachen. Hier ist ne Ameisenhügel, ne? Aber wenn ich da eine töte... Oh, aufpassen. Oh, Madenlecker, lecker. Komm weg mit der. Biti, Schlutschmann immer aus, sagt der Bomber. Hab ich nicht. Ne, warte. Ich hab nur Ameisenbrocken bekommen. Äh, spinne, spinne, spinne. Große, spinne, große. Oh Gott, das wird die Wolfspinnen. Oh, oh. Da muss ich jetzt mal losstellen. Was ist das? Warte, ich geh Madenschleim analysieren. Äh, vor dir ist ne Spinne. gehört das. Wolfspinne, links. Oh, 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 oh. Frag die Schilder-Mau. Oh, Fliege. Mila will, glaub ich, schlafen. Aber Mila ist die ganze Zeit immer gemutet und redet nicht mit uns. Ich warte auf euch. Rede doch einfach. Wenn du keinen Bock hast zu spielen, sag doch. Hä, sonst würde ich ja nicht spielen. Ja, aber du bist so grumpy so, aber volle Möhre. Ich bin nicht grumpy. Aber voll übertrieben. Sonst lachst du immer mit uns. Wirst du kommen, selbst Da Vinci schreibt Mila nie da. Ich bin da. Bye, have a beautiful time. Ganz viele Fliegen getotet. Die sind alle runter. Ja, die sind alle runtergefallen. Ich konnte die nicht aufheben. Hall, hall, hall. Wir müssen diese Ameisen-Scheiß sammeln. Oder wann wir erst pennen? Damit diese großen Spinnen weg sind. Kann ich nicht abknallen. Hab keine Knarre hier. Oh, Madenbrille. Und Maden-Leggends. jetzt haben wir noch eine sache freizummen wir müssen morgen am tag mal ein paar arme zum töten die sind glaube ich gerade alle drin wir sind in ihrem block aber ich komme gerade zum schlafmatter bleiben die fliegen leicht unten dann lass die doch eben aufheben wo sind die denn ich weiß nicht wo die hingeflogen sind warte ich sag ich weiß wo die halt gekillt die sind hier alle runtergeballert hier liegen sie alle ich bin auch dumm ich esse jetzt obwohl die mir schlafen gehen aber ich weiß nicht wo der rest hin ist hier liegen so ein paar kommt schlafen warte kurz brauchen diese quads das repariert unsere schwere und so dankeschön für die späne kannst einfach neu bauen wenn die kaputt sind ja die späne sind kacke aber mit einem quads kannst du die auch reparieren ich komme gerade hier nicht hoch weil da unten eine wolfspin auf mich wartet mit madenhaut können wir auch dings flaschen bauen mit jemand mila fehlt wieder ich bin doch als erstes hier gewesen nee du warst nicht mehr eingetragen jallalter dankeschön hat der im chat geschrieben ok was machen wir essen ganz viel essen was ich noch braten kann jetzt ja dann bratert unten im keller in unsere muckelbude die hängt übrigens noch essen drei sachen drauf wie die stinke sagt der nick ihr könnt schon ich glaube das ist schon gegrillt ne ne das ist noch nicht fertig wir brauchen trinken jetzt nehmen wir das mal aber ich habe auch ok wer hätte die ganze zeit hunger ich ok du aber auch hier ne ich habe keine hunger das ist das für ein geräusch weiß nix und ist ein großspinne ok ich bin ready to go muss nur mal trinken wir brauchen halt noch ein armeisen boi wir müssen ein paar ameisen töten dann müssen wir dieses mandible ding wieder finden und dann müssen wir es organisieren davinci macht channel auf dankeschön für ein dollar scheiß spinne pick dich spinne davinci macht channel auf ok lasst nicht einzeln loslaufen kommt ihr mit wir brauchen doch hier ich brauche erstmal was zu trinken wir treffen uns bei dem nieder hier unten ist eine ameisenfarm bei mir ach du scheiße lass die weg machen ich soll öfter stream ja du bist nummero uno deutscher gar nicht wahr ich habe gesagt ich mache nur zweimal die woche ich muss mir bei gras kurz was zu dinge sind du bist angegriffen so much nobel oh kommen ganz viele ameisen wird doch mehr ameisen ach so ameisenmandible vielleicht kriegt man das nur von den großen ne ameisenklöffig kommt sie zurück oh die toucht besser als keil ist auch die auch du hast du schon mal ne feuer ist das so wahr ich bin oder nicht oh mein gott habe ich mich erschrocken ich strebe mich um die greift mich an wie heißt der mila bei twitch s t a i y auf in diese forschungsteile rein wenn du da hinkommst da kommen sie nicht ran lauf blackbeard lauf ich glaube die spinnen droppen das gar nicht ich bin tot vom gift ok warte mal geht sie von der weg warte die geht weg die geht weg ja ich komm zu dir aber welche richtung geht sie die ist am strohhalm Richtung base ach halt's maul echt jetzt die geht jetzt Richtung base aber die ist ganz weit weg von mir ja die kommt zu mir halt ich komm nicht retten 20 sekunden damit ich hier öfter subs reinballern kann boah hast du das gehört mila oh mila ist live aber schnell wir haben amazon mandibeln ui mila hat entdeckt muss analysieren domat knurbel hallo ich bin domat ok wir müssen jetzt wieder zu den dings ich brauch was trinken ja dann guck doch oben an den gras da halt ja ich guck doch schreib mich nur einmal an oh ich stell ihn auf deine rote kappe junge halt zu mila der ärgert ich hab alle verbände schon verbraucht ja wie da ist eine höhle drinnen hey there buddy was up irgendwo ein tropfenwasser ne er fehlt halt die vom penny sind am besten das was mila warum sagst du nicht bescheid ihr wart doch auch da wo bist du unten in der ameisenhöhle ja du musst das analysieren wow it's a giant ja du seid hier unten die trägerameisen töten wir müssen zurück ich brauch was mila hat den richtigen riecher du weißt schon dass die große spinne jetzt wieder kommt ne ne die schlafen nicht dann soll ich dich hier boosten dann bist du direkt in dem dings beim roboter nein mann von penny die sind die besten die sind nougat bits netto ah fuck zu früh Mahlzeit oh nein passt ja 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 sauber du nicht bitti du bist doof ich wollte dich eigentlich hochrufen okay hier lag noch irgendwo was aber das ich glaub da hast du gut befunden genau ich kann kein deutsch mehr alter das sind die politiker schuld hallo geh doch zu netto so du kannst du direkt neue dings ja angeben mila direkt neue ähm questen holen achso ja nein die von penny sind am besten mann seh ich aus als hätte ich keine ahnung vom essen rüsselkäfer rüssel das sind glaub ich die stinkekäfer ne mhm okay ich weiß wo welche sind da müssen wir aber zu viert drauf hauen ne die rüsselkäfer nein die rüsselkäfer sind die kleinen schwarzen achso das sind die kleinen ok aber wir haben wir haben sogar oben und kraut stengel was sind das denn nochmal für viecher das sind die großen brechen stein an höhle ich hab ne kleine unter wasser höhle gefunden brechen stein komm ich hier wieder raus ja super weißt du was ich glaub das ist die höhle mila wo wir heute mittag drin waren wo ich weggetiltert bin wird das in new world nur eine gilde für die zuschauer oder mehr gilder fast ja glaub ich nur 100 leute und es werden ja glaub ich ein paar mehr in die gilde rein das kann ich dir nicht sagen ne das wird alles der jack übernehmen aber ich glaub nicht dass wir 100 leute zusammenkriegen für ne gilde glaub ich nicht wenn du das streamst denn locker werden wir halt sehen ne also wenn du überlegst dann nennen wir die eine gilde voll assis dann voll assis 2 voll assis 3 voll assis 4 dann machen wir den discord dann streame ich und wenn ich sag gebt mir euer gold dann gebt ihr mir euer gold und wenn ich sag wir greifen den da hinten an dann greifen wir den da hinten an hier sind noch so ne stengel ich kann den stengel nicht aufheben du kannst die abschmeißen ne hast nen stein scheiß man die hat mir töten können du kannst den speer und so werfen mit er komm hier einfach nicht raus aber den frischen wieder kann den umkraut stengel nicht aufheben voll die scheiße wir müssen rüsse käfer rüsse unkraut stengel ok rüsse käfer ich weiß wo die sind der muss ja analysieren ich kann die hier alle auch nicht aufheben in den keller außer einen du brauchst ja nur einen den keller sind alle verbuggt du bist verbuggt Achtung große Latte wo rennst du denn hin ja weiß ich nicht wollten ins labor laufen aber ne danju danju wo bist du da bist du danju hey buddy tress dein Kieferarsch nicht rüsse käferfleisch hier ist water drinnen falls du durst hmmm hast du durst? ne just pretend it's beef jerky was hast du falsches geschrieben neo weiß ich nicht wurdest du getimeoutet stabile tür haben wir jetzt ah wir können sogar holzdinger bauen aber mit diesen also diese unkrautteile sind super schwer zu kriegen so danju ich brauch nix brauchst du trinken? ne water pass auf da sind Kaukotten drin oder schmackkommas sind die gefährlich? ne aber da sind so Spinnen auch Wasserspinnen und so ein Shit da ist ein Kaukotten wir müssen den Rüssekäfer finden und die brauchen wir auch später Kaukoppe getötet auch geil warte mal du hast die getötet? ne Kaukoppe ja sind die so easy? die machen gar nix außer rumschwimmen ja dann fahren wir ein paar das soll gut sein und essen dann du gut das ist ein Goldfisch ich hab n Rüssekäfer hier du hast Goldini der hat auch eingetötet was ist das? läuft weg bleiben sie stehen das ist auch hier Ökopower ich glaub das Spiel ist voll komplex jo ist es auch aber wir kamen noch nicht wirklich weit du hast vielleicht nen Zwinker Smiley gemacht Neo ist das Tima oder ist das Mila Tima? Mila ist blau ja die trinkt du bist blau ja was denn hier gibt es übrigens auch einen riesen Endboss ne? so eine Spinne so eine riesige krasse Motherfucker Spinne ja bitte zu dritt machen was ist das? da kommst du aufs Flusskrieg jeden Fall mit Junge da rauch ich Locker in der Schacht nebenbei hm Ganju Ganju da ist Wasser wo ist der Kiefer? so Jutsuki auf Schaden tschüss Uges bye bye sind auf der Suche nach Danju ich hab so viele Sachen hier entdeckt ja ich glaub wir haben ich glaub die ganzen Gebiete auch man kann ja anscheinend auch ins Haus rein oder? oder aufs Haus keine Ahnung ich glaub weiß ich nicht ja aber guck mal auf der Map da sind so Sachen markiert Achso das ist die Hecke nur können wir nen Kühlschrank irgendwie machen? weiß ich nicht ne ich glaub nicht die Sachen länger haltbar sind Danju da ist Danju Danju wo ist die Moomate? wie ich sie wo ist deine Quintch-Freundin? oh ne Feder Water Rüsselkäfer rüssel ich geh den analysieren Crenfeder dafür brauch ich ne Hacke Level 2 zeig mal die Spinnung und gib der Stiche Moon Moon Mermaid jungen Meerjungfrau der Danju ist der Formste mit der Meerjungfrau im Crenchen der liebt das wenn wenn die den im Schwitzkasten nimmt alter Meerjungfrau das ist ein ganz kritisches Gespräch gerade wo ist deine Moon Mermaid? what? Meerjungfrau der Dunju macht da unter Wasser RP der ist sowieso immer under the water Junge der schiebt schon seit zwei Monaten Cold Turkey wird ja aufgehört äh Kiffgras zu rauchen der Affe woher wer bin ich? wo bin ich? ja aber das ist doch gut oder nicht? oh my god der macht den Drogen alter hat er denn komplett aufgehört? ja 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 ein Munke der erobachtet immer noch zwei Tauben vom Fenster ja man munkelt seinen Hund frisst immer noch seine Stille vom Tisch Junge Lass mich Lass mich dumme Spinne alter wer ist da der Krieger? wer ist da der Krieger? warte 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 wen bannt ihr denn hier immer weg? ich kann das gar nicht lesen was die schreiben Beleidigen die mich schon hat sagen die auch ich weiß nicht der letzte hat einfach seinen Namen geschrieben was für Namen hat der geschrieben? ach so Selbstwerbung oh ich hab ne Forschungszentrale entdeckt Selbstwerbung es bringt halt nix in anderen Streams zu gehen und seinen Namen zu schreiben ne? weil die Leute bleiben dann nicht da warum leckt das so? ok schließ die Markierung der Rechenstelle jetzt müssen wir in die Anhöfe haben wir nicht schon hä? haben wir jetzt schon Rüssel? haben wir schon Rüssel von Dantzen? ja ja den hab ich grad gefunden so guck mal ich hab hier so nen Perk alter ihr müsst mal unter Status gehen da habt ihr so Perks die könnt ihr aktivieren Naturkunde das bringt ja Schnelligkeit ne? ja so ein bisschen schneller siehst du die Markierung ab Reichenstein doch hab ich ich hab den Better Twitch TV aber ich hab nicht eingestellt dass ich gelöscht in der Nachricht gesehen kann wir sind auf jeden Fall schon weiter als die letzte Mal und hat innerhalb von 2 Stunden also auf jeden Fall guck an was wir gebaut haben wo ist denn Reichen anhöhe? keine Ahnung wo die ist ähm der wird gekocht ich hab Geld ich hab Geld gefuscht mit dem Reich 1988 Liberty kommt da rein das kommt da wird gekocht Gott we trust das kommt da das wird gekocht zack 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 hallo Verti ähm wir müssen mal Trinkbecher herstellen und zwar sind die wo? Mardenhaut ja aber haben wir müssten wir haben wir werden nicht kramier von welcher aus? soll denn dieser Ort sein? ne nicht Wasserbehälter ne? bla 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 Milla wo sind die Dinger oder haben wir die noch nicht gelernt? welche Dinger? keine Waffen machst Waffen? ach da hier grubes Seilbruch mal dafür okay und Mardenhaut wir haben aber mit Sicherheit keine Fluchhammer ich hab keine Ahnung wo dieser Ort sein soll Rechen anhöhe glaub ich bin gleich tot der Goldfisch will mich fressen ja toll wir können nur eine bauen hm wir brauchen mehr Mardenhaut my friends Jigubigule Wiggle Wiggle okay sollen wir diese komische rechten Stein an Höhe finden buchen ja ich weiß ich hab keine Ahnung wo die sein soll aber ja wir können das Dings lesen hm nochmal durchlesen na diese Aufgabe warum kann man das denn nicht decken was ist das denn hier schon wieder fallen Decke diese Gerippe zu neuem Leben und enthülle dem ganzen Land ihre Position diesem Gerippe diesem Gerippe oh hm hm hmhm gibt es der Station und Tage meinst du hier in dem Spiel Sonic also ist wirklich gut also Zeit gibt es auf jeden Fall Aber Tago, keine Ahnung Heute wieder Eis gemacht, hat sie ja Hi Wir hatten schon wieder die Spinnenletze leer gesoffen Ich hab einen Tropfen getrunken Jo, Mila, was machst du denn da hinten? Willst du nicht mit uns zusammenspielen, Mila? Doch Aber guck mal, wo du bist Aber ich mach die ganze Zeit nix Ja klar, wir haben die Aufgaben gemacht Ja, guck mal, wenn du keinen Bock auf uns hast, ne? Doch Ja, dann verstehe ich nicht, warum du alleine unterwegs bist Aber ist okay Ey, Beatty ist auch alleine unterwegs Ja, aber der farmt Sachen Ja, und ich gucke auch rum Und sammle und mal Mila immer alleine unterwegs ist, ist doch so Ja, aber Beatty darf das und da wird nichts gesagt Okay, der ist am Farmen Ja, ich mach doch aber auch Sachen Du bist erkunden Ich dachte, wir gehen jetzt zusammen auf Abenteuertour Ich spiel nicht mehr mit dir 14 Minuten hab ich noch, dann kommt meine Mom rein Dann schalte der Router das Internet ab Mahlzeit Das ist auf jeden Fall die Höhe oder die Höhle, wo wir waren, glaube ich Irgendein Gerippe Was steht da drin? Keine Ahnung Was für ein Gerippe, Alter? Das steht in der Aufgabe Hallo André Kommst du jetzt zurück, Mila? Ich bin doch fast da Ne, ich frag, weil ich das seh Was für ein Gerippe ist kein Gerippe? Also, in der Aufgabe steht Erwecke diese Gerippe zu neuem Leben Gerippe Und enthülle dem ganzen Land ihre Position Keine Ahnung, es entliegen Legenden umwitterter Ort Wer danach suchte, ist bisher nicht wiedergekehrt Und nur Geschichten von Gespenstischen Wegmarkierungen Bleiben zurück Gespenstische Wegmarkierungen Da ist ne Postdiplume Keine Ahnung Können einfach mal Richtung Westen laufen Was für ein Gerippe denn? Was meinen die mit Gerippe? Boah, der Marienkäfer geht in die Spinnenhöhle Ja, André Und bei dir Lass uns einfach mal Richtung Weiß ja nicht, Westen laufen Ich glaub, das haben wir am wenigsten entdeckt Und nach nem Gerippe Ausschau halten Steht da Westen? Nö Ja, warum nach Westen dann? Weiß nicht Da waren wir noch nicht Oder alle laufen wir rum Oder wir verteilen uns Ich muss kurz einsuchtieren Danke, Forbit Haben wir denn schon mal irgendwas gesehen Was wie ein Gerippe aussieht Oder ist das einfach nur ein Spruch von denen Und es hat damit überhaupt nichts zu tun? Weiß nicht Ja, ich glaub, das Schlauste wär's Wenn wir uns verteilen In alle Richtungen Aber wird jetzt wieder dunkel, ne? Und Mila ist einfach auch Ne, ich bin hier Dann komm, Mila Wir gehen zu der Höhle Ja, wollen wir uns wie ein Fass rummachen Dann warst du zweit rumlaufen Mila Ja, ähm Ich dachte erst schlafen Können wir auch Können wir schon schlafen? Ne, ist noch 17 Uhr Sollen wir den Marienkäfer hier unten töten? Mhm Warte auf, Betty Dann lauf ich mit ihr zusammen Ja, ihr müsst uns helfen bei dem Marienkäfer Ja, ich bin da Komm mal Betty, unten hier bei uns Ja, geh rein Also auf, der chargt an, ne? Und passt auf, dass wir uns nicht gegenseitig treffen Vorsicht Los, stech ihn ab! Oh, hier ist noch einer, soll er auch machen? Ja klar machen wir den We did it, we did it We did it We did it Abstechen Stiff, 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 stiff Stiff, stiff Du kannst mir gar nichts Ich bin auf, wie sehr der Fahrradai Fett, ich fand die Habe ich eine geklatsch gekriegt Spots bleibt schmutz Super duper Der kann ja gar nichts, wenn man den Scheiß blockt Die Sachen sind übrigens richtig wichtig Die brauchen wir für Rüstung Wir sollten jeden Marienkäfer, den wir finden Sollten wir kaputt schlagen Können wir schon schlafen? Nee, können wir nicht Okay, dann gehen wir bei Nacht los Scheiß drauf Nee, nee, nee Ich hab ganz viel Essen gemacht Mag das Braten und mag das in Truhe rein Aber das geht's wohl In Truhe Ja, ich nehmen was mit und wir gehen los, Betty Warte, ich mach hier Ich hab hier auch noch Ja, dann können wir auch nicht schlafen, wenn ich geh Nee, lass kurz warten und dann Penn gehen und danach los gehen Hier ist Essen genaht Ja, aber nicht Essen vorm Schlafen Das hier ist los Ja Genaht Oder wie viel Gebratenes Kaulquapfleisch Unten ist es auch noch Kaulquapfleisch Vielleicht, vielleicht, vielleicht Habe ich schon aufgeholt Okay Vielleicht wieder trinken, sogenannte Ich hab Bogen gemacht Zonic, Dankeschön für den gifte Zappern André Was ist das denn hier? Wie will Rüstekäferbraten Rüstekäferbraten Mardenbraten Oh, der Bogenskoral Ja, wir haben schon wieder voll von Da oben Ich glaub, das lohnt sich gar nicht, ne? Das zu kochen, oder? Das lohnt sich Vielleicht gibt's irgendwie einen Kühlschrank, oder so Wir können Ich finde, die sollten Würmer einbauen Würmer? Und Raupen Raupen, ja, aber Würmer Ne, ja Ja, der war dazu Ach, das ist Würmer sind Können draußen bleiben Die Hunde Oder wir laufen jetzt gleich alle zu viert rum Und wir machen alles platt, was wir sehen Vor allem Mücken Mücken sind am Ufer ganz viel Jaja, vor allem die Mücken, Alter, die sind Und die Stinkelkäfer, weil die brauchen wir für Rüstung Ja, ich bin gleich weg, aber ich komm erstmal mit Und dann locke ich mich einfach da aus Wieso, hast du noch bis 23 Uhr Zeit lassen? Nein, 22,30, dann ist der rote aus Wie, dann ist der rote aus? Deine Lüge Mama hat gesagt 22,30 Hat Mama auch rote Haare? Nee, Mama, Papa, keine rote Haare Nee Oh, oh Oh, oh Oh, oh Bist du ein Zeugling? Nee Ich komm aus dem Ei Ach so? Ich komm auch aus dem Ei Jeder kommt aus dem Ei Du da Guck mal an meinen Stock Ich geh schon wieder auf K Bin ich gar nicht Hab stattgekommen Warum hast du denn so schlechte Laune heute? Ich hab stattgekommen Ich hab keine schlechte Laune Doch, sonst bist du immer voll aufgedreht Ich darf hier oben Sollen wir mal die anderen Leute fragen, ob die finden, dass du heute normal bist? Oh, die anderen Leute haben aber dich auch vorhin nicht mitbekommen Ach und deshalb bist du so? Nee, aber das wird schlechte Laune Ich hab keine schlechte Laune Dann mach doch spaß am Ahja Ich muss kurz intervenieren Wenn wir mal schlafen Wassertropfen Wassertropfen Geht Ja, ich brauch zwei Nee, ein, jeder ein Für meine tinke Flasche Ja, jeder ein Dann hau ich mir so ein schönes gebratenes Stück hier rein vom BT Okay Lass zusammen losziehen Ja, in welche Richtung Ich weiß schon ungefähr In welche Richtung So, rechts lang? Ich dachte, wir wollen zu dieser Höhle, Mila Ja, ich weiß nicht, was ihr jetzt wollt Ja, wir versuchen diese Rechtensteinhöhle zu finden Hm Ja, ich lauf euch nach Wir laufen einfach Da hinten ist ein Scherben-Ding-Ding-Bumm Komm, kill, kill Da hinten ist einer gestorben Mila? Ja? Kommst du? Ja, ich wollte nur kurz auf die Karte gucken vielleicht Ja, aber wir laufen doch schon vor Ja, aber ich weiß doch ungefähr den Weg Aber gut, ich lauf euch hinterher Nee, das hat keiner gesagt, dass du uns hinterherlaufen musst Komm, wir gehen ein Abenteuer erleben, du Stinkeknüll, du Aschverhaut Wir beruhigen uns jetzt erstmal alle wieder Weiß nicht, wie viele Leute du Spaß hast, ne? Und du? Und du? Vielleicht finden wir irgendwo Tyrese auch In so einer kleinen Hügel Also in die Richtung geht's auf jeden Fall zu den Mücken und Stinkekäfer Ja, aber Stinkekäfer töten wir uns doch uns hin, oder? Ja, die werden uns wohl hinten, glaub ich Aber die Mücken können wir wegklatschen Dann können wir uns diesen anderen Sperr bauen Ja, B.T. hat auch Bogen B.T. ist Legolas Uh! Marvel wollte ich kurz sagen Milbe Marvel Komm mal, dann ist die Sieg Neo, dankeschön für 1000 Bits Gib das mal Mila, vielleicht ist sie dann besser drauf Ja, Mila, hast du gehört? 1000 Bits 1000 Bits, Mila Nichts krummeln Dankeschön, Neo Da hinten ist irgendwas Großes, da ist Stinkeminke Oh, das ist Stinkeminke, ja Okay, weiß ich nicht, sollen wir den attackieren? Ne, 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 ne Gott, da ist noch einer Warte, hier ist Ton, Ton ist immer gut Ohne Ton hören wir nämlich nicht Hier ist Rüssel, da ist Danjo Dankeschön, Neo Hä? 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 Mila ist krank Da ist Lauf Hallo, Ken Da liegst du, Lucia Saft Irgendjemand hat Hunger Irgendjemand hat Hunger Ich glaub das ist ein Bug Ja Da ist noch ein Larve Wow Aber jo Sticht sie ab Mückenlarve ist das Hallo? Äh, wir müssen nach links, da sind auf jeden Fall die Stinkekäfer gewesen Wir wollen doch keine Stinkekäfer Keine Stinkekäfer? Nein, die töten uns doch Wir brauchen dafür Masken für die Stinkekäfer Die haben aber schon mal einen besiegt, das weiß ich, zu zweit Da ist doch Mückenklappen Also ich nicht Den Stinkekäfer haben wir doch besiegt, den unter der Brücke Nee, wir hatten Explosions hier diese Bombe Ja, stimmt, genau Da ist noch eine weg, mach kaputt Steck den ab, stuf, stuf Stuf, stuf Der hat einfach bestimmt, dass wir geil sind, ne, ich bin noch nicht geil Wann ich schon Gehen eigentlich deine Haare denn da oben bei dem Super Saiyan Jam, wenn da geil wirst? Ähm Nee, die werden auf einmal glatt Die werden auf einmal glatt Da oben ist Biene gewesen, die hätten wir abknallen können Der Bogen Aber ist Biene stark? Ja, aber warte ich nimm mal hier, wir sind drei Tonbrocken, lass die mal mitnehmen Ich hab keine Schaufel Da Je Dass man das alles auf Shortcut haben muss, ey Nee, du hast Hunger Du hast Hunger Ich bin, ich muss ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen hyped auf New World, ne? Hier ist die Höhle, bei mir übrigens Wo bist du? Ach doch, da sitzt du War das die Höhle, Minas? Das ist die Höhle, in der wir waren, wo du geragecritet bist Achso, jetzt bin ich geragecritet Ja, bist du da? Ja, bin ich auch Aber du musst mich doch jetzt hier nicht bloßstellen Ich mach die Woche auch die Guild Wars Pause, deswegen gucken, kein bisschen reinhasseln in New World Da ist ein Eichel Nicht, nimm das Essen mit Die gelben Brocken Was? Da waren gerade eben noch mehr drinnen, als wir, also von diesen Viechern, als wir vorhin da hatten Wie, die ist Fackelträger Warte, hier ist Analyse Mein Blut, das sagt alles in Ordnung Diese Musi-Regel Nimm mit, komm Ah ne, die sind weg Okay Ich hab die genommen Dann ne vermeint Komm, ich brauch Licht Das ist Quatsit Ich glaub für echt Weil ich nicht zu Hyped bin und nicht enttäuscht werde ich Nimm ja das Quatsit mit Nimm mal, willst du die Fackel haben, weil dann würde ich mit Bogen rumrennen Joa Dann mach ich Fackelträger So, wie kann ich die runterpasse zu meinen Haaren Gehst du hier runter? Gehst du runter? Einfach trocken Äh, einfach im Inventar Erstmal musst du die aus der Schnellleiste rausziehen Oh, pass auf, pass auf Und dann im Inventar So Das ist übrigens, das ist übrigens richtig gut, wenn einer so ne Dings hat, ne So ne Zwei-Hand-Waffe Weil Nein Stunt man Da hab ich mich auch so sein Gehehl Obwohl ich früh bin Aber hier geht's schon wieder raus Dann sind wir nicht richtig Ja, es gibt auch noch einen anderen Gang, der geht runter, oder nicht? Äh, Dienstag, Bomfer Dienstag Ja, ich seh schon, komm ich komm Dienstagabend online, Alter, schon alle irgendwie Level 50 oder sowas Bis 60 geht das, ne, hab ich gehört Ich glaub, das geht nicht so schnell Ich glaub, ich seh, dass eher komm, dass alles richtig viel Drama ist Vor allem hier Weil dann spielt nämlich wieder Person X, und dann gehen die anderen in den Dungeon Dann darf der nicht mit, weil der Neue... Oh ja, hier geht's runter Ich hab hier irgendwas gefunden, glaub ich Ich hasse das halt, wenn ich so zurückhänge, das ist echt immer scheiße, ey Dann heißt das wieder, ja, ihr nehmt mich nie mit Kommen sie, kommen sie Ich seh wieder was, uh Ich versuch euch zu finden Ja, wir sind, komm und zurück Geh runter Katze Geh weg Nein Kannst du nicht miauzen? Runter hier, und hör auf die Kabel an, so knabbern Hier waren wir doch schon Ja, hier dann Oh, was ist das denn hier? Hallo Dani, das geht ab und Dankeschön für den... Sub und herzlich willkommen Oh, meine Fackel geht hier nicht Kann man hier was machen? Ne Ich ärgere die Katze gar nicht Dix Racer ist hier Da kann man doch was mitnehmen, da leuchtet dort grün Blankes Metall Oh, oh, dreistekunden Äh, wo geht's zurück? Äh, hier, zu mir Zu mir, zu mir Ich sterbe, oh mein Gott Komm her, komm her, komm her Nila Vier, drei, zwei, ich glaub ich komm gar nicht voran Ich seh nichts Wo bist du? Ich bin tot, ich bin tot Was machst du da? Ja, das Ding ist, ich seh absolut gar nichts Du bist gegen den Stein geschwommen die ganze Zeit Ja, das seh ich ja nicht Und wo ist jetzt deine Tasche? Ähm, bei euch da irgendwo Aber ich kann die nicht wiederholen, ich seh da unten gar nichts Ja, da ist dein ganzer Stuff weg Ja Was? Echt jetzt? Och, nö, jetzt muss ich wieder Eichel farben Ja, Mad Max, du sucht eine Anhöhe Weißt auch nicht wo... Ja, ne, wir wollten erstmal in die Höhle hier rein Und jetzt müssen wir auf Mina kurz warten Was willst du denn von mir, Junge? Aber ich hab keine Sachen mehr, ich muss erstmal alles neu machen Ja, eigentlich müssen wir genug mehr Zahnen für nochmal ne Rüstung Mila, einfach nicht mit Herz dabei heute, ja Oder die stink ich auf mich, weil ich vorhin Rage grittet hab Aber versteh ich nicht, warum du dann so lange stink ich auf mich bist Äh, ich... Ach, komm Ich sag gar nichts mehr Du bist aber heute anders Ich leck mich Was? Ja Hier? Da sind ganz viele Marvels Ach, komm Das sagt man nicht, Mila Guck mal, die laufen wieder vor ohne Komm, wir machen nur ein paar Marvels weg Oh, hier ist dieses Gift, da dürfen wir nicht hin übrigens Ich dachte, den Gift ist gut Ich dachte, den Gift ist gut Oder sie stinkig, weil sie oft hört, dass sie stinkig ist Das könnte natürlich auch sein Soll ich den mal locken? Den... Den... Soll ich versuchen, den weg zu kloppen? Warte ich mal, schieß den mal an Ne man, wir sterben doch halt alle Ach komm, wir hauen den weg Och man, nicht schon wieder Der hat gar nicht viel AP Aber der macht... Ja, ja, dann... Oh, stink, stink Ich schieß mit dem Pfeil auf den Ne, ne, der haut mich jetzt Ihr müsst doch schon kommen, ne, mit dem Sperr hauen Ja, aber das... Da ist aber halt... Ich schieß mit dem Pfeil auf den Junge, der kann ja reden Boah, was ist denn hier los? Was ist denn da... 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 Da hinten liegt noch irgendwas gleich... Aber was ist denn da... Da ist noch ein Schenkelkäfer Ja, warte... Ach, bin ich lost... Ey, Mann... Was hast du gemacht? Eine neue... Rüstung, die ich gar nicht brauche, weil ich meine alte ja habe Schreib den an Warum hast du deine Alte? Sobald er dieses Dings macht, rausgehen Oh, da ist noch einer Da ist noch einer Warte, da ist noch einer Ja Jetzt macht er sein Gift weg Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf Pass auf, pass auf Oh, oh Wie viele Pfeiler hast denn bei? Ich habe die von gerade nochmal aufgehoben Aber das kostet voll viel Austausch, muss immer ein bisschen warten Achtung Weiter Oh, der zweite ist glaube ich Buggy Na ja, der will uns angreifen Ne, der ist wütend Hört keine Pfeile mehr Oh nö, echt jetzt? Muss da ein bisschen mehr Ich dachte 20... Warte, warte, ich hole weg Oh, oh... Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott, der kommt, der kommt, der kommt Oh mein Gott Obacht Er kommt immer noch... Ja warte, der hat doch Agro auf mich Auf irgendeinem hat der Agro Jetzt kommt ran hier, wir hauen ihn weg Kann doch nicht sein, dass ich mit Lower P der erste bin, der dahin rennt Oh mein Gott, weg 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 Oh mein Gott, weg 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 Satze Komm doch Oberst Oh, schon wieder Stinkbombe Weg 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 Ja, wir lassen uns immer zu viel Zeit Ne, der war... der war Agro verloren gerade Jetzt müssen wir den rauf Ja, jetzt müssen wir den rauf Ich block Ich block alles Ausdauer Wechselt Stinkbombe Ne, doch nicht Ich glaub gleich, aber Ich glaub gleich macht der Stinky Ausdauer, Ausdauer Jetzt wieder drauf da Block Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Oh mein Gott, weg 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 Oh mein Gott Pass auf Thomas Ja, ist hinter mir Ich hab keine Ausdauer mehr Komme, ich komme Oh, schon wieder Stinkbombe Geh, bitte, bitte Ja, bei mir Sieben Pfeile, bei mir Sieben Pfeile, bei mir Sieben Pfeile, bei mir Schon wieder Stinkbombe, ja klar Komm Ich kite ihn aber bis Mordauer Jawohl Oh, da ist noch einer, fuck Da ist noch einer, ja Und so ne kleine Mistratte Oh, der ist Tod Der ist super low Ab, hab, 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 alles Macht Mistratte weg Fuck, der steht da mal auf Wann macht die denn? Jetzt Huklu 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 Boah, Mila, Alter Schau mich so erschrocken Schau mich auch, ey Warte, hab ich Pfeile? Ja, ich hab Pfeile Warte, warte, ich lege dir welche Ich hab auch einen noch Wir müssen mal zurückgehen Wir brauchen eine Anhöhe, okay Das Ding war falsch Willst du gucken gehen, ob du den Stuff loonen kannst? Ne, ich kann da unten nicht sehen Aber vielleicht kommt was, wenn du da reingehst Boah, bitte, hier sind deine ganzen Pfeile Oh Warte, ich heb die auf Oh mein Gott Du siehst, du kannst ihn mal aufheben Oh mein Gott Ich hab den nicht gesehen Ist er tot? Nein, nein, nein Müssen wir die mitnehmen, oder brauchen wir die? Alter Da war einfach so ein stinking Kiefer, der liegt genau vor mir Guck, siehst du den? Ach da, Elvich Hab ich nicht gesehen Da ist eine Larve auf Wir können den angreifen, Elvich Ist das Ding tot hier? Ja, wo sind die Pfeile hin? Ne, ne, der andere liegt dahinter Siehst du den? Du hast die Pfeile gedroppt, aber ich seh die nirgendwo Ne, du kannst Du siehst Du hebst die automatisch auf, wenn du rüberläufst Ich hab nur einen im Ah, ne, da 18 Soll ich angreifen? Ja, let's go Wartig Gib dir einen in den Auge Achtung, Stinkbombe Oder? Der ist verwacht, glaub ich Warte, ich teste Dann lass den töten Ne, ne, der pennt Komm, komm, komm Stinkbombe, stech den ab Oh, achta mal Oh, Stinkbombe Oh mein Gott Au, au, au Oh Gott, das zieht so viel ab Für Oto Nicht immer noch Schauen, ne? Er kommt zu mir Versuch den Oh nein, ich darf da nicht reinrennen Idiot Was sind diese Untertitel? Weiß ich nicht, die hätt ich vorhin auch hier Ich hab blockt Achtung, Stinkbombe Man, der nervt, alter Ist alles voll mit Stinkbomben, Junge Wir schaffen den nicht, ne? Doch, doch Wir haben schon zwei Stück davon getötet, Mila Ihr müsst nur rangehen Sobald er da rausgeht, müsst ihr auch mit rangehen Ja, ich bin die ganze Zeit am Schießen auch Äh, Stinkbombe Ja, raus da Okay, immer wenn er einen Schritt nach hinten geht, macht er Stinkbombe Wir dürfen uns nicht so weit trennen Sonst ist da die Bombe und wir können da nicht hinterher Er ist super low Ah, Stinkbombe Egal, rein da Nein, nein, nein Ich hab viel zu wenig stehen Ihr belebt mich wieder Ich bin schon... ja Okay, nice Ihr müsst mich wieder belegen Warten bis sie weg ist Kannst du herkriechen? Ne, du kannst nicht kriechen, ne? Oh mein Gott, hoffentlich despaunt die Scheiße Ja, ja, warte, warte, es dauert 5 Sekunden noch, glaub ich Ja, jetzt ist es weg, glaub ich Oder? Ne? Ja, ja, doch, doch, doch Ja Lebst du auf? Ja, ja Überall liegen Pfeile hier, Alter Thanks, buddy Dankeschön Ich hab keine Verbände mehr Ich hab auch nichts mehr Lebt noch Pfeile Ja, ich sammle ein paar mit ein und droppe die näher Wir brauchen immer noch eine Anhöhe Alter, viel hier liegen Äh, Aufgabe, Rechensteine Rechensteine Danach sucht es bisher nicht wiedergekehrt Und nur Geschichten von gespenstischen Wegmarkierungen bleiben zurück Erwecke diese Gerippe zu neuem Leben Und enthülle dem ganzen Land ihre Position Ich komm mal zu dir und bring dir die Pfeile Soll du mir googlen? Mila? Äh, ja Ich glaub wir finden da nicht, wir sind zu doof Beide? Oh, zwölf Stück, Masha Ich hab insgesamt nur drei Pfeile verloren bisher Du kannst dir hier welche sammeln, ne? Ah, die sind dies der Busch Ja, das sind nur Dornen Die muss ich dann verbinden mit Milben-Dings Aber ich hab auch Milben dabei Rechensteine anhöhe Ich hab auch Milbenpelz Warte mal, ich kann hier welche mitsammeln Ja, wo ist denn die Hitbox von hier denn? Ja, das ist ne Anhöhe Ja, das ist ne Anhöhe, ja Anhöhe, ja Subdupe, mein Freunde Das versteh ich auch selber, dass das ne Anhöhe ist Die Ärger, ha? Ich hab Stinkbombenpfeile, kann ich machen Die haben das echt blöd beschrieben, oder? Ich hab meine Sachen wieder Warte mal, Beat, ich hab dir Pfeile gebaut Äh, ja Ich hab auch noch Pfeile gemacht Ja, komm, komm mal hier runter Legt ihr die hier hin Ui Übelst viele Pfeile jetzt Ja, aber was Rechne an nem Stein gleich eine Anhöhe Ja, aber Was ist denn 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 Was ist denn ne Anhöhe? Rechenstein Also, könnte das irgendwie, weiß ich nicht Hake, ein Rechen ist ne Hake Haken Oh Ist hier nicht irgendwo ne Hake? Ey, war doch irgendwo ne Hake Wo war denn nochmal die Hake, Mila? Oh, dass das auch alles so verschwommen ist Wenn man weiterguckt Die war... Warte kurz, lass mich eben hier atmen Wo ist das Fernglas, wenn man es braucht? Das Ding ist halt, das ist ja auch so schwammig, ne? Das ist so kacke, Alter Ich dachte, das sind meine schlechten Einstellungen Aber das ist halt so... Ich seh keinen Ich hab die auch irgendwo gesehen Also, hier haben wir ne Schaufel Ne, das ist keine Schaufel Du hast ne Schaufel Das sieht aus wie ein Hackmesser von hier Oh, da hinten ist irgendwas Großes Hier ist ne... Ach, hier ist ne Schaufel Was ist das dumm, Alter? Ich glaub, wir müssen hinter dem Baum gehen Äh, Hilfe! So Was, Hilfe? Oh, jetzt kann ich was sehen Ähm, da hinten ist ein Trinkbrunnen Da ist Farbe Warum kannst du jetzt so viel sehen? Weil ich hier oben auf der Pflanze bin Ne, bist du da hochgekommen? Da hinten hochgeklettert Ja, das Schwammige ist halt richtig ekelhaft Deine Augenwege Nimm Dings Ich glaub, das ist in der Richtung da Hier links, das sieht aus wie ne Hake, ne? Guck mal ganz links Auf der Map unten Neben dem Baum, das sieht aus wie ne Hake Ach man, ich komm nicht hoch Ganz links Ja, da hinten im Rosenraten Ja, da mein ich ja auch Also, da müssen wir quasi eigentlich nur in diese Richtung Ist das Westen zufälligerweise? Ja Ha Nord, ne Südwestlich so Also Richtung Rosengarten, richtig? Oder bin ich ganz bescheiden? Wo ich grad hin gucke, springe Ganz hinten da Ich mein aber, wir können da nicht hin Wir können da nicht so einfach hin Das ist, glaub ich, die Gegend, wo dieses Gas auch ist Ne, das Gas ist aber geradeaus, oder nicht? Also, ich hab die Hake auch schon mal gesehen Ja, die hab ich auch schon gesehen, ja Also, die müsste eigentlich irgendwo sein, wo man hinkommt, auf jeden Fall Hm Oder war die da hinten an der Hecke? Guck mal, da hinten ist doch so ein Stock, der so quer geht, oder nicht? Ein gerader Stock Ganz hinten hinter den, äh, Dings da In die Richtung, in die du grad guckst? Ja Da hinten Also, Osten Nein, das ist Wespen Ja, ja, doch, doch In die Richtung müssen wir Ja, niemals Juhu Niemals ohne Seife waschen Ich find das Spiel irgendwie echt geil Ja, das kann da auch echt schnell triggern Jo, ich bin heute Mittag, äh, Gerage quittet Ach so, Triggern Tut mich das so nicht Mhm Ja, weil es manchmal einfach Situationen gibt Ey, jetzt wo ich in die Richtung laufe, ist auch mein Dings ja irgendwie angegangen, links Hier, jetzt kann man den Marienkäfer kurz töten Ja, kann man machen Boah, da ist Riesentropfen Guckt euch das an Boah, ey, die Soffen direkt auf Okay, let's go Duft 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 Boah, der hat mir vorhin den Trick gegeben, das war das Pferd Oh mein Gott Junge, was ist das für ein Pferd, Alter? Komm doch, komm doch Boah, Aua, halbiges Sand Putzbach Mach weg den Jungen Duft 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 Aua Payback Haha, Payback Ja, schlimm, du scheiß Napperskind Ist da was zu trinken drin? Da war einfach... Geh mal kurz hervorher schon Junge, wie viel säufst du, Alter? Ich hab den vorher nicht getrunken, das war mide Ah, da oben sind zwei Tropfen Gönnschmilz Heiß, trotzdem danke Guck mal, fliegt Milzen Steff, steff, steff Oh, hier ist eine Spinne Oh Oh, hier ist eine Larve Komm doch Hallo Übrigens hängt hier überall Wasser in ne Dings In ne Grasalme, ne? Der Schweiß Hat hinterher Du läufst jetzt nicht weg Spinne Spinne Oh, bei BT links Lass dem helfen Ein super Lowlife Gib ihr Brett Komm BT Zimmer ist gefangen Alles gut Ich block Ich block Oh, hier sind Mini-Spinnen ohne Ende Oh, hier sind Mini-Spinnen ohne Ende Achtung Oh, was war das? Was war das? Am Klingen Spider-Man Nein, du musst das Netz hauen Steff, 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 steff Frank, du der Main Aber ich habe Spinne, ich halb nicht Jeder zweite von uns ist in einem Kampfsportverein Ich habe keine... Hä, warum habe ich halt nicht Ehren rausgefunden mit dem... mit dem Dings blocken Was? Das muss aber nur blocken Rechtsblick Guckt ihn euch an BT Der Kicker aus dem GTA-Server Was? Was machst du denn da? Du kannst die Netze verhauen Hä, ich bin doch gar nicht im Netz Na klar Hä, ich lauf hier rum Wie bist du im Netz? Hä? Mir ist BT auch im Netz, ja Okay, weiter Lauf wir einfach rum Oh, hier ist eine Höhle Sollen wir da reingehen, Mila? Da finden wir bestimmt wieder so eine Karte Aber da kam... Da war die Spinne gerade vor Ja, und? Ich sag ja nur, Spinnen oder was? Ja, hab ich Problem damit? Ja, aber du hast eh keine Angst Du hättest grad geschrien mit dem Mädchen, Alter Alter, du weißt gar nicht, wie viel ich hier schon geraucht hab heute Abend Da ist Dings Energie Oh, Spinnenhöhle Du musst heute erstmal zwei neue Schatten kommen Ihr seid im Spinnennetz Lass mich... Die schläft Oh mein Gott, die schläft Okay, die schläft Das ist ne Wolfspinne Das ist ne Wolfspinne Raus, raus, raus Nein, nein, nein Hau die Welt Wie, raus? Seid ihr dumm? Was seid ihr denn für Welt hier? Das ist so ne giftige Die ist riesig Ich hab die Schraube Die macht uns Two-Hit Die kommt hier doch niemals raus Und spinnt sowieso, oder? Oder halt? Ich lasse das nicht auf mich Könnt das tot? Nein, Könnt das nicht raus Ich komm nicht raus, hol mir die Energie Ah Nein 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 Ihr seid solche Wichser Dass ihr mir nicht hilft Ne? Ihr seid die größten Penner, Alter Der töte das alle Lauf! Komm, ich hab's mir in die Energie geholt Noch eine Stimme Oh, mir gibt noch eine Was? Ich bin tot Ich bin tot Einer muss mir helfen Nein Oh mein Gott, noch eine Ey, ihr müsst mir helfen Ey, hier sind 15 Stimmen Bitte, 10 Sekunden 20 noch Einer muss kommen Ne, die kommen grad zurück zu dir Nein, die sind weg 20 Sekunden noch Man hat doch mal eine Eier in die Hose von euch Guck mal Egal, egal Komm schon, du schaffst das Du schaffst das Du schaffst das, renn, renn, renn Ich pieg's dir einmal Das hat dauert Mila einfach MVP, Alter Mehr Eier als Bici und Zimmer Hä, was willst du denn? Mila war gar nicht da, als wir rausgerannt sind Die hat mich gerettet, Alter Ja, die kam wieder Die wurde aber nicht gebissen von der Spinne Und ob ich gebissen wurde? Klar wurde die gebissen, Alter Ja, aber nicht als so rausgerannt Nee, als wir geheuer haben Ich hab's vorher die ganze Zeit draußen gewartet Achter, mal komm Dein Gesicht ist genau so Gott, mit dem Haar Ja, prob- Ja, hä, ich hab Sonnenbrand Sonnenbrand im Winter, Junge War Fahrradfahren Ich hab Fahrradfahren Okay, wir müssen in die Richtung Oh man, jetzt schon wieder eine Spinne Ja, die große Spinne ist draußen, ne? Ja, es ist ja auch nachts Was? Ja, ich warte auf euch Oh, ich glaub ich geh jetzt einfach offline Da hab ich's gefunden Ey, wir müssen in die Richtung Wo ich grad hinlaufe Start spacer development Ominent may not believe in it, but I know it's potential Though I must figure out how to return shrunk objects to their original size The first step will be to address the particle transcription errors It seems almost certain that the irregularities are responsible for the failure during the demonstration Bergel Please bring up all the lab data about the unknown particles Erzähne Anwöhe Oh, wir laufen komplett falsch Wir müssen nach links, oder? Äh, ja Da vorne Der Bubelboot Ingebetchen Ingebetchen Wo sie tropfen Wasser hin? Hier oben sind welche Wo sind denn alle meine Freunde? Hinter dir Und Mila läuft dahin und sagt uns aber nix Mila, why? Du warst doch grad noch bei mir Hier ist noch Marinekäfer Könnt ihr zurückkommen? War richtig lowlife, ne? Mila, kannst du nochmal kommen? Mhm Der macht eh grad Haier Uuuuh Steff trifft sie da Tis, tis Putz, bach Ja, wo sind die Kippen, chao? 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 Obacht Oh mein Gott Was hat die Spice nochmal gesagt, wie die Dinger heißen? Matche Pitche oder so? Pitche Matche? Ich dachte, die hätte es mal in den Käfer Da ist ne Entdeckungsdingsbums rechts Hier oben ist Wasser, wenn einer braucht Ne, der, hier im Chat hat schon recht, Beatty hat auch rote Haare Hydration is the key to performance Was hab ich? Rote Haare Achso Wuss ich noch gar nicht, aber dann für die Haare ist Ich hab rote Haare Mutschekippchen hieß das, genau Kippchen? Hier ist der Ball Genau, wir müssen weiter runter Billi, äh, Billi, brauchst du noch Wasser? Ich bin in eine Höhle gefahren Ich weiß auch nicht, wer Billi ist Wer ist denn Billi, Alter? Ah, das hier Das ist der Spawnpunkt, ne? Officer of Harrydale Machi Pitche Da ist die Hacke Oh mein Gott Stinke, Stinkekäfer Das gleiche Gestern hat die Mila den noch, äh, ganz lieb Kurtis Käfer genannt Heute sagt die das gar nicht mehr Achtung, Stinkbubble Du hast gesagt, ich soll den nicht so nennen Oh nein! Hier ist ne Riesenspinne Äh, wir müssen hier weg Ach du Scheiße Wir müssen hier sowas von weg Riesenspinne auf dem Weg zu euch, zu Timmer Timmer, Timmer, bei dir! Ich seh sie nicht Aber ich weiß, dass sie durch den Stinkbubble kommt Diese kleine Spinnen, die wollen mich fressen Nacht ist es eindeutig, weiter als draußen Gott, es läuft einfach irgendwo hin Hörst du von mir? Wo läufst du hin? Ich lauf auf dem Auf dem Pitsche Dings hier Stinkekäfer ist hier Oh Gott, Mila Müssen wir nicht da drauf? Ne, warte mal, der stand rechts davon, ne? Keine Ahnung, man, aber da oben sieht's safe aus Okay Geht's euch gut, Freunde? Die kommt hier nicht hin Kommt hier dann nicht hin? Oh, Stinkekäfer Ey, was ist hier los? Es ist halt auch nachts, ne? Glaub ich Hallo, Freunde Wie viele davon denn noch? Du hast keinen Platz mehr Äh Wo ist die Spinne? Oh, hier sind Granatapfelkäfer Ihr müsst hier hochkommen Diese Bomberkäfer sind hier, Mila Biti? Hm? Warte Moment, schnell Das ist Granatapfelkäfer, Junge Das ist mir irre Du darfst wissen Ja, aber unsere Freunde Da ist irgendwas riesiges geflogen gerade Hier Kriegen wir die tot, Mila? Oh, der hat schon Oh, oh Attacke Ey, warum hab ich keinen Platz mehr? Ich kann meine Sachen nicht auslaufen Der hat voll abgeschissen Achtung Kleine Spinne Oh mein Gott Weg, 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 weg Nein, nicht weg, die kleine Spinne, Alter Das ist noch so eine Dachte gleich Hier müssen wir hin Oh nein, hier ist giftig Hier ist giftig Oh, hier ist giftig, ja Okay, wir holen den da hier runter Aber wir müssen dann den Weg bauen Ah, okay, verstehe Los, Legolas Los, Legolas Stopp, stopp, stopp Ich kann nicht Warte, ich suche Aber hier unten sind wieder kleine Missspinnen Hab ich denn weg? Noch eine? Oh Gott Guck, das ist ein Stein, Junge Aua Meine Nase tut weh Kleeblatt Hier unten ist eine Höhle Ja, wir brauchen ja mal ein Kleeblatt Aua Wir brauchen ja mal ein Kleeblatt Wir brauchen ja mal ein Kleeblatt Sonst wachsen wir auch überall Oh mein Gott, ich bin erschrocken Kleeblatt Was willst du? Wo ist ein Kleeblatt? Kleeblatt, hallo? Kleeblatt Glaub nicht, dass ich hier hier wieder rauskomme Oder? Was brauchst du? Kleeblatt Warte, ich hab was für dich Hier sind Kleeblatt Oh, hier ist noch so ein Granatapfelkäfer Ja, warte Hallo, ich brauch Hilfe Du hast doch hier gekocht Hallo, kann ich Hilfe haben? Kann ich Hilfe? Ja, komm, komm Mila kommt auch Ich komm hier nicht raus Ja, dann geht erst mal Mila helfen Dreh doch einfach den Gamma hoch, Mila Nein, ich komm hier nicht raus, weil ich hier nicht rauskomme Wie bist du denn reingekommen? Gefallen Ich glaube, springst du dann irgendwo rein Gefallen Aua Oh Gott, ich hab keine Ausdauer mehr Und ich hab Hunger Und ich hab Hunger Und das heißt Ich sterbe bald hier Ich komm hier nicht raus Du beruhigst dich jetzt erstmal Ich kann hier nicht mal grillen oder so Von Kies Wenn der nicht reinspringen Gibt's da keinen Ausweg anderen? Kannst du nicht auf diesen kleinen Ast Da runter, aber das hört sich dann noch an, als wär da eine Spinne Oh ja, warte Du musst doch irgendwie Oh mein Gott Ja, da unten sind sehr viele Spinnen Wieso bin ich auch hier angekommen? Ja, eine ganz ganz große und ganz viele kleine Scheiße Oh mein Gott, das hier ist eine Todesfalle, Beatty Ich brauch Was war das? Warte, spielst du dich raus Kannst du nicht auf diesen kleinen Ast da springen? Spielst du dich raus Komm Verdammt Ach Nein Ja Komm Okay Okay, ich muss mich eben erstmal hin Geh und such Hilfe Erstmal wirst du Essen kriegen Was guckst du so blöd? Irgendwie Beatty jetzt heraus Ich brauch Pflanzenfaser Versuch mein Weg Kannst du nicht auf diesen kleinen Ast da springen, der hier oben ist? Nee, kannst du nicht Hat einer Pflanzenfaser bei noch? Und hier hin? Ähm Und hier hin kommst du auch nicht? Hat einer Pflanzenfaser bei? Nee Ja, ich hab was Drop Miese Drop Miese Ich will hier nicht reinfallen, entspann dich Hier Ah, ah Oh Gott Maybe I have a idea Also einen kriegen wir da nicht raus Nee Kann sich gegenseitig raus boosten Ja komm ich booste dich Nein brauchst du nicht Warum? Warte mal sickerle mal Peach, geh mach da jetzt Land Da freut mich auch nicht gern zu lernen, ne? Komm Oh nicht rum, Junge Mach, bin ich da Los Oh, hier ist der Eingang der Höhle Ja Oder wir gehen einfach hier runter Ey, es geht Du bist so ein Ach, lass Junge, was ist der mit dir, Alter? Ich spring doch Hast du einfach runter Hast du einfach runter Hast du einfach runter Kinder und die killen Mit solchen Skills kannst du auf die Bowie zocken gehen Ja, wenn du die ganze Zeit sitzen bleibst, kann ich auch noch machen, ne? Hä, bist du tof? Ich will springen, aber geht nicht Okay, machen wir das so ohne, ohne Dings Geht einfach nicht, warte vielleicht hier Oder du dich hier drunter tust Oder hier Ne, hier ist doch der lausste Punkt, oder? Oder hier Seht ihr Licht vom Loch aus? Ich geh jetzt einfach hier runter Okay Weißt du was, ich rüste mal einen anderen Pfeil aus Ein stinke Pfeil Der heißt sogar so Oh mein Gott, hier ist es stinke Oh mein Gott Bitte nicht Bitte nicht Oh mein Gott Oh mein Gott Ich bin der Wahnsinn, Junge Ich mach das kaputt Oh, schnell weg Oh mein Gott Ich hab euch den Weg freigemacht Komm hier, hier zu mir Schnell, 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 schnell Unter Wasser, unter Wasser gehen irgendwie Nein, ich bin hier Komm raus Keine Ausdauer Komm, komm, komm Raus hier Da oben ist ein Stinkkekäfer, wenn man rauskommt Da, wo wir gegrillt haben Sind so viele Spinneneiler noch Mila kommt uns retten, Biti rennt mir hinterher Timmer steht oben und da steht ein Stinkkekäfer Und dann zum Thema Der muss um halb elf weg Wir haben gleich elf Uhr Hey, ein Dreck, ein Lügner Ich hab eigentlich eine Route aufgebaut So, was brauchen wir jetzt? Wo waren wir überhaupt? Wir brauchten noch ein Ding Ja, wir waren doch da Wir brauchten noch irgendwas Kleeblatt, da vorne gibt's welche, komm mit Da war auch noch so ein Stinkkekäfer, den müssen wir weghauen Wir brauchen nämlich die Items von denen Dann sind wir eigentlich wieder nachts unterwegs Weil nachts am schönsten ist Ich gebe einen Ebenen Kleeblätter Da, hier Und da ist auch der Stinkkekäfer Angreifen? Na klar Ich muss den wegkommen Oh mein Gott Pass auf, da gibt ein Gift Da ist so eine Giftgegend Ein Bomberkäfer, oder? Ja, ja Haben wir Kleeblatt? So wenig Leben Ne, da vorne ist Kleeblatt Da muss kurz einer hin Mach Ja, der kommt Ok, ich mach doch nicht Step, step, step Los, los, los! Einer muss den festhalten Festhalten Was war das denn? Oh Gott, ich bin fast tot Ich hab ein Leben Einer muss mir helfen Warte, ich mach kurz Ich spür meinen linken Arm nicht mehr Oh, oh Bitte Hilfe! Ich mach, ich mach, ich mach, ich mach Ich mach, ich mach Pass auf, dass ihr nicht im Gift seid, ne? Ich glaub, ihr seid ja im Gift, kann das sein? Den muss einer looten und dann Kleeblatt holen, ne? Ich geh Kleeblatt holen Ich hab Kleeblatt Oh, schnell hoch Ok, dann nach oben Au, au, au Danach geh ich oft Ich brauch irgendwas zum vernünftigen Heelen, ey Ey, du musst halt so einen Verband reinmachen und dann musst du warten, der heilt dich auf 100 Aua, hier ist giftig Aua, aua Was? Ich muss irgendwas aktivieren Wie denn? War das das? Ja, ne? Ja, 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 ja Man kann das irgendwie ändern, man kann die Farbe einstellen und sonst, aber keine Ahnung, das dauert zu lange Was kann man ändern? Als der Farbe einstellen und sowas Da ist der Totenkopf Da ist ein Totenkopf jetzt Ja, hab ich eingestellt Wie? Wie? Ja, für giftig Wie? Okay Ja, dann erstmal ab nach Hause, wir haben viel Zeug gesammelt Wie? Und wir müssen Gasmasken sammeln Wie die Spindel ausspinnen die Ja, immer Richtung Baum Eis, Rob, ich lauf durch Fuck this shit, I'm out The Grudge Vorhin, als wir aus dieser Hülle da rauskam und da die Spindel von links und rechts kam, da war kurz der Stift draußen Die Spindel ist der Turbo So, Grudge würde ich auch gerne mal wieder schauen wollen Grudge? Grudge Das ist doch alles Grudge Das ist doch alles Grudge Was ist denn das? Das ist Grudge, der Film Grinch, mein Lieber Nein, nicht Grinch Grinch ist so ein Kackfilm War das mit Grinch? Oh, vor allem an den Dungo Auf jeden Fall ein saftiges Erlebnis Guckalü Erinnert euch noch an die Zeit, wo wir Piratenpommes gespielt haben? Mit den Sprengfestern Na klar Das hat Spaß Als Mila uns versenkt hat Als Mila euch hochgesprengt hat Als Mila euch hochgesprengt hat Er hat einen unter Angriff 15 mal Stetig, deine Erinnerung, Gruppenwechsel beginnt um 8 Da bin ich aber schon ein bisschen zu spät jetzt, ne? Verdammt Welche Zeit Die machen schon warm-up, Junge Die motivieren uns einfach gegenseitig Boah, Eichelnd Mh, das war lecker, danke Ey Das trollt, Junge Du trollst, Junge Du treust die ganze Zeit, Junge Du bist mit nem Fußball geboren, Alter Und du bist der Fußball Loot, 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 loot Ah, das haben wir jetzt markiert Okay Genau Du kannst da so ne Wegmarkierung setzen Wir könnten hier eine Ach, wir haben hier eine, ne? Kurtes Kusch Dein YouTube-Kanal ist weg Also den gibt es nicht mehr auf YouTube Und bitte DaVinci, Alter Einfach DaVinci Ich hasse dich so sehr, ne? Ich hasse dich Ich hasse dich so sehr, Alter Oh, Junge, Junge Warum? Warum? Warum ich? Ich hasse dich so sehr, Junge Ich hab dir doch nix getan, Bruder, Alter Ja, das ist DaVinci schuld, dass der keiner weg ist Der ist zu gierig Wer packt denn immer dieses Dings da rein, Läusehonigtau? Das kann man essen, ne? Ja, aber das gehört da rein Nee, das gehört nicht da rein Warum sind die Eichenschalen drin? Das ist die Verbandstruhe Ich hab da nicht da rein Warum ist die Truhe hier voll? Ich hab da da auch ne Schale reingemacht Wir haben so viele Truhen, wir benutzen nur viele von Ja, bis die voll sind und dann die nächste Hallo, Johnny Okay Ausrufezeit YouTube-Curls gesteht Ihr seid richtig gemeint, Chat, Alter, ehrlich Ihr seid richtig gemeint Junge Leon, Alter Leon ist der Meister Leon ist der größte Kicker, den ich... Nee Obwohl, der Finn ist noch schlimmer Wo kommen denn die Dings rein? Die kommen doch hier rein, ja Was? Ach nix, halt's Maul Lass mal schlafen Warum? Wissen jetzt so Richtige Trollz, Junge Wallah Krise, Alter Wallah Krise Was geht ab, Oba? Guten Abend Ich geh jetzt schlafen Ja, dann gehen wir nix, dass im Spiel noch pennen, Alter, damit wir den Tag umkriegen Ich kann einfach den Da Vinci anschreiben Ja, wir haben 5 Uhr 23, wird jetzt noch Tag Ja, wir verlieren jetzt Essen und Trinken, wenn wir schlafen Ja, dann gehen wir nicht schlafen Dann geh ich kurz researchen Kann ich nicht abbrechen Ja, es war mir eine Ehre Was geht ab, Nico? So Kommst du mal wieder, Tim, oder was? Was? Wann? Heute? Ah ne, 11 Uhr 11 Uhr, schon wieder hier auf Wannermach Ich kenne mal Wo geht die Zeit hin, Alter? Du blinzest mit Auge auf mal bis 45 Was ist denn jetzt passiert? Was war das denn? Wie kann man denn Stufe 2 Sachen machen? Das ist mir letztens auch passiert Manchmal sind die Kameras raus, keine Ahnung Schon gedacht, ich hab ESP oder so, oder? Hallo, Dale, Leute Hallo, Dale, Leute Wieder eingepinnt, ja, ja Boah, was ist denn da? Dieser YouTube-Ding, der bleibt für immer, Alter Den wird Da Vinci sich irgendwann tätowieren lassen Schlaf gut, Day-Night, bye-bye So, ich sag euch schon mal Gute Nacht Wir müssen zum Wall-E, ne? Wir brauchen neue Aufgaben Äh, die Fliegen sind wieder da Wenn es einen interessiert I make Fliegen dead Der Wasserbehälter bringt gar nichts, kann das sein? Ah, wir haben kein Bärenleder, ne? Wir haben aber Bärenbrocken, da kannst du mitmachen, glaube ich Ja, aber wo sind die Brocken? Kannst du, glaube ich, einfach herstellen, den Dings Nee, du brauchst ja die Brocken Bärenleder, hier, herstellen Herstellen Ja, aber wir haben nicht viele Zwei Stück jetzt hergestellt Ja, das ist, das reicht halt bei Beim Weitem nicht aus Das heißt Wir müssen Bären sammeln Hier ist noch Fleisch, wenn ihr ihn habt, ne? Ja, das ist hinten beim Dings Mach ich den hier schon wieder Spinnenhaube haben wir schon Magenbrille? Machst du ausgerucht Was machst du? Ach, du brauchst ja verschiedene Rüstungssets für verschiedene Dings, ne? Wir haben den Helm noch gar nicht für den Dings, der Mila Welchen Helm? Diesen Ach man, für die Armbrust Ja, wir haben auch noch nicht diese starke Axt gemacht, damit wir Federn bauen können Okay, was brauchen wir dafür? Dafür brauchen wir diese Bombardier-Käferdinger und Marienkäferkopf Seiden Haben wir schon, wir brauchen nur ein Seidenseil Dann können wir eine herstellen Müsste in, äh, in Arbeit sein Geh mal an diese Maschine Nee, ich hab da gerade neu reingemacht Und Seidenseile hab ich gerade drei Stück in die Kiste hier gepackt Ja, hier ist ein Soll ich eine Axt herstellen? Mhm Soll ich die dann nehmen? Kann sie nehmen, ja Wir brauchen auf jeden Fall, ähm, zwei, zwei Federn brauchen wir Kann ich mir die Armbrust machen und diesen, diesen Helm Du hast nochmal die Dings-Truhe für Okay, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt eh, ähm, Federn farben Dann gehen wir ja hinten da zu dem Ding, wo der Rabe immer ist Dann brauchen wir einen mit einem Bogen, der die Bären runter schießt Ja, kann ich ja machen Aber warte, ich hab noch Sachen, was darf ich in dem Moment Haben wir noch ein paar Pfeile Was ist eigentlich mit diesen Eichelkappen? Für, wo braucht man die? Schildrahm, Spinnrad Saftfänger Gartenbeet Haben wir Spinnenfang? Weiß ich nicht Smoothie-Küche Nee, haben wir nicht Was, wenn wir, dann könnte ich mir einen Zweierbogen machen Ja, aber dafür brauchst du diese, musst du diese krassen Spinnen töten Denke ich Wollst Spinnen? Ich glaub schon, ja Ich hab ne Alge dabei, vielleicht können wir die gleich mal finalisieren Ja, ja, Essen, ja, 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 okay Also, meinetwegen können wir los Wie, die macht der Verwerber für Knossi? Was? Warum? Wegen Alge So Die Zeit Körper Ja, das ist aber völlig normal, dass man minderjährigen Leuten aus dem Stream-Shirt Alkohol andrehen will Oh, Vorsicht, unten Spinne Große Spinne Große Spinne Große Spinne Jeder bei dir Ihr geht aber in die Haare Der hat die mich nicht gesehen Okay, ich, äh Haben wir noch Heilzeugs? Weiß ich nicht Wir müssen Hier sind ganz viele Wassertruppen in die Woche Stimmt, ich nehm mal was in der Flasche mit Äh, ich würd vielleicht noch Essen für unterwegs mitnehmen Und das Marienkäfer Wie weit bist du mit deiner Marienkäferrissung? Äh, ich brauch die Bären dafür Sonst, diese Marienkäfer hast du schon mal Jaja, das hab ich schon Ne, das weiß ich nicht Äh, warte, ich guck mal eben Äh, Marienkäferkopf brauch ich auf jeden Fall Wart mal davon Zehn Stück Vier Sechs Müsste, Büsste passen Lass den töten noch Dann kann er nie genug davon haben Wow, was ist denn? Aua Pass auf Wir müssen am besten hier runter irgendwie Gut Wieso ist der jetzt so schnell gestorben? Wir hätten den jetzt gehauen die ganze Zeit Warum war der so schnell tot? Ich? Äh, ich hätte den Ich hätte den Ich hätte diese Zweihandwaffe Achso Okay, auf geht's Federn Wenn du schwarze Federn siehst Biet die Bescheid sagen Und hier ist nochmal trinken Die sind auch öfter im Wasser, ne? Jaja, die sind überall Aluminium Warte mal Warte mal Ich muss kurz Pipi-Pause, okay? Okay Mein Finger tut weh vom Klicken Hoffentlich kriegst du ein Pickel am Finger Dieser Chat ist einfach der Größte Ärgerer-Chat, Junge, Alter Du kommst hier rein Da kommt jemand, der sagt nur Bescheid, dass der YouTube-Kanal nicht geht Schon fangen die an, ne? Ihr seid echt schlimm, wisst ihr das? Ehrlich Schon kommt der Leon um die Ecke geslidet, Alter In seinem Penny-Markt-Einkaufswagen, Junge Mit so einer Fahrradklingel dran Und macht einen Kommentar, Alter Ich hab Lockpfeile Der lockt Insekten an Der Discord-Blicks für den Funk Hammer Okay, das mach ich später aber erst Hä, das sieht ja viel geiler aus ohne Oh, was geht denn im New World-Channel ab, bitte? Sieht kacke aus, Unicorn-Hunter wieder Oh, das sind doch schon ein paar einige, die New World-Zocken werden, ne? Ja, ich hab's Ich krieg von dem Blue-Krieg-Kopf-Schmerzen Leon wurde bei LOL gebannt Ja? Fängt jetzt auch da an zu hacken? Ja, aber zu trollen Lieb dich, Leon, Kuss Aber schmeiß mal bitte diesen Reese da oben raus Der hat da nix verloren Wird der Ding denn interessieren? Hallo? Nila, Bibi? Immer noch? Spiel ist geil, ne? Biti? Jo Oh, da kommt Danju Hör mal, hör mal Das ist Danju Hör mal Der sieht auch 2 Tauben Der sieht doch ein bisschen aus wie Danju Alle sind müde Ja, Axel, gute Nacht Und danke fürs Bescheid sagen Und Da Vinci Mach Channel wieder auf Ich auf Du Hab Nase, du Hab Nase, du Hab Nase, du Nee, oder? Nee, lieber nicht, oder? Wir müssen ein paar Gasmaske machen, dann können wir töten Die haben einen im Inventar sogar Oder gleich ein Can Hast du Joghurt in deinem Rucksack, Mila? Warum? Nur so Ich dachte, du willst schützen Nee, schubst dich nicht Schub Da ist das Ding, sollen wir das holen gehen? Play? Oder? Kann kurz holen Scheiß drauf, Ding Nicht schuppen Warte auf, Biti Aber das Die brauchen wir auch Baba Uba? Uba? Uba mit Biti Packa Mit Biti Packa? Voll geil, wenn man von Instagram redet und keiner hat Ahnung, was wir meint Hinter dir ist Hä, ist das dein Kumpel? Ja, das ist mein Kumpel Wir sind getötet Au Mutation entdeckt Sperrwerfer, warte mal Stimmt, die hat Mutationen Denk dran, ne? Mutation ist immer hoch Aktivieren Unter Status Ich mutiere Da macht man zum Beispiel mehr Damage oder rennen schneller und so ein Quatsch Sind die immer aktiviert? Nee, du musst sie finden und die musst du erst freischalten Ich glaube, du hast einen Bogen schützt, Ding Ja, je mehr du mit dem Bogen schießt und so, umso mehr Mutationen kriegst du da Hier auch, Mila Können wir auf eine Lehmhütte bauen Ich hab Dreck, wenn du links klick gedrückt hast, mach rechts klick Echt? Dann kannst du direkt wieder zu flangen Auch bei Dings? Ja, da schlägst du sowieso schnell genug zu Oh, irgendwas hat mich geworfen Gewerft Nee, du hast da Dings Was? Ich hab mir geh nix gemacht Da sind Bärs Ja, die Bären sind auch oben im Dings Sind da drinne Ist da ne Feder, Mila? Nee, keine Feder Da teste ich jetzt noch Brauchen wir dafür Hammer? Nee, Axt Axt Müssen wir draufstehen, oder was? Ja Läusefleisch Heute gibt's wieder Läuse Oh, ja, ja Läuse Vielleicht ist hier hinten ne Feder Irgendwas film ich? Schießt die alle ab hier Mücke, Mücke, Mücke Lass sie töten Komme Bei Mila auch Meine brauchen nur noch drei Schläge von Mila Alles Runter, Bruder Komm her Was, hä? Ey, du machst Wir machen ja gar keinen Damage in den Blocks Wir müssen die gleich richtig weghauen, ne? Also die versucht gleich abzuhauen Die hat doch oben Sauber Benschmutz Benschmutz Ich hab ganz viele Bären runtergeschossen Oh, Vogel ist hier Greift der uns nicht an? Was ist das? Ich würde aufpassen, also Oh, hier ist Feder Da oben ist der Soll ich mal abschießen? Nee, ich lass lieber Nee, nee, lass mal hier warten Wenn der hier ist, sollte der hier Federn, der Penner Eine Krenfeder Äh Federpfeil Kann ich jetzt machen Wo hast du die Bären denn runtergeschossen? Ich hab dir schon aufgehoben Ist okay Oder vielleicht schießt den doch mal im Arsch Vielleicht lässt er deine Feder los Warte mal Das ist CSU hoch, ich kann gar nichts gucken Ist das besser? Nein, du triffst den nicht Ich glaub schon, dass ich den getroffen hab Warum kam aus der Feder nur eine? Warte, schießt da hinten wieder Bären runter Weiß ich nicht Ich hab keine Aufgehoben Da Bären Zwei Bären sind da Hier ist ganz viele Bären Die Welt gefällt mir hier Nein, das sind auch Bären Warte, da sind überall Bären Habt ihr vorhin noch irgendwas gehört? Lässt du jetzt wieder eine fallen? Lässt ich nicht Guck mal nach oben Komm, kam aus einer Feder nur eine Feder Ey, die Bäre ist auf dem Blatt gelandet Äh Hier sind auch nochmal zwei bei mir Wie die hier oben Im Himmel drin Und Mila Ja genau Jetzt bist du einfach Legolas, Junge Legolat Legolat Knobel Gingen jetzt zwei Pfeile wieder mit Oder so Oh, ganz oben sind auch noch Bären Ja, ja Gucken, ob ich da überhaupt hochschieße kann Mila, du wartest auf Federn Oh, das ist weggefliegt Ist abgehauen? Ja, ja Da sind auch noch zwei Bären hier Direkt über mir Genau Ich glaube, ich treffe die aber nicht Die sind zu weit weg Doch Die müssen ein bisschen runter, glaube ich Oh, da kommt wieder eine Mücke Na, jetzt Oh, jetzt Beide Die Mücke so runter, komm, ich will die töten Wo ist die? Ich glaube, da oben kann man draufklettern Ich glaube, die kommt nicht runter Ja, komm, da ist ja der große Ast, der entführt Mal weiter Äh, ja Wir sind eigentlich hier für die Federn Ich habe jetzt 31 Bären Lass nochmal runterlaufen Ein paar Bären holen Und dann kommt der Vogel gleich wieder bestimmt Der blöde Penner Arm juckt, ey Oder? Jiii Ich glaube, der kommt nächsten Tag, er ist wieder Meinst du? Mhm Aber wir müssen eh Mücken töten Also im Wasser sind auch viele Federn gewesen Manche aber alle nicht abbauen Bein, drei Stück Ja Das schwert noch gar nicht Warum ist dieser schlägere Axt? Da hinten ist ein Marienkäfer Den können wir kurz verhauen Hast du schon einen besseren Bogen, Beatty? Ne, ich habe den zweier nicht Nur in einer Aber wer hat mir gerade so viel Schaden gemacht? Ich habe vorher schon draufgehauen Dürfst Ich glaube, wenn du das Abblocken teilst Dann blockst du besser Ja, ja, ich weiß Also gerade direkt wenn jetzt Boah, Alter Hat er mir vorhin einen Bodycheck gegeben Boah, die Mücke wäre noch gut Mücke? Wo ist die? Da Nein Jetzt haut die an Schießen, schießen Ich muss schießen Hä? Wieso habe ich mich getroffen? Oh nein, die ist verpackt wieder Oh nö Wieso kann ich die nicht treffen? Jetzt? Oh nee, jetzt ist sie wieder verpackt Aber komm Jetzt Hä? Der ist abgeprallt Jetzt Die gehen durch, die Pfeile Ach man, ich hasse die Dinger, Alter Wo gehen die durch? Na egal, die ist verpackt Hier sind aber viele Bären Überall hier Warum doch immer Was der Sound kam jetzt Oh hier ist eine Laffe Uiuiuiui Die ist aus dem Boden, Alter Ich habe Engeschlafen wurde Da ist so ein Dingsding Rauch, hallo Ey, hier ist ein Hotdog Yo Oh lecker Das Arm und Larve sehe ich auch Jetzt habe ich richtig Bock auf Hotdogs Das ist ein komischer Stein Alter, hier sind richtig viele Larven Ui Larven Gangbang Oh, den kann man abrauen Billy Brocken habe ich bekommen Was sind Billy Brocken? Blutbeutel Ach, hab da schon wieder eine Wette am Laufen Pass auf Oh, wie viele Larven hier sind, Alter Sag mal, die töten alle? Die schlafen alle Vielleicht brauchen wir die Ich muss, ich habe erst mal ein bisschen Essen jetzt Ich muss, ich weiß gar nicht, was der gebracht hat Jemand mit Billy Brocken Ich sehe kein anderes Item Als die, die ich hier schon habe Kannst du ein paar Bären runterschießen? Mila, wo bist du? Nein, ich such gerade Wasser Da hinten ist noch eine Bäre Okay Ich habe ansonsten noch zwei Schlückchen Ja, ich habe auch Schlückchen da So, da schießt noch ein paar Bären Ich glaube, das reicht so viele, wie ich habe Ja, aber sicher, sicher Wir brauchen die bestimmt eh nochmal irgendwann Wenn wir schon hier sind Ein Gartschloch Kommt einer runter bei dir? Hier ist ein Bombardierkäfer bei mir Komm gleich Ach, die platzen sogar auf, wenn die runterfallen Ja Und dann geben die weniger Zwei Bombardierkäfer Wo bist du denn noch? Da hinten Der Bagger auf den Stein Der andere ist bei mir Komm Ich habe 50 Bombardierkäfer Bei einer Haut brauchst du drei Brocken, glaube ich Ja Hier sind ganz viele Marvils Hier ist mal lile Läfer Sollen wir den gleich auch noch abschlachten? Oh mein Gott, sind hier viele Milben Da sind zwei Käfer Du kannst einen Pullen Ah ne, da, mach das schon Okay, lass die alle töten, oder? Ja Die können doch nix Komm rein da Oh mein Gott Ach, der macht so Ah, ich verstehe Warum war auch noch einer? Hier ist auch noch einer Ich bin Urlaub Aus Mila Hier bei dem Warte, was hab ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Er hat zum falschen Zeitpunkt gestorben, oder was? Oh, pass auf Hey, warum bin ich gestorben? Wieso bin ich jetzt gestorben? Wegen dem Ding, weil der das hier direkt auf den Boden geklatscht hat Seine komische Kacke Bei mir hat er die voll weit wegschossen Ja, aber der letzte hat der hier auf den Boden gehauen Also Okay, ich hab alles Bist du low? Ich bin low, ja Warte, hier Bist den Finkt der wat? Ja, ja Oh Äh, boah, ich hab Ich hab richtig viel dabei Wir können abhauen, wenn wir wollen Der Marienkäfer war da hinten Ja, sollen wir den mitnehmen, NoMila? Ähm, lass abhauen einfach Aber Möcke wär halt noch cool Da oben ist ne Biene, meint der, ich kann die treffen Ne, die ist Oh, so ein Bloodboot wär geil, ne? Jo Ich swimme Ich mir das ein, oder hat man immer so'n kleinen Boost, wenn man kurz springt? Ne, wenn du, wenn du schnell schwimmst und dann springst Also wenn du keine Ausgau, hast du Hier ist irgendwas Wasserfloh Sieht aus wie der von, äh, Ghostbusters, Alter Wasserflohfleisch 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 Mir, mir Das ist Marvel Hier ist ne Höhle auch, ne? Ja, aber erstmal nach Hause Oh, irgendwas passiert Ein Larfe Mir, mir Säuredrüse Mit Eisverbot Boah, wir sind ja schon zu Hause Oh, oh Haben wir nicht ein schönes Häuschen? Oder gefällt dir das nicht? Da Mir, mir Lauf, glaub So, was haben wir denn hier? Da können wir auf jeden Fall den reinpacken Achso, hier, frische Billy Hood-Borken Oh mein Dann können wir die Dinger machen Okay Dann kann ich das hier ausziehen Ich hab alles an Hab jetzt super viel Rüstung links Laufenklingel Wir könnten einen Insektenhammer herstellen Mila Hm? Wir könnten einen Insektenhammer herstellen Stufe 2 Hammer Oh, das wär gut Okay, mach ich Wohin kommt denn der Ton Ich glaub die eine Kiste ist voll damit Ich bin einfach hier in der Leere nehmen Den Spinnending Achso, neue Dings Kann ich auch direkt machen Neu spinnen Braten, 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 braten Den Wein Ich hör den Vogel Ja, und dann lässt der da auch eine Feder los Wo ist der hin? Ich hab den gehört gerade Da hinten ist der Geh mal da hin Vielleicht Krieg ich da eine Feder Ich kann ja eh nicht Ich hab ja gar keinen Wehrdruck dafür Ja, aber ich kann Komm Der ist da vorne auf dem Ding drauf Komm Ich geh da hin Kannst du folgen Wo? Hier, wo ich hinlaufe Gerade aus Da sitzt er oben drauf Ich hab einen Ungeschläge auf dem großen Ziel Ich bin so froh, Alter Dass ich das Fenster hier halt nicht mehr aufmache Ich hab ganze Mückenplage vorm Fenster Aber vorsichtig, die sind Spinnen auch Oh, hier sind überall Spinnen Gleich hier Hier ist eine Feder bei mir Komm Muss aufpassen, die ist ein bisschen verbatgt So, ob ich noch eine finde Ja, die hat nur eine Eine Feder nur gekriegt Geht mir nur eigentlich mal drei oder so, oder? Ich hab da sogar schon sechs rausbekommen Vielleicht Ich weiß nicht Weil die so lange lag oder so Ob das damit zusammenhängt Oh Ich bin mal ganz kurz So, dass die quasi immer wieder eine fallen lässt Klappeln sich dann in diese ein Gut dem Fliegen Gut allen Fliegen Bye bye Jep Jep Hallo Hallo Oh, Spinnen Lass mich Der Vogel wieder weg weis nicht ich bin gegangen Weil ich auch keine Feder gefunden Ah. Au. Wahrscheinlich habe ich mir beobachtet im Stream immer, wenn ich sage, ich bin kurz auf Klo oder so liefen 20, 30 Leute in den Stream. Das ist aber normal. Ja. Vielleicht haben die ja eine Klo-Phobie. Die denken so, oh oh. Toilette. Ein Vorzeichen dafür, dass der Stream beendet wird. Das mache ich eh aus jetzt. Oder die merken, dass sie selber müssen. Oder die hassen einfach Leute, die auf Toilette gehen. Ja, oder die mögen Leute nicht, die auf Toiletten gehen. Weso gehst du auf Toilette gehen? Mom! Schüssel! Kann man eigentlich schon das Schild herstellen? Nein, ne? Ne. Wir können nicht mal gute... Ah, Scharfschützen mit sammeln, ne? Ja, er hat die Feder an den Geschenkern. Was ist denn, die Scharfschützen müsse? Arme Ankeule. Die machen Bogen-Attacken stark. Oh, blöd, blöd, blöd. Hey, das ist meine Mütze. Blöd, blöd, blöd. Aber ich brauch die, ich bin Bogenmann. Ne, ich werd auch, ich werd Armbrustfrau. Innen- und Schulterpanzer. Tschüss! Echt, das ist immer geh'n nicht auf Klo? For real. Und die Mahnenweste, die Ausdauer. Ich hab' halt immer nur den Anfangssperr, ne? Wo haben wir denn den anderen Sperr nochmal gel... Ah, warte mal. Ah, warte, ich weiß. Wo ist der? Hier. Und das auch. Und das war's. Sieh'n gut aus. Sieh'n gut aus. Wo war hier nochmal die Institutionen für Sternenforschung, hat er? Der Maden-Vorhaut. Oh, da Stechmücken, genau die. Obwohl, ich will noch was anderes. Was willst du denn mit den Stechmücken, Dings? Ne, ich will diesen Speer haben. Wo haben wir den Speer nochmal hergehabt, Mila? Ein Speer. Wir hatten so'n Speer. Oh, ich könnte die sogar machen. Nadel. Oh, die hat sogar... Ja, ja, ich... Genau, ne, ne, ich brauch den Dings. Wegen Lebensraub. Den kann ich sogar machen. Ich brauch dafür nur... zwei Seidenseil. Wir brauchen... Ich hab' die neue Klinge. Ich brauch' elf Federn. Elf Federn? Mhm. Für die Armbrust? Für Armbrust und den Hut insgesamt. Dieses... Den Hut und... Ach ja, genau. Und dann... Übrigens brauchst du nicht drei... Übrigens kannst du verschiedenste Teile anziehen, ne? Mhm. Würde den Hut nehmen. Ähm, vielleicht Eichen, äh... Knieschoner und dieses... Ja, ich zieh' nämlich jetzt auch... Also, Oberteil. Dings an, für mehr HP ausrüsten. So, einmal blocken, einmal HP und dann werde ich mir noch einen anderen Kopf suchen. Äh, Seidenseil. Haben wir Seidenseil irgendwo? Dann kann ich ja den Brustwanzer haben, oder? Ja, ja, klar. Der gibt dir dann einmal blocken. Mehr. Und jetzt mach' ich mir die Waffe. Die hat nämlich Lebensraum. Dann brauch' ich den hässlichen Sperr nicht mehr, aber den sperr' nämlich trotzdem mit. Und da hinten ist Globus. Brauch' ich das Schild noch, Alter. Das wär' richtig geil. Das Rüsselkäfer-Ding. Brauch' man dafür. Geld brauch' ich nämlich auch. Ich hab' nicht wie'n Klingel jetzt. Ich mit Nadel. Muss noch gekocht werden. Ah, Mila, ich hab' auch noch eine Feder, ne? Ich tu' die hier rein. In die erste Kiste hab' ich die reingetan. Jetzt kochen. Ja, galant ist Streaming-Verarsch und es geht, was? Was hast du gemacht, Juri? Oh, es gibt nen Seh-N-Räuchtskörper. Diesel-Deutsch. Gibt sogar Heel-Bomben. Es gibt auch so Smoothies, die heilen einen aus. Müssen wir diesen Smoothie-Dings machen? Wir haben schon wieder so viel ekelhaftes Zeug, ne? Wir haben wieder so viel Essen, was, äh, für die Katz ist. Hab' ich schon irgendwas mit den abgelaufenen Dingen gemacht. Kann ich so wieder Tag werden? Ich hab' hier einen Marienkäfer-Kopf, der ist verbuggt. Guck mal, kannst du den aufnehmen? Warum ist der zu hell? Wo ist der? Oben. Oben? Ja, hier, vor der Kiste. Jetzt ist er weg. Hab' ich aufgesucht. Okay, okay, okay. Wir haben aber wieder ganz verdorbenes Essen. Okay, wir brauchen Federn. Ja. Ihr könnt euch eure Stats übrigens angucken. Ich hab' jetzt einmal... Äh... Ne, warte mal, stimmt nicht. Ich hab' Naturkunde, Schwerwerfer und Raucher-Lunge. Ich hab' Lebensraum, Max-Gesundheit, Blockstärke, Blockstärke, Regeneration, Sperrstand, Schnelligkeit. Okay. Achso, wo siehst du das? Unter Stats. Ne, im Inventar. Warte, jetzt hab' ich irgendwas für die Lunge reingemacht. Ich hab' keinen anderen Perk. Richtig viele Sachen. Dauerhafte Effekte, das auch immer. Wollen wir schlafen? Wie spät ist es denn? Oder ist es uhr? Wie spät denn da? Äh... Drei Uhr nachts. Ja, ich komm' hoch. Ich hab' jetzt n'es Musikhächer. Wie? Guma! Guma! Hallo, Eisdila. Aber es geht. Guma! Ist gleich schon wieder dunkel, ne? Wie haben wir denn... Von welchem Tier haben wir denn ihr Schild bekommen, Mila? Ähm... Weiß ich nicht mehr. Was für ein Schild meinst du denn? Ah, von Bärenleder-Typen, glaub' ich. Kann er mal lernen. Ja, genau. So ne Dreckspinne, Alter. Ah, mein Gott, ist fast so klar. Trotzdem. Ich krieg' irgendwie kein Damage mehr. Bitte gib' mir da's Schild, Mann. Hier ist noch ne CD bei mir. Neee. Ähm... Wie war das denn, Norman Miele? Ich weiß das nicht mehr. Ähm... War mit Bärenleder, aber... ...weiß nicht. Brauchst du noch Mücken? Hier sind zwei Mücken gerade. Jaa... Drei Mücken sind hier. Ah, hier ist aber nur diese scheiß Spinne. Warte, ich komme. Nee, nee, nicht hierhin pullt, ich hab' ne Spinne gepullt. Ich hab' die nicht gepullt. Aber wir können die Spinne kurz wegmachen. Witz. Ja, guck. Boah, das mit dem Blocken ist richtig sexy. Ich geh' gar kein Damage mehr. Und ich heil' mich, wenn ich hau', ne? Gegen meinem Schwert. Du leifst den, oder was? Ja, ja. Wir müssen irgendwann mal so ne, so ne Wolfsspinne zerlegen zusammen, Alter. Am besten mit drei Bögen, oder so. Da hinten sind ganz viele Mücken. Kann ich mal holen? Ich brauch' ich für das Schwert zum Reparieren. Hab' ich keinen Fall mehr? Ich brauch' ich gar keinen Fall mehr. Ich hab' gar keinen. Oh. Ah. Ich halte nix aus. Ich muss springen. Ach so, ich hab kaum eine Energie, weil ich nix zu fressen hab. Boah, mit dem Bienen und so hat man ein Auge gebraucht, ne? Mhm. Wie schnell wir heute Progress gemacht haben im Gegensatz zu Dings. Da haben Blumentops, da oben ist ne Biene. Warte, hab' ich Pfeile bei? Ich hab' Lockpfeile, hab' ich. Ja, damit lockst du die Tiere an. Wo ist denn die Biene? Hier ist irgendwas Liedernis. Das ist auch so ein Blatt, damit kannst du Pfeile machen, auch Lockpfeile. Da oben ist die Biene oder die Fliegeck. Ach, hier ist Dings, hier ist Wissen. Durch kommt die Biene jetzt her. Ich hab' gelockt. Die kommt, die kommt, oder? Die Ameise kommt. Du bist die Ameise. Hm, ne Geschmäcker. Ja, das Game ist echt nicht schlecht. Oh, die ist aggressiv. Die ist aggressiv geworden dadurch. Mein Schwanz. Wo mehr interessiert's? Doch, doch, da kommen gleich welche an, glaub' ich. Hä? Duftkerze. Hm. Ja, also, die fliegt da hinten grade weg. Ja, ja. Kein Haier machen, du Lügnerin und Chad ist müde, Zitrone, Eislöffel. Ich hab' gestern das beste Eis in meinem ganzen Leben gegessen. Das hat meine Schwester selber gemacht. Mit dem Thermomix. Dann fällt der auch wieder. Geht mal da hinten gucken, ob der Vogel wieder kommt. Ganz, ganz hinten? Ja, da, wo auch die Bären waren. Willst du dir die Axt mitnehmen? Ähm, ich hab' ne Axt. Okay, hast du die schon? Mhm. Hm, aber den Hammer kannst du mir mal mitgeben. Okay. Da hinten ist die Biene, die ist an diesem Häuschen. Kann man wieder zurückbringen, ne? Mhm. Guck' mal, ob ich... Oh, hab' ich mich erschrocken. Guck' mal, ob ich alleine Marienkäfer schaffe. Ich weiß, ich bin ja, die töte mich jetzt, glaub' ich. Der Kletter-Baumhof. So. Guck' jetzt mal weiter. Guck' mal erschrocken. Armer Marienkäfer. Ich werd' dich abschlachten. Okay, wir brauchen nur... Ich geb' auf. Ich bin direkt in der Base. Wir brauchen unbedingt irgendwie... Regengift, glaub' ich. Wir müssen uns auch bald mal Gasmasken machen, damit wir drüben, äh... Warte mal, gegen was hast du verloren? Gegen die Spinne? Wo ist die Spinne? Mal gucken, ob ich die schaff'. Ähm, Gegengift könnten wir bestimmt irgendwie durch Smoothies bekommen. Ich hab' mich zweimal angegriffen, dann war ich weg. Weil das Gift geht so lange, ich war die ganze Zeit in der Base. Und ich war die ganze Zeit in der Base. Und ich war die ganze Zeit lau gegangen. Prost, Roger. Campst du gegen sie? Ja. Ich helfe dir. Oh, das hat weh getan. Nee. Ich vergesse nicht den Tod. So krank, das Ding. Das Gift halt. Wir versuchen's mich aufzusehen denn, ne? Kannst du die Outmufen? Ja, ja. 20, 23 Minuten. Keine Ausdauer mehr. Du musst, äh, ein bisschen warten. Ja, die kommt. 20 noch. Oh, die ist verpackt gerade. 18. Wär cool wegen Rüstung, ne? Ja, die kannst du ja wieder aufhören, oder nicht? Ja, aber wär cool, wenn du mich wiederbelebst. Ich glaub, die geht dadurch kaputt. 13. 13. 10. Oh, oh. Oh, oh. Oh Gott. Ich sterbe jetzt wieder wegen dem Gift. Quatsch. Doch, doch. Das Gift töte mich. Ich bin hier. Nein! Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin auch vergiftet. Ich werd sterben. Oh mein Gott, dann kann ich wieder aufhören. Nein! Wie? Ich bin zu weit weg, ich krieg dich nicht mehr. Kannst du. Oh Mann. Deine Tasche ist runtergeflogen. Ja, ist nicht schlimm. Meiner auch. Ich hab meinen Schwert noch behalten. Boah, die Wolfspin ist so krank stark. Ich glaub, wenn du dir vorher ein Dings gibst, vorher einen Verband gibst, damit du einen Hort hast, kannst du dich da irgendwie gegenheilen. Ich hab keinen Hammer, weil ich schon mal hinten angehe. Hier ist zu viel Saft gerade. Oh Gott, Alter. Dieses Spiel, ne? Also manchmal... Es gibt auch andere Waffen, ja klar. Es gibt zwei Hinderungen. Damit stunst du dann... Nachtlöchchen. Es gibt ja nur so Heiltränken und so, das kann man ja noch gar nicht auf dem Schirm. Boah, das ist mal ein Puck auf mehr, hätte ich gesagt, ne? Ja, das ist ja ein Puck auf mehrer Ding. Ja, und dann gibt's so einen riesen Endboss und eine richtig krass Spinne. Und ein Fisch. Und Fisch? Fisch, die Fisch. Versuch jetzt ne Wolfgulz vom Bagger. Und dann schieß ich ihm den Bogen ab. Das Ding ist halt, wenn du ihn tötest... Mücken. Was? Mücken. Viele? Ich würde ja diesen Spinnenfang haben. Ja, ich glaube, es ist nur die eine. Ah, der Dunjo wieder. Wird ich aber dies noch nicht. Oh mein Gott, hier sind... Wir wohnen direkt unter zwei Wolfsspinnen, ne? Ich weiß. Das ist das Gute gerade. 60 Pfeile sollten reichen. Naja, die kommen so schnell auf dich zu gerannt. Aber ich versuch von oben irgendwie zu schießen. Ich hoffe, Stinkepfeile gemacht. Hast du ne Mücke in die Klöße, Mila? Hast du ne Mücke in die Klöße, Mila? Milos? Ja. Oh, Gabel, nochmal da chillt, Alter. Äh... Ah, bei den Dunjos gibt das? Danjus? Ja, aber die Rüstekäfer geben das Schild. Ja, stimmt! Nimm Danjus! 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 Da ist Danjus. Danjus oder was? Er spinnt so. Danjus! Kann ich dein Schild? Danjus! Aber Danjus ist gar nicht... Der ist sehr verbreitet. Den muss ich jetzt mal finden. Das Fleisch reicht schon? Das habe ich aber schon... Ne, ne. Das habe ich doch schon entdeckt, oder? Da ist doch analysiert. Und ich kann das noch nicht herstellen. Oder ist das unter Rüstung? Ne. Unter Waffe war das. Ah! Wir konnten das schon. Okay. Madenhaut... Haben wir, glaube ich, zu Hause noch. Wenn nicht, kann ich holen. Fleisch, okay. Scheiße, wir haben nicht gebraten. Ne, müsste ich eigentlich zu Hause haben. Ist auch wieder so ein Spiel, was riesig Potenzial hat, ne? Ich habe die Häuspern gekehlt. Hast du? Ja, Mann, Alter. Ich kann endlich diese scheiß Klinge machen, die ich haben wollte. 40 Pfeile hat das gedauert. Und Stinkbombenpfeile. Die sind übelst krass, übrigens. Wenn man einen Monster verpackt. Weil das Gift, die übelst schnell geht, alle. Kannst du die Pfeile dann wieder aufheben? Naja, aber ich hebe jetzt nicht alle auf. Schon mal die Klinge machen schnell. Da ist unten übrigens noch eine, ne? Ne, ich weiß. Ich habe gerade keine Kraft dafür. Ey, meine dritte Feder schon. Spinnen fangen durch. Seidenseil, Spinnen... Ach, Spinnengift habe ich erst zwei. Ich muss doch noch eine killen. Eins, wir haben kein Rüsselkäferfleisch mehr. Egal. Die sind ja eh oft da. Mardenhaut haben wir keine mehr? Warte, Mardenhaut habe ich noch vier. Warte, wo ich dir eine Kisse sehe? Das ist ja auch alles einfach zu bekommen. Und Käferfleisch haben wir... Warum haben wir keinen Käferfleisch? Weil das alles spoilt ist, glaube ich. Ah, wir haben das alles ja... Oh mein Gott, egal. Wir brauchen einen Kühlschrank oder so. Ich weiß nicht, ob es hier einen Kühlschrank gibt. Sanju! Es gibt so... Sowas, wo du Fleisch aufhängen kannst. Ja, dann ist das wahrscheinlich so konserviert, ne? Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das so räuchermäßig sein soll. Sanju! Giftpfeil. Kann man jetzt auch machen. Du kriegst sogar Perks, glaube ich, womit du mit Gift mehr Damage machst. Hm. Mila, wenn du einen schwarzen Käfer findest, töte die mal bitte. Die Danjos. Ja. Warum machst du das immer? Weiß nicht, hab ich von meiner Mutter. Haha. Mach nicht, ist das heute auch mal so? Ja, ja. Und das klingt immer so voll desinteressiert. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Sanju! Boah, ich muss eigentlich Pipi machen, aber ich will die Wolfspinne töten. Da ist Sanju. Da ist Sanju. Was mit Da Vinci ist? Der hat vorhin reingetrollt. Und deshalb ist der Youtube. Ich bin grad nicht da. Zweimal. Zwei brauche ich noch. Danjo? Du, ihr seid nicht Danjo. Ihr seid scheiße. Ja, ich bin einfach MLG Pro. Alle Danjos. Hier in dem Garten. Jetzt versuche ich den. Ich hoffe, der Käfer wird das sagen. Danjo? Oh. Der riecht zwar wie Danjo, aber der ist nicht Danjo. Danjo? Danjo? Man, sonst siehst du die überall, ne? Und noch ne Wolfspinne tot. Was willst du denn da bauen? Wie heißt die Waffe? Äh, Spinnenklinge. Die ist mit Gift. Spinnenklinge? Irgendwie so. Oder Spinnenfangdolch? Ja, ja, ja. Die kann ich jetzt bauen, glaube ich. Ich hab genug Gift. Oh my god. Das Gute ist, wir sind direkt am spawnen, ne? Du kannst die immer wieder töten. Da sind Mücken. Ob ich ne Mücke alleine schaff? Mach's kurz, ich mach kurz noch für mich helfen. Ne, ne, ich schaff' ich. Aber jetzt sind sogar Zweiter. Das stimmt. Geil, Digga. Fortschritt bockt richtig hier. Krieg ich auf die... Junge! Kommt her! Kommt her, kommt her! Er kommt. Ah, fliegt nicht weg, du dreckige Ratte. Was ist denn da hin? Ich hab drei Mücken getötet. Auf einmal. Das Blocken ist halt anders weg. Das Blocken und die Waffe halt, ne? Was hast du denn für ne Waffe? Ja, so ein Schwert. Hat mich heilt. Achso, dieses Mücken-Schwert. Oh, das macht halt voll viel Damage, doch. Kann mich einfach gegen, aua. Krüste-Käfer sind voll selten geworden jetzt, wo ich die suche. Aber ich muss jetzt dringend auf Klo, Alter. Da sch... Oh, da sind... Näht den Bossen? Wie, kann ich das ein Klo. Ich hab' einen Klo für verbrest, oder irgendwas? Wie, ein Klo. Kann ich einig investieren? Hallo? Schö, 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 schö! Schö, schö, schö! Klaar, es geht doch, oder? Schö! Ich bin ein Mörder. Ob ich so einen Panzerkäfer schaffe? Nee, der hat mich vorhin gewundert. Dunjo! Wie hast du einen Dunjo gefunden? Äh, nee. Doch jetzt. Ich brauche das Fleisch von denen. Nicht der Käfer. Dunjo! Ich bin aber auch ehrgeizig bei sowas. Oh, noch ein Dunjo. Echt? Wie viel Fleisch hast du von dem? Drei. Drei? Drei. Okay, dann bin ich fertig. Komm dir entgegen. Bei sowas bin ich mal ehrgeizig. Genau wie bei MMORPGs und so. Wenn ich irgendwie was haben will. Ich farm dafür. Auch wenn das 16 Stunden lang dauert. Mir ist scheißegal. Bist du überhaupt auf dem Weg nach Hause? Nee. Äh, dann komme ich zu dir. Ich habe gerade drei Mücken getötet. Ich bin absolut krass. Bist du im Wasser, ne? Ja, ja. Ja, dann warte ich. Ich gucke mir gleich mal an, was das noch für Sets gibt. Oh, komm, mach dich weg. Ich kenne das. Ja, das ist ganz schlimm. Das sind aber auch die Art von Spiele. Da kickt einfach die Sucht im Schädel. Hallo, Chef. Im RP habe ich es aber zum Beispiel gar nicht. Das juckt mich gar nicht, ob ich da ein Centorno fahre oder nicht. Oder ob ich irgendeine Waffe habe oder so. Juckt voll nicht. Das ist halt nur wichtig. Klamotten. Boah, wie viele Fliegen sind denn hier? Was hast du denn hier gemacht, Mele? Halt, geh mal. Ja, nix. Warte, ich muss irgendwas loswerden. Das reinlassen. Geht auch mal um. Wo ist das Fleisch? Hilfe! Da drunter. Echt jetzt? Da. Ja, warte. So. Bump, ich bin tschüss. Hä? Hier seid... Okay, immer noch. Danke. Hallo. Der PP bin ich mega voll geworden. Mann. Ihr habt schon wieder Quests vergessen. Ne, haben wir nicht. Ja, bestimmt. Wir fahren aber gerade ein bisschen hier. Damit wir einfacher durchkommen. Nice and clean. Wie viele Arme Stunden hat Juri nochmal? Ich glaube 10.000 oder so, ne? 10.000. Ja, ich weiß, Amardini, haben wir gestern Nachmittag, haben wir die gebaut. Müssen wir nochmal bauen, die Holzpumpmiler, wo man die Sets dranhängen kann. Hallo, Danju. Würde ich einfach mal. Weil, ich glaube... Sag mir nur noch Fleisch über, ist das Schild. Ja, ja, ich hab... Einen hab ich wieder gefunden. Ohre Wissenschaft. Also 3. Du kannst auch schon mal losziehen. 3 Stück. Über 16K-Stunden. Hallo, Ballos. Ich glaube, ich hab im Arma... 3 oder 4. Oh, in GTA... Ah, mir hab ich mittlerweile richtig viel. Und dadurch 2 verschiedene Accounts. Wann, Deko-Wolf-Spinder. Aber das krasseste, was ich hab, ist World of Warcraft, Alter. Da hab ich... Boah. Das weiß ich gar nicht. Very much, ja. Da hab ich richtig... Alter, Junge, Junge, Junge. Ich mein, viel Zeit davon ist auch AFK irgendwo. Rechner angelassen und so ein Quatsch. Hallo, Spezialtype. Hattest du Mardenhaut jetzt in den Dings reingelegt? Das ist in der Kiste noch. Oh, mir hat sich ein Bier aufgemacht. Wenn ich jetzt wüsste, wo wir wohnen, nochmal. Zum Baum. Ich hab Kekse gesammelt. Immer zum Baum. Kekse oder Federn? Alles fit, wie hier bei dir. Kekse. Ich find keine Rüsselkäfer, why? Ja, dann wenn du den Nungo brauchst, ist der nicht da. Wie in der TeamSpeak Pommes. Der ist doch eh nicht hier, seitdem der sein Cringe hat. Boah, wie schnell die Ameisen da umgehen. Groß Rüsselkäferfleisch. Bye bye, Eisdieler, bye bye. Bye bye. Junge, unsere Dings ist auch gleich wieder voll. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht, warum mach ich das nochmal? Immer hebe ich deine komischen Pfeile auf. Okay, dann machen wir mal das Schild bei Seile. Ich kann auch Schild machen. Nein, ich brauch noch Fleisch. Wo geht's? Ich hab gleich eins übrig. Oh mein Gott, ich brauch ein Fleisch. Ja, aber ich hatte doch fünf. Warte, ich geb dir. War das meins? Was war deins? Eins, zwei, drei, vier. Ich hab doch fünf. Brauchst du noch? Ich brauch, ich hab doch, warte mal. Madenhaut brauch ich vier, Mann, das war falsch. Fuck, egal. Wir müssen aber vier in der Kiste liegen. Wo denn? Ich hab da irgendwo vier Stück reingetan, warte. Ja, doch, hast recht. Oh, warte. Ich hab das schon angezogen. Boah, das sieht voll geil aus. Ja, ja. Jetzt auch. Hast du noch Fleisch über? Nee, ne? Äh, eins doch. Soll ich droppen? Brauch ich nur noch eins, ja, ja. Hier. Einfach kleiner Ritter. Gute Nacht, Wursat. Können wir gleich schlafen gehen, wenn ich da bin? Ja. Weil dann komm ich schneller an die Federn ran. Hast du noch einen Rüstelkäfer gefunden, Mila? Äh, nee, hab ich, ich hab jetzt gar nicht mehr geguckt, weil Kördys hier sagt, der wäre fertig. Ich wusste nicht, dass du auch suchst. Moin, Zeravus, Moin. Ja, aber ich bin einfach Level 12 Paladin, Alter. Das sieht ja mal mega fresh aus. Wir brauchen halt diese ganzen Perks noch. Hab richtig Bock, jetzt mir so einen Charakter zusammenzubauen. Jetzt ist Guma schlafen. Guma. Guma. Aber da, wo ich eigentlich Federn sammle, da sind ganz viele davon laufen auch rum. Ich brauch jetzt nur noch eins, dann suche ich hier schnell für dich. Oh. Not bad. Ich hab's wie saft hier. Hey, wir haben so viel Stuff, das ist unglaublich. Das heißt jetzt also, du blockst mehr Damage ab, wenn du blockst? Ja, klar. Wahrscheinlich. Ich glaub, du kriegst, glaub ich, sogar teilweise. Step, step. Oh, mehr Damage. Oh, ich muss die gleich reparieren. Die Burg ist nicht krass. Das ist noch, man kann den noch aus Holz bauen und so. Das ist der Käfer, direkt ein Spinnennest, Junge. Wieso gibt's eigentlich in jedem Spiel einen Dungeon? Jo, ich leg mich jetzt mal mit so einer Spinne unten an. Oh, ma, gute Nacht. Ist da überhaupt wieder welche? Ah, der chillt hat sogar... Nee, da ist keiner. Aber hier ist ein Dungeon. Aber hier ist ein Dungeon. Und ganz viel Dings. Dingens, wummens. Herstehenden. Oh, vielleicht ist das gar nicht schlecht mit Schwadu, die Kombination, die du hast, ne? Mit dem Dolch, der ist ja übelst schnell. Geil, ne? Wie kommt man da ran? Woran? Oder kann man das dagegen werfen? Jungs, ich bin einfach Tor. Was geht denn jetzt ab? Ruin! Hallo? Hallo? Das nervt, dass die immer auf anderem Platz im Inventar einnehmen, die Sache, wenn man die hinlegt. Ja. Ich würde das viel lieber auch nicht haben. Ich hab einfach... Ja, das ist halt ganz komisch. Just like a fruit powder. Tastes good. Mücke tot. Gut. Der Juri hat gesagt, Kalkorpenfleisch. Geh mal richtig holen. Ja, das hält am längsten, glaub ich. Du kannst halt nur unter Wasser nicht kämpfen. Du musst gucken, ob du irgendwo... Doch, mit dem Speer. Und es gibt auch hier ein Messer. Kiesel, deutsch. Der hab ich mit Rehso... Rehso... Seros und Wachs. Warte, ich kann die jetzt kurz herstellen. Dafür brauchen wir kurz Seile. Nein! Zwei Seile. Spinner! Guck mir, wie viel Schaden die macht. Hi! Komm her! Mann, kann der Vogel nicht mal öfter irgendwo rumfliegen? Komm her! Er hat einen Vogel, hat er doch. Also so'n Dunjo brauchst du nicht mehr geklisert, sagst du? Ne, ne. Ne, hopp. Aber Dunjo kann man immer gebrauchen. Ne, ne, die kann ja gar nichts mehr. Alter, da heil ich mich ja einfach gegen. Die Stechmücken-Dinger, die sind crazy gut. Oh, da ist noch ne Mülle. Boah! Das Schwert, meinst du? Hm? Hast du das? Ne, ne, aber das habe ich auf dem Solo-Play-App... Ich habe ein Deutsch, wo man jetzt unter Wasser mitkämpfen kann. Hau rein, Kingman. Schlaf gut. Oh, ich kann mir den Bogen noch schreien. Geil. Ah, dann denkst du, du bist flinkheitlich. Dann hab ich's lieber, der steht jetzt schon. Äh, BT, hast du noch mehr von diesen Fang-Zähnen? Okay, weil, weil wenn ich auch diesen Bogen erstmal hab, dann muss ich gar nicht auf elf und unbedingt geiern. Dann reicht das, wenn ich jetzt einfach noch quasi dieses Mal und die nächsten zwei Tage auf den Vogel geier. Dann kann ich mir diese Mütze machen. Dann hab ich halt erstmal den Bogen schreit. Warte, ich guck kurz, wie viele du brauchst für den Bogen. Also willst du einen Zweierbogen auch erst, meinst du? Ja, so vorüber geht halt ein. Ja, du brauchst noch ein... Also, du brauchst alles. Also, alles haben wir außer einen Spinnenfang-Zahn. Das heißt, eine Wolfsspinne müssen wir noch killen. Ich bin krass unterwegs, Alter. Auch, Digga. Das ist richtig wild. Fuck. Ich hab schon wieder halb eins gleich. Wenn du auf der Karte schaust, ne? Ich? BT? Was? Wenn du auf der Karte schaust, da siehst du, ähm, südlich diesen großen Baum rumliegen, ne? Ja. Da ist eine... Da ist eine von diesen großen Spinnen. Ich glaub, die spawnen aber auch hier bei uns unten immer zwei Stück. Ich weiß nicht, ob die nachspawn können. Ich hab nur einen Stinkefall gemacht. Jo, Stinky-Käfer, komm her. Ich hab nur einen Stinkefall-Zahn. ich bin krass genau ich habe gestern versprochen dass ich heute abgehe und was mache ich guck mich an was dinky mcpott alleine kaputt ich höre dem vogel ja ich versuche ich weiß grob wurde er gelandet ist er ist wieder auf denn in der mitte also ich meine damit das richtig krass ist ja ah da sind auch spinnen beim vogel kommt da runter hier ist ein fehler bei mir ich bin immer live bruder 24 7 wir müssen pushen und special time dankeschön für den prime sub und herzlich willkommen vor zwölf minuten tut mir leid bruder manchmal bin ich ein bisschen so nehmisch bruder kriegt das nicht mit ich weiß auch nicht warum vielen dank die Stadt ist müde keiner sagt mehr was alles bot DAF leer gute nacht morgen bist du wieder DAF voll Juri auch müde Juri ist immer müde Wird hier nicht mehr gewiggelt nix wenn ich jetzt noch lofi mucke machen würde alter würden die alle wegpennen hinter dir wieder hinter dir oh wie kriegt man diese Fallschirme Mila oh mein Gott wie man die Fallschirme bekommt ja ähm Pusteblumen kaputt hauen ja ähm manchmal liegen die auch irgendwo einfach rum boah alter der Deutsch ist so krank von der Schwinde steckt das Gift davon bei den Spinnen wirkt das nicht aber bei anderen Tieren Alter jetzt jetzt Kumpelt Alter ich denke noch in irgendeinem Spiel mit hm hm mach an müsste ich ne Version finden die DMCA-free ist also Copyright-frei Musik ach ich finde sie sind auch oft verbacken ne ich habe aber in dem Video gesehen spielfrau schon ach ne das geht dann wahrscheinlich um Singleplayer wie viele Federn fehlen hier noch Mila? ähm zwei Stück für die Mütze aber aber dann habe ich halt noch keinen Bogen also sollte vielleicht mache ich erst doch erst den Bogen erst die Armbrust oder den Bogen? ja die Armbrust ich glaube die tun sich nicht viel ne nur dass die Armbrust mehr Damage mache aber länger braucht der Bogen macht aber nicht so viel Damage aber der ist auch schneller wiederum und schneller ist ja besser ja schneller ist schon besser aber ähm ich komme sofort wieder die Kopfschmerzen was hat der Juri gesagt? AppData ähm AppData Local ne Local Main SafeConfig Windows nur Editor Tor ich weiß ich mache das Spiel sofort wieder an Windows Momentos äh 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 Gucken ja du musst mich nochmal einladen gleich mhm da bin ich Twitter auch down? weiß ich nicht wahrscheinlich weil die Leute dem so ein Schreiben her wer war das mit dem YouTube-Kanal der kleine Troll der kleine Troll Inji ist einfach im Herzen dem was du gesagt hast im Herzen verletzt im Herzen verletzt ganz tief drin im Herzen verletzt ganz tief drin die Dings da können wir nochmal neu machen die Lobby? ja können wir machen wann? können wir jetzt es sei denn BT hat noch irgendwas nö ich bin hier auf dem Blatt du musst da Wünschi küssen hm hat er sein Twitter deaktiviert oder was? Gucken wir mal schnell bis Mila uns wieder geinweitert hat Bobby ein Pakete macht er hat seinen Twitter deleted ne? jao er ist so ein Troll Junge maximal hey nice to meet you der Name ist Max der Name ist Max der Name ist Max hallo Julius hallo Julius oh viel schöner ui tausendmal besser oh mein Gott kein Blurry mehr jetzt sieht man das mal wenigstens das Spiel alter dankeschön voll cool ich spiel lieber mit sonst sieht das alles viel größer aus und ich denke ich mal auf hoch machen wunderbar machen? Äh, Spiel. Soll ich das anzeigen? Wo war das denn nochmal? Spiel alles. Alles. Aber den Vogel sehe ich jetzt nicht. Vogel ist doch, glaube ich, gerade nicht da. Spiel sieht größer aus, wenn du diesen Blur-Effekt dran hast. Ja, ich finde, das Haus sieht alles viel größer aus mit dem Ding. Yo, Bro, das Haus ist riesig. Ja, aber bei mir sieht das halt noch größer aus, weißt du? So halt wirklich noch viel größer. Ja, ja. Oh, das sieht echt nice aus. Da hinten ist die Mila. Was heißt denn, trägt 20? Was 20? Was will der von mir? Push to limit. Ne. Ja. Ja. frische Kekssandwich-Brucken Achso! Äh, ja. Hier. To. Erst aber, mach mal. Kann man gegen den Rahmen kämpfen? Ich glaube nicht. Achso. Garottete Larvenklingeln Bt, sein Ding ist auch größer mit Blue, darum hat er es an Trotzen sie mal nicht Das ist okay, Bt Genau, ist okay Lass dich nicht ärgern, Bt Wann kann ich das denn da nicht hinmachen? Wir bauen jetzt den Palast der hetero Liebe Oh, der Teich ist ja riesig Nicht wahr? Nicht wahr? Oh. Let's take it there. Ich habe heute nicht genug Ton. Aber egal. Nee, finde ich nicht. So bezeichne ich meine Jungfräulichkeit. War ich hier von mir, böses Vibe? Ich will wissen, ob ich den Vogel sehen kann. Außer wenn ich im Spiegel gucke. Was soll denn da? Zogmobile habe ich gebaut. Das ist Sparta! Du kannst mich nicht hauen. Du brauchst gar nicht so zu schreien. Äh, Madjunk, vielen lieben Dank für den Re-Stop im 10. Monat. Das geht ab. Was geht ab mit Checker vom Neckar? Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen soll. Stängelgerüst. Was, Kebab? Sieht fast aus, wie das Zuhause von Fred Feuerstein. Was, Kebab? Mila, morgen am Operat. Lange, lange ist es hier. Heilbomber, Alter. Eine flüssige... Genau das steht da. Ach, stimmt, genau, ich würde gucken. Okay, da ist der, da ist Block. Nach der, Schnelligkeit. Ach, du kannst sogar eine Things für unten machen. So eine Bergbau, so ein Bergbaukopf. Ne. Plus Angriff, Schadensresistenz. Atem holen. Gesundheit. Schlepp. Ah, wenn du das Ameisen-Set anhast, kannst du mehr bei dir tragen. Das Spinnen-Set macht dich schneller. Ja, Madenbrille macht Max Ausdauer. Also Rennen. Ja, Ausdauer ist aber gut für Kämpfen, ne? War das genügsam? Weiß ich nicht. Spinnen, mach dich schneller. Äh, Madenbrille. Genügsam. Keine Ahnung, was ist das? War das genügsam? Lipflossen. Gebengeschwindigkeit, okay. Ich hatte einen Vogel irgendwo. Oh. Sehe nix. Ich glaube, der wird einfach nicht gerendert. Ich glaube, der ist da hinten beim Vogelhaus. Soll wir da nur hinlaufen? Mhm. Ich brauche nur zu essen. Warte, das würde ich doch wegwerfen. Gehen wir da mal hin. Ne, ne, der wird nicht da sein. Ich glaube, ich weiß, wo er ist und da kommen wir nicht. Meinst du? Ey, dieses ganze Zeug hier, ne, da kannst du alles wegwerfen. Gehen wir da mal hin. Ähm. Geht schon wieder. Doch, doch, da komme ich ran. Wo ist denn der? Äh, beim Teich. Aber wenn da eine Feder reinfliegt, ich glaube nicht, dass ich die abbauen kann. Warum? Weil das Wasser ist. Warte, ich komme mit. Geht. Was bist du? Neben. Oh, da. Ach, warte kurz. Mhm. Was glaubt, Fabian? Hey, ist der einfach diesmal? Ach, ne, da hinten. Hau rein, Northway. Gute Nacht. Vinkern. Warum verschiebt sich denn permanent das Inventar? Chat müde, ja, ja, ja. Was siehst du denn, Vogel hier? Der war hier. Der ist schon weggeflogen. Mein Stichwort. Es ist alles so groß. Officer Barrett TM. Zeig mir den Duplo. Ja, hier, hier, hier. Weiß ich Bescheid. Stich hier in mein Herz. Da ist nix, ne, Mila? Weiß nicht, es ist so dunkel. Wie lange im Chat nicht blinken lassen, beziehungsweise so, seit einem Stream, mir geht's dir gehört, es mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Wie lange warst du nicht da? Hast du Nifty RP noch mitbekommen? Ich glaub, ich glaub, es ist Schlafenszeit. Okay, UCB. Die ärgern schon wieder alle. Wir sind alle müde. Ich schick dir jetzt alle schlafen. Warte mal. Wo wohn ich? Bin ich? Ah, ich hab irgend so'n Unterwasser... Ja, wohn ich. Es wird so dunkel, ey. Ich kann nichts sehen. Mach Augen auf. Sag ich dir nächstes Mal auch, ey. Warum ziegst du mich jetzt an? I don't have anything to you getan. Du hast mich vorhin angezickt, wenn ich dumme Antworten gegeben hab. Ja. Und wie du mich angezickt hast. Ja, holst jetzt die alte Kamellen wieder raus. Ich bin tot. Ich bin tot. Hallo, Biene. Hallo, Biene. Mitwoch, darf ich wieder durch die Praktische durchfallen. Viel Spaß. so ab in der haja jetzt oder die wolfs dings hier legen meine tasche holen ich will dir auch nicht sagen dass du schlafen gehen sollt junge ja aber wenn mila den server ausmacht dann kann ich ja nicht hin kann man da nicht weiterspielen auf der map ja kann die aber nur anlassen ich bin mal kurz doch 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 wirklich ein woher ich weiß nicht mehr was ich machen soll hat aber auch mal was gutes da sieht man mal neue leute im chat dann kommen die ganzen look raus, ne? Yeah, 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 yeah. Doch. Aber in Heier-Boof. Doch, 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 doch. Welche 1 Uhr. Wir haben ja morgen noch einen Tag. Wenn morgen nichts ansteht, zwecks New World. Weil morgen kann man downloaden. Ab 18 Uhr. Und das würde ich schon gerne für Dienstag vorbereiten und fertig bekomme. Ohne, dass ich Dienstag dann da stehe und irgendwelche Probleme habe. Was hat denn für die Mowit, Bro, Alter? Ach, ist von Ehren? Aber von welchen Ehren? Bro, das ist müde. Und ich habe Kopfschmerzen. Oh ja, da habe ich auch Bock drauf. Ja, Dienstag geht's los. Ab 8 Uhr morgens. Ich weiß gar nicht, wann ich dann komme. Jetzt der Chat wenigstens mal ruhig. Der Chat ist immer ruhig. Es ist doch ganz egal, wie viele Leute da sind. Ob nur 600 oder 1.000. Ja, jetzt wieder, Alpino. Jetzt wieder. Wegen diesem Blur-Effekt im Spiel. Deshalb musste ich das gerade ausmachen. Auf jeden Fall. Weißt du schon, welcher Server? Warte, kann ich dir sagen. Ähm. Was hat der Jagd denn da geschrieben? Wir werden New World auf dem Server Udgard spielen. Fraktion wird Syndikat sein. Da. Oh, wir haben sogar einen Befehl dafür. Dankeschön, Loco. Habe ich nicht mitbekommen. Jo, für alle, die auch Bock drauf haben, da mitzuzocken. Wir meiden die großen Streamer-Server. Wegen Warteschlange und so. Und die ganzen Clusterfaxe auch. Ist übrigens ein deutscher Server auch. Mal gucken. Wer Bock drauf hat, kann ja da mitkommen. Wenn nicht, dann nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne gute Nacht und schlaf gut. Und Dankeschön für den Support. Und danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr hattet genau so einen chilligen Abend wie ich und wir. Und gute Nacht. Bye-bye. Bye-bye. Ohne Musik. Ich sag jetzt gleich nochmal vorbei und dann mach ich aus. Okay? Dankeschön, Chat. Für alles. Bye-bye. Nehmt euch noch ein Tinkerbettchen und dann zeigt ein Duplo und dann mach ich aus. Gute Nacht. Đ tinkerbettchen und dann lovers. Bye-bye. Und dann martin.